Die Kackis gehen heute, so wie normale Menschen das tun, ins Beruf. Nur wenige Comedy-Produkte feiern die Lust am Schmerz, so sehr wie Stromberg. Was macht die Serie so gut wie kaum eine andere internationale Adaption? Warum ist das, was in der Kapitol-Versicherung abgeht, purer Black Metal? Wir feiern und besprechen auch den US-Ableger The Office und machen einen kleinen Reality-Check mit Arbeitnehmerschutzgesetzen. Wäre ein Vertrag für Beziehungen am Arbeitsplatz überhaupt erlaubt? Hilke am Apparat, hallo? Nee, 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 da sind sie falsch hier. Ja, das kann ich Ihnen, äh, da könnte ja Jeva, äh. Nee, der Podcast geht jetzt los, ja. Tschüssing! Total banale Themen werden hier zitiert, scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Ein Podcast, den man sehr gut bei der Arbeit hören kann, um den Tag rumzukriegen. Heute dreht sich alles um das Büro. Mein Name ist Fred, ich begrüße außerdem mit mir, steht schon am Kopierer, äh, am Papierstau. Hallo Tobi! Scheißdinge jetzt hier, meine Kärbe! Oh, äh, hi, hi. God the fuck! Er macht gerade mit seinem Mund komische Dinge an einer Glasscheibe in einem Meeting-Raum. Hallo Richard! Bombeck-Süd-Elektrik-Gegend! Ja, und außerdem, äh, haben wir hier noch jemand Viertes hier, pfff, heute mit bei uns am Tisch, der mittlerweile schon ein bisschen zum Kack-und-Sach-Inventar gehört. Unsere Pam! Unsere Pam, unsere Tanja Seifert, heute hier bei uns, in ein paar Folgen habt ihr ihn bisher schon gehört. Er hilft uns hinter den Kulissen hier beim Kacki-Merch-Shop und war zuletzt zu Gast bei Bang Boom Sven. Äh, hier ist Sven! Hallo, ich bin Sven Wiesli und ich hab die Serie auch gesehen. Hallo Sven! Hallo und guten Tag. Dave hat Entertainment, Sven, haben wir verstanden. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr gerne hier und trinke euer Bier mit leer. Auf den Kopierer. Gibt viel zu besprechen heute. Schön, euch in Person wiederzusehen, nachdem wir alle diese, äh, Krankheit hatten. Stimmt, du hattest wie solche auch, ne? Ein nicht näher zu nennender Podcast-Moderator hat mich auch mit dieser Krankheit angestimmt. Das ist aber auch echt leicht zu übertragen. Du warst auch positiv vor kurzem. Boah, ey, fuck, ey. Ja, Leute, der Sven hat gesagt, er ist auch ein Riesenfan von dem, worüber wir heute sprechen. Deswegen haben wir ihm dann ein Fax geschickt. Sehr deutsch. Und er hat auf dem postalischen Wege uns dann geantwortet und gesagt, dass er da gerne dabei wäre. Und wir sprechen heute über Stromberg und The Office. Ja, Tobi, kommt ein Alien auf die Erde. Was ist das? Ich werfe die jetzt einfach mal in einen Topf. Was ist Stromberg und The Office? Ähm, ja, ähm, Stromberg und The Office sind auf der englischen oder britischen Serie The Office-basierende Sitcoms, beziehungsweise Comedy-Serien, in dem es um, ähm, die Irrungen und Wirrungen des Büroalltags geht. Jeweils angeführt von einem wahnsinnig verrückten Boss. Sehr schön. Richard Furz und Schmerzlos. Sind das gute Serien? Also Stromberg nicht, ne? Ne, ach, keine Ahnung. Bei Stromberg weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich persönlich physischen Schmerz empfinde, wenn ich das gucken muss. Kann ich echt nicht sagen. Was aber auch Sinn der Sache war, ja? Ja, was wahrscheinlich Sinn der Sache war. Also es wird von extrem vielen Deutschen halt gefeiert. Deswegen würde ich jetzt schon mal sagen, also die war ja, ich glaube, Stromberg war doch irgendwie sieben oder acht Jahre oder so. Fünf Staffeln gibt's. Fünf Staffeln nur? Ja. Ja? Okay, aber das war auf jeden Fall relativ lange im deutschen Fernsehen halt auch vertreten. Inklusive Kinofilm. Genau, inklusive Kinofilm. Und Christoph Maria Herbst wird nach wie vor als Deutschlands miesester Chef gefeiert. Mhm. Gefeiert, zitiert und verehrt und ich hasse ihn dafür. Ähm, und die Office... Ja, Richard, das kannst du jetzt so nicht sagen. Ja, stimmt. Es gab diese wunderbare Parodie Obersalzberg aus Switch Reloaded, wo Hitler dann der Chef des Büros war. Nee, aber, ähm, und die Office UK als auch die amerikanische Version dann sind, ja, wie kann man sagen, ähm, so richtige Evergreens. Guckt sie schön weg, ist extrem beliebig. Ich glaub, die Office, ähm, das erfolgreichste war ja dann USA Office, ich glaub mit einer Wertung, ich glaub bei R&D. 9-0. 9-0 sogar, siehst du, ich hätte jetzt 8-7 gesagt. Ja, ähm, ich hab's vor kurzem selber jetzt endlich mal komplett durchgeguckt, ich find's mega und ich würd eigentlich ganz gern auch Office UK noch gucken. Also ja, bleibt im Gedächtnis auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin großer Stromberg-Fan, Sven feiert das, glaub ich, auch, ne, war ja auch in Deutschland extrem erfolgreich und ist bis heute Kult. Sind beide Medienphänomene, auf jeden Fall. Und wir Idioten hatten ja jetzt alle vier Corona und, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Sven war, aber Tobi, Richard und ich haben echt hart die Office gebinged, das gibt's ja jetzt seit kurzem bei einem, äh, großen deutschen Streaming-Anbieter und ist auch nach wie vor super beliebt und haben das hart gesuchtet und jetzt musste endlich mal eine Folge kommen. Viele Hörer haben sich auch eine Folge zu Stromberg, ähm, gewünscht. Das sind ja zwei Seiten einer Medaille, praktisch so auf, äh, auf dem internationalen Floor. Sven, wie stehst denn du dazu, zu Stromberg und die Office? Ich finde Stromberg erst jetzt in der, in der, wie heißt das, Retrospektive, äh, unangenehm und, und, also jetzt, wo ich weiß, dass es, ähm, auch ein Büro geben könnte wie in The Office oder wie in anderen Mockumentaries, die dann irgendwie daraus entstanden sind, finde ich Stromberg halt maximal anstrengend, äh, zu sehen. Also dieser, dieser Charakter. Und finde deswegen erst jetzt, wenn ich zurückgucke auf Stromberg, das unangenehm. Ich glaube aber damals, als das gelaufen ist, fand ich das schon schwerwitzig. Und wie Tobi gerade meinte, die, die Switch-Reloaded-Parodie, Obersalzberg, das war schon, das war schon das Coolste, ähm, was es so gab, als wir auf dem Schulhof waren, jedenfalls aus Deutschland. Das war schon schwerwitzig und ich weiß, dass wir auch alle geredet haben, wie Stromberg und so, ähm, und das irgendwie der witzigste Bums war. Ähm, Office? Ich verstehe, da verstehe ich euch wirklich nicht, dass ihr so geredet habt. Das war ein Riesending. Echt, bei euch, aber ey, wir haben das so gehasst. Supergeil. Ja, äh, du musstest es natürlich auch, äh, äh, genießen. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, dass das, äh, also das kann ja, also nicht jeder. Genau. Ja, und Richard, jetzt, äh, lass mal hier die Kirche im, äh, pfff. Also, der hat das schon geil gemacht, der Herbst, ne? Ja, der hat das supergeil gemacht. Die Serie, ähm, an sich, ich sag mal gerade, was den Supporting-Cast angeht, ähm, war jetzt nicht so stark wie The Office, aber Christoph Maria Herbst selber als Stromberg ist eine so lustig eingedeutschte Variante dessen, was wir aus England und Amerika gesehen haben. Das ist schon geil. Also das, ja. Also, es ist wahnsinnig anstrengend zu gucken, ähm, ich war auch nie ein richtig großer Stromberg-Fan, ähm, weil mir das, weil ich das so unangenehm fand, ähm, dem dabei zuzugucken. Ähm, ähm, aber die Übersetzung an sich ist so rein, ich sag mal, äh, technisch, künstlerisch und so, so geil gelungen, das auf unseren Kulturkreis umzumünzen, was ja auch voll auf der Hand liegt, so, ne, Deutschland als das Bürokratie-Monster Europas, wenn nicht gar der Welt, ähm, dass da so eine Figur so funktioniert, liegt eigentlich auf der Hand und das haben sie sehr schön gemacht. Ja, ich find aber, wie Fred vorhin schon gesagt hat, zwei Seiten einer Medaille, weißt du, The Office ist halt wirklich so, jemand erzählt dir eine Geschichte von einer Medaille, dass die schön glänzt, dass die toll aussieht, dass die perfekt rund ist und solche Sachen. Du findest das mega geil und dann hast du eine echte in der Hand und die sieht scheiße aus. Und das ist Stromberg. Und riecht nach Metall und so, schon voll alt und oll. Und dat ist dann Stromberg für mich so gewesen. Weil ich kenn auch selber aus meiner Schulzeit halt auch viel zu viele, gerade männliche Lehrer, die genau wie dieser Typ waren. Und wahrscheinlich mochte ich das auch deswegen nicht, weil ich einfach damit überhaupt nicht kann. Also, so Vergleiche zwischen The Office und Stromberg können wir nachher nach ein paar Bierle dann auf jeden Fall noch philosophieren. Das Geile an Stromberg ist und war ja, dass man sich so gut in vielen Situationen wiedererkennt oder ich sag mal, die echte Welt wiedererkennt. Stromberg ist teilweise, es ist natürlich überzeichnet, aber teilweise wirkt es erschreckend realistisch, was man da sieht und deswegen auch schmerzhaft dieser karge Büroalltag, diese widerliche Scheißwelt aus Langeweile und Mobbing und Social Awkwardness und toxischen Kollegen und einfach nur Shit. Also, wenn man, wir können ja schon mal so grob darüber sprechen, worum es geht in Stromberg. Ich glaube nicht, dass viele Hörer das gar nicht gesehen haben oder nicht wissen, worum es geht. Es geht halt um den Büroalltag bei Stromberg in der Versicherung. Die Kapitolversicherung in einem Stadtteil von Köln, meine ich, spielt es, es wird nicht groß thematisiert, ja. Und wir sehen einfach den Büroalltag mit all seinen ganz brutalen unmenschlichen Wirrungen. Mobbing, sexuelle Belästigung, Langeweile, öder Scheißjob, ein Vorgesetzter, der überhaupt nichts kann, der gar nichts kann und nichts weiß. Aber eine Riesenfresse hat. Eine Riesenfresse hat und sich selbst präsentiert, als wäre er der Hoshi vom Herrn. Das 1A-Communimaterial. Wirklich. Ich finde das 1A. Das ist halt einfach die Realität nochmal ein Level übersteigert. Ja. Ja, im Prinzip. Ist es das wirklich? Ist es ein Level übersteigert oder ist es einfach real und deswegen so schlimm? Ja, das ist schon überzeichnet. Findest du? Was vor allem die Überzeichnung ausmacht, ist ja, dass du die, ich sag mal, schon relativ realistisch, abgesehen von Stromberg selbst, realistisch gezeichnete Charaktere hast, davon jeweils die schlimmste Variante und die in ein Büro steckst. Weißt du so, die einzelnen Charaktere an sich halte ich für relativ realistisch. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jeweils von deren Charaktertyp der Extremste alle in einem Raum sitzen, das ist eher unrealistisch. Aber das, also die Charaktere an sich, ja, doch. Also ich hab Menschen kennengelernt, die so ticken. Ich glaub aber, dass Stromberg das Problem hat, dass die Charaktere, die Nebencharaktere, die nicht Stromberg sind und dieser Ernie-Charakter, über den wir ja gleich bestimmt sprechen, weil, dass diese Charaktere gar nicht so überzeichnet sind. Ja, das mein ich ja. Nein, nein, aber, 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 du hast ja gerade gesagt, es sind die schlimmstmögliche oder die am deutlichst ausgeprägste Version davon, aber ich find, ich find die, ich find die alle mega fucking lame, tatsächlich. Ja, aber, ich find nämlich auch, das sind nämlich alles ganz traurige, ganz hoffnungslose Menschen, deswegen fällt es mir so arschwer, mir das anzugucken. Weil halt einfach da, ich, ja, ja, aber, pass auf, ähm, was ich meine ist, dass die eben so traurig sind, dass die so trist sind, sind ja jeweils, ich sag ja, die, 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 die größtmögliche Form, realistische Form ihrer Charaktere. Jetzt eben, es ist eben nicht, ähm, hier so ein John Krasinski, wie heißt der, Jim Halpert bei The Office, ähm, der, dem immer zu jeder Sekunde ein geiler Gag einfällt und so, das ist, das ist ein künstlicher Charakter, den man runterbricht auf was Realistisches. Und bei Stromberg wirkt es andersrum, als wäre das ein realistischer Charakter, dem man so ein bisschen was obendrauf gibt, damit er immer so funktioniert. Weißt du? Weil du bist ja nicht immer deprimiert, wenn du im Büro bist. Die Leute in der Serie allerdings schon. Genau, genau. Oh ja. Er kommt auf den Job an, ich meine, ich hab noch nie in einer Versicherung gearbeitet, aber ich halt die auch für sehr deprimiert. Ja, aber wir kennen ja Leute zur Versicherung, guck dir, Andi, der ja auch schon hier im Podcast war, der, der, der arbeitet auch bei einer Versicherung. Das ist jetzt nicht der depressivste Mensch, den ich kenne, also geht teil. Andi, also, Andi aus dem Team Kirschwässerle arbeitet streng genommen bei einem Versicherungsmarkt. Nee, ich weiß, es gibt immer noch einen anderen Andi, über den wir ganz oft reden, den du jedes Mal dabei vergisst. Andi, Andi Strahlemann, der bei den Star Wars Folgen da war, es gibt natürlich solche und solche Läden, aber, ähm, so Versicherungsbranche ist halt so für den Normalo ein schönes Bild für 0815 Bürojob. Aber ich glaube, ja, 0815 Bürojob, ich glaube, ganz viele Leute, die in Deutschland bei Konzernen arbeiten, konnten sich da sehr gut wiederfinden. Wir machen uns alle lustig, als über Versicherungsvertreter, als den langweiligsten Job, den man sich so vorstellen kann, aber in Wahrheit, äh, oder das ist ja der Witz an der Serie, sieht jedes zweite deutsche Büro im schlimmsten Fall so aus. Witzige ist nur, was da berichtet, also was berichtet wird von dem, was ich immer so kenne, auch von Freunden von früher, also so Freunden aus der Familie und so, jeder, ähm, der in der Bank gearbeitet hat, so Freundeskreis aus der Familie auch, haben alle gesagt, genau so Stromberg halt, so in der Bank. Meistens alle in der Sparkasse oder so und haben gesagt, verknöcherte Strukturen, alles ist scheiße und die sind doch mittlerweile, 90 Prozent von denen sind in Behandlung übrigens. Ja. Das ist witzig, oder? Das ist doch lustig, ne? Das habe ich damals auch aus allen Ecken, also so von Eltern und, äh, Onkel, Tanten und so weiter. Also wirklich alle, die irgendwie in Bürojobs arbeiten, meinten damals auch so, ey, Stromberg ist so geil, weil das halt genau das trifft. Ich konnte es damals halt noch nicht nachvollziehen, weil ich halt Schüler war, aber, ähm, ja, das war schon ein gruseliges Bild, was, vielleicht sind wir deswegen keine Bankkaufleute geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, die ganze Serie wäre komplett, völlig nicht mehr vorhanden, wenn auch nur ein Beanbag da gelegen hätte. Na, später haben wir einen da einen Falafel gekriegt. Wenn wir den Chef hätten duzen können, dann wäre das alles nie fast. Vielleicht, ähm, es gibt ja viel Rumgejammer aus unserer Generation, ähm, dass das, ja, uns wurde gesagt, wir können werden, was wir wollen und das ist voll scheiße, weil wir jetzt alle nichts geworden sind. Ey, vielleicht war Stromberg schuld, überhaupt nicht unsere Eltern. Vielleicht hat Stromberg uns so abgeschreckt vor Bürojobs, vor ganz normalen 9-to-5-Jobs, dass wir alle auf die Idee kamen, Film und Kunst oder Kulturanthropologie zu studieren. Na, ich meine, es ist ja halt auch immer das Ding, wenn du was cool findest und deine Mutter oder dein Vater kommt plötzlich und sagt, ey, Richard, das ist aber geil, was du da bei Musik hörst. Ja, nee. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Und wenn die aber dann kommen und sagen, ey, Stromberg ist aber schon eine geile Serie, oder die ist doch schon witzig, so, ja, nee. Nee, stimmt, ey, okay, das kommt noch oben drauf, aber was ich ja meine, ist so, du guckst denen bei dem Büroalltag zu und sitzt, Alter, genau das will ich niemals haben. Flüchtest vor diesem Goaty-Bart von Stromberg und schätzt fest, dass jeder zweite Theaterregisseur den gleiche... Goaty! Christoph Maria Herbst hat in dem Interview selbst mal einen Kinderschänder-Bart genannt. Oh, scheiße. Das und einen Schnurrbart geh ich vollkommen mit. Ja, dieser Klodeckel im Gesicht, man sagt ja auch so schön, bei American Pie haben das eine Gesichtsfotze genannt, fand ich super. Haben eure Hörer die Hochzeitsbilder von Richard Hansen gesehen? Denn ich bin mir nicht ganz sicher, du bist ja eigentlich ein schöner Drei-Tage-Bartmann. Drei-Tage-Bartmann, nee, Drei-Tage-Mann, das halten wir mal fest. Ja, an die Gesichtsfrisur zu deiner Hochzeit möchte ich dich erinnern, wenn du über andere Leute Bärte... Weißt du, was ich da höre? Nur purer Neid. Purer Neid. Purer Neid, wenn ich so tote Hamster im Gesicht hätte. Alles begann tatsächlich 2001 in England. Ricky Gervais, seines Zeichens legendärer britischer Comedian und der Stephen Merchant, Autor, erschufen da die Serie The Office. Eine Comedy-Serie im Stil einer Langzeit-Dokumentation. Also heute kennen wir das halt auch unter dem Begriff Mockumentary. Wir tun so, als wäre das jetzt eine echte Doku, die wir da zeigen. Und diese Mockumentary begleitet den Alltag einer Großhandelsfirma für Papier in irgendeinem englischen Piss-Cuff, Sloth. Das ist so geil. Und das war übrigens einer der ersten Auftritte von Martin Freeman, also der Hobbit, in The Office. Und interessanterweise wurde dieses Original, The Office UK, nach zwei Staffeln und einem Weihnachtsspecial dann nicht mehr weitergeführt, sondern eingestellt. Martin Freeman spielt da den Jim. Den Jim beziehungsweise Ulf. Wir nennen den Love Interest, der geil sein soll, Ulf und lassen sie ihn aussehen wie ein abgebrochener Fußballspieler. Sieht aussehen wie ein Ulf. Aber ohne Witz, ja. Genau, also Martin Freeman spielt da den Ulf slash Jim. Und ich habe mir ein paar Folgen The Office UK angeguckt. Sven hat sich auch ein paar angeschaut. Die gibt es leider nirgendwo free zu streamen, aber man kann sie sich kaufen. Die sieht super billig aus. Also das ist extrem geringer Production Value, wie man sagt. Das sieht aus, als hätte das ein Amateur mit einer schlechten Kamera gefilmt. Das wirkt so wie so ein Prototyp, was es ja im Prinzip auch war. Aber ich habe tatsächlich, es gibt im Netz viele Diskussionen, warum endete The Office UK schon nach zwei Staffeln und warum lief das nicht weiter, weil es eigentlich von Anfang an sehr beliebt war. Es ist wohl anscheinend typisch britisch, Serien früh enden zu lassen. Weil das war auch eine BBC-Produktion und das ist ja, also BBC ist ja im Prinzip so ein bisschen wie bei uns öffentlich-rechtlich. Das heißt, die haben nicht so einen großen Kosten- und Commerzdruck, Geld einzuspielen. Und Forty Towers zum Beispiel, die legendäre britische Comedy, hat auch nur zwei Staffeln. Das ist wohl typisch britisch am Höhepunkt aufzuhören, was eigentlich auch ganz charmant ist. Man muss dazu sagen, dass die BBC aber in ihrer Bevölkerung, für die sie öffentlich-rechtlich ist, schon sehr viel Druck bekommt, dass die Qualität des Senders stimmt. Deswegen ist der ja so geil und macht so coole Dokumentationen oder bringt coole Serien raus. Also was bei uns so öffentlich, also so Öffi, wie heißen die, Öffi-Begner sind. Das ist ja viel so MGZ und so, aber in England gucken die schon ganz genau, was da auf ihrem Fernsehsender läuft und wenn da so viele Schlagersendungen oder Wiederholungen oder so wie bei uns laufen würden, dann würden die viel schneller auf die Barrikaden gehen. Die Engländer sind ja auch ganz andere Qualität gewöhnt. Deswegen, also die gucken vielleicht nicht kommerziell auf Quoten, aber die kriegen schon Druck aus der Bevölkerung, dass die Sachen, die sie machen, auch cool sind. Und die Office UK war so eine geniale Grundidee, dass sie zahlreiche internationale Adaptionen nach sich führte. Zum Beispiel die Office US, worüber wir später noch intensiv sprechen, 2005 war das, Le Büro in Frankreich oder La Job in Kanada. La Job. Beide gestartet 2006. Aber, und das finde ich super interessant, die allererste Adaption 2004 war Stromberg. Hier waren tatsächlich die Deutschen, wir Deutschen die Ersten. Stromberg war die erste, die Office-Adaption. Aber eben keine offizielle am Anfang. Die haben ja erst nicht zugegeben, dass sie das eigentlich ziemlich krass abgeguckt haben. Ach, haben wir wieder geklaut, ja? Nee, also die ProSiebenSat.1 hat das ja produziert. Brain and Brain, ja, das ist ja mehr oder weniger eine große... TV Total. Also Stefan Raab. Stefan Raab. Ist ja mehr oder weniger eine große Familie ProSiebenSat.1 und Brainpool, die... Ist ja auch egal, auf jeden Fall, die erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln liefen noch so schwarz und dann hat man sich auch gestritten. Und dann in der zweiten Staffel oder so steht dann da unten, dass es inspiriert wurde von dieser Serie. Also man hat erst versucht sozusagen zu sagen, ja, wir adaptieren da jetzt was und weil wir nur den Chef, den Namen vom Chef nehmen und das ein bisschen mehr auf den zentrieren, das wird schon keiner merken, dass wir da aus England dieses Format kupfiert haben. Das hat leider nicht geklappt. Die Office-Macher aus England haben wohl tatsächlich nach der ersten Staffel Stromberg mit einer Urheberrechtsklage gedroht und die Stromberg-Macher haben sich dann irgendwie mit denen geeinigt. Man weiß bis heute nicht, wie genau, ob da Geld geflossen ist oder nicht. Aber ab der zweiten Staffel Stromberg steht im Abspann, inspiriert durch die Office von Ricky Gervais und Steven Merchant. Finde ich aber auch richtig. Ich meine, die Deutschen, wir machen das in letzter Zeit jetzt auch gerade, ich meine, guck dir die letzten oder die nächsten deutschen Filme halt auch an, die irgendwie kommen. Das sind alles oder die jetzt auch irgendwie ganz viel bei Streaming-Diensten liefen. Das sind alles Rip-Offs von französischen Filmen, die immer alles so Kammerspiele sind. Weißt du, so das Geständnis, perfekter Abend, der Vorname. Sind alles französische Urproduktionen oder Theaterproduktionen, die jetzt alle für deutschen Film- und Fernsehmarkt adaptiert werden. Und jetzt auch zur geschlossenen Gesellschaft, jetzt auch wieder mit Anke Engelke. Ist auch ein französischer Film, der wieder adaptiert wurde von den Deutschen fürs Kino halt, wo wieder haufenweise A-Prominenz, deutsche A-Prominenz, nur in eine einzige Location gesteckt wurde. Und der Film besteht daraus, dass die sich gegenseitig, so a la der Gott des Gemetzels, einen Schädel einschlagen, wer jetzt mit seiner Meinung recht hat oder nicht. Das ist deutsches Erfolgsrezept. Wir klauen was und schlachten es aus. Das wird aber weltweit gemacht. Ich meine, The Office, die Sendung, die wir, glaube ich, hier alle vier am meisten feiern, von diesen Adaptionen, die wir kennen, ist ja auch nichts anderes. Ja klar, aber die haben dafür, die haben das eingekauft. Wir Deutschen klauen das einfach mal. Nee, 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 nee. Du kaufst auch die Rechte an so ein Buch. Ja, aber in dem Fall war tatsächlich wohl die erste Staffel Stromberg so ein bisschen einfach inoffiziell mal gemacht, ohne die Macher zu fragen. Also das passiert weltweit. Das machen die in Amerika auch. Ja, das weiß ich. Aber wie gesagt, wir Deutschen sind da wirklich Könige drin, uns halt nichts mehr auszudenken, sondern halt einfach aus dem näheren Ausland entweder was zu adaptieren oder wie im Fall von Stromberg halt was zu klauen. Also dazu muss ich jetzt mal kurz meine fünf Mark abgeben. Richard hat prinzipiell recht. Das sind Dinge, die super häufig passieren. Auch ich habe da letztens nämlich einen Artikel drüber gelesen. Also es passiert tatsächlich im Verhältnis zu dem, wie viele Filme, da ging es ums Kino, in Deutschland rauskommen, deutsche Produktionen, sind wir unverhältnismäßig gebunden an Adaptionen. Gerade aus französischen und britischen Gefilden. Ja. Die Anzahl derer ist aber kleiner als zum Beispiel in England oder in Frankreich. Also die produzieren sehr viel mehr Adaptionen als wir. Aber eben nicht im Verhältnis. Das heißt, die haben erstmal einen größeren Filmmarkt, alle beiden Länder. Die produzieren, sagen wir mal, wenn wir zehn Adaptionen haben, haben die so 15. Aber dazu noch 30 Originale. Und wir dann irgendwie fünf. Ich hoffe ja, das... Und deswegen, also das fühlt sich mehr so an, weil das Verhältnis nicht stimmt. Und das ist leider einer der vielen Gründe, warum ein deutscher Film so beschissen ist. Weil ich meine, die kopieren auch schlechte französische Filme. Der Vorname im Original war auch nicht gut. Ja. Und im Fernsehen läuft das so weiter. Ich meine, das ProSiebenSat1, nee, stimmt gar nicht. RTL zum Beispiel, die produzieren fast ausschließlich nur noch Adaptionen. Also die lassen gar nichts Eigenes mehr entwickeln. Also das ist leider sehr traurig und sehr beschissen. Bankrott-Erklärung für die deutsche Ideenschmiede in Sachen Film. Ja, aber die Amis hängen da auch nicht hinterher. Ich meine, Apple TV steht da jetzt gerade auch ganz krass in der Kritik seit den letzten Oscars. Jetzt war ja großer Abräumer, war ja Kudo. Ja, das ist auch eine Adaption. Das ist eine französische Adaption, halt auch von einem französischen Original. Was halt wirklich... Was sogar der gleiche Produzent war. Genau, was der gleiche Produzent war und was zu sehr, sehr großen Teilen vom original französischen Film halt wirklich geklaut ist. Ja, klar, wenn der gleiche Produzent ist. Und da gibt es auch noch eine andere Geschichte drum, ob der... Ich weiß nicht, ob die wahr ist, aber wo auch drüber spekuliert wird, ob der andere Film auch mal für die Oscars oder also ausländischen Oscar, fremdsprachigen Film-Oscar abgelehnt wurde. Und dann jetzt ausgerechnet der von Apple TV jetzt halt bester Film gewonnen hat bei den Oscars. Das ist ein bisschen krude. Das ist ein bisschen krude. Können wir zusammenfassend einfach nur froh sein, dass es keine Willkommen bei den Stieß-Adaptionen aus Sachsen gibt? Können wir uns wenigstens darauf ein? Was denkst du, welches Drehbuch ich gerade schreibe? Moment, den gibt's... Fuck, wie hieß der? Ist jetzt auch wurscht, Leute. Ja, gibt's, aber im Prinzip... Also ich weiß, dass der in Europa ganz viel verkauft wurde, die Idee, aber ich hatte gehofft, Deutschland hat's nicht... Also es gibt eine lose Adaption, die nicht direkt darauf basiert. Apropos lose Adaption, die nichts mit dem Original zu tun hat. Stromberg. Stromberg. Entschuldigung, Sven. Kurzer Exkurs. Geil. Sven, willst du... Ich stell dich als Moderationsgehilfe ein. Nein, ich bin einfach Hörer und es geht mir ja genauso auf den Sagen. Stromberg war... Sven Meister des Segways. Mega erfolgreich. Fünf Staffeln. Es war für den Christoph Maria Herbst der große Durchbruch in die A-Riege der deutschen Comedians. Und es gab sogar dann noch einen Spielfilm, der 2014 erschien, der Crowdfunding basiert war, den Stromberg-Fans praktisch finanziert haben. Und Stromberg gilt, also jetzt hat der Hörer, glaube ich, schon mitgekriegt, dass Richard Stromberg doof findet, aber Stromberg gilt tatsächlich bis heute als Paradebeispiel für eine gelungene deutsche Adaption einer internationalen Serie. Das finde ich aber auch fair. Das ist ein faires Urteil, weil wir... Tobi hat es, glaube ich, am Anfang gesagt, man hat sich das dann schon ein bisschen zu eigen gemacht und hat gesagt, wie kann ich die Idee auf meine Kultur runterbrechen? Die Amis haben das ja genauso gemacht. Die haben ja auch gesagt, oh, das Original Office UK können wir so nicht in Amerika machen. So sind unsere Chefs nicht oder so sind unsere Firmen nicht und so. Und es ist eben so schwer zu gucken, Stromberg, weil es so deutsch ist. Ja, absolut. Also die Office... Faires Urteil, dass es so gute Adaption ist. Wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass es eine schlechte Serie ist, weil sie schlecht gemacht ist oder so. Ich finde auch dafür, weil es verursacht bei mir physischen Schmerz einfach... Und es funktioniert. Ganz genau, es funktioniert. Ich sage ja auch nicht, aber ich gucke mir halt nicht vorzugsweise eine Serie an, wo ich sage, boah, jetzt will ich mich mal richtig schlecht fühlen und mache mir dann Stromberg an. Ich finde die Serie einfach ätzend, aber ich selber erkenne auch auf jeden Fall an, sie ist arschgeil adaptiert für den deutschen Markt. Alleine dieses Intro, diese arschgraue Gegend und diese Aschenbrücke, dieses komische Rondell und dann dieses Aschenbechergebäude halt einfach irgendwie abgefilmt wird. Und du dabei einen Jazzspieler hörst, der richtig auf seinem Schlagzeug da abgeht und du denkst, boah, ist das alles kacke. Und alle in ihren komischen beigen, äh, hier, nicht Parkern, wie heißen sie denn hier? Trenchcoats. Trenchcoats, danke. In ihren Trenchcoats. Ja, der Ami, genau, der Ami sagt Trenchcoat, wir sagen Anorak dazu. Und die dann gähnen mit ihren Halbglatzen und Goaties in Fahrstühle steigen. Oh, ist das ätzend. Herrliches Wort, Anorak. Also, die Stromberg, wollte ich schon sagen, Stromberg ist so herrlich gut eingedeutscht und es wurde so gut und so deprimierend auf dieses Klischee des deutschen Bürokraten umgesetzt. Es ist einfach wirklich genial. Die anderen, ich hab die Office, ähm, ich hab mir auch Le Büro und Le Job ein bisschen angeguckt. Ich hab natürlich fast nix verstanden, weil meine fünf Jahre französisch in der Schule, da ist nix hängen geblieben. Ähm, die sind, die Office, die Office US, Frankreich und Kanada, die wirken schon sehr nah an die Office UK. Aber Stromberg hat nen ganz eigenen Vibe. Der hat nen ganz eigenen Look and Feel. Das ist wirklich was, eigentlich wirklich was Neues. Und, ähm, es gibt ein paar Situationen bei Stromberg, wo man merkt, die sind ein bisschen inspiriert durch Ideen von The Office, aber die haben wirklich da was Neues geschaffen. Und das ist ein geiles Beispiel dafür, wie deutsche Filmemacher eine Grundidee geklaut haben, aber sich das zu eigen gemacht haben. Ja, sprechen wir doch mal über den Herrn Stromberg selber. Was sind denn so seine... Der Bernd. Der Bernd. Der Bernd Stromberg. Also, neben dem Zitat Kinderschänderbart, was sind denn so seine herausragendsten Eigenschaften? Was ich denn nicht einen Satz gerade aussagen kann? Das, äh, würde ich aber so, äh, nicht stehen lassen. Ja, äh, schwierig. Er versucht seit Folge 1 eigentlich Ehebruch zu begehen. Ja, äh, gut, die Scheidung kommt ja relativ früh, ich glaube in Staffel 2 oder 3. Ja. Also, ich glaube, die auffälligste Eigenschaft von Stromberg ist das komplette Fehlen von selbstkritischem Hinterfragen seiner eigenen Person. Ja, oh ja, das trifft's gut. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, 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 ja. Ja, so sich immer gerechtfertigt sehen an allem Falschen, was man tut. Ich meine, allein in der ersten Staffel versucht er wirklich logisch und emotional jemandem weiß zu machen, es ist richtig von ihm, von ihm, Stromberg, von ihm, einem im Rollstuhl sitzenden Behinderten den Parkplatz zu klauen. Das war die erste Folge, die allererste Folge, ja. Ja, ja, ist das die erste? Das war die allererste Folge, okay. Die allererste Folge war der Parkplatz. Ja, genau, ja, 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 ja. Nee, da geht's ja um den Typen, der die Parkplätze vergibt, wo es dann halt auch heißt, wir dürfen den nicht diskriminieren, weil, ähm, der hat Asthma und überall im Büro sagt er, der raucht doch wieder an der Schornstein, oder? Oder er ihm dann eine Zigarre gibt und der deswegen Asthmaanfall hat. Also Stromberg hat das große Bedürfnis, sich selbst und seine Taten in einem positiven Licht zu sehen und auch zu zeigen. Der große Unterschied zu den anderen Chefs der anderen Adaptionen ist bei Stromberg, glaube ich, der, alle sind, also alle anderen nehme ich so wahr, ähm, unsicher und möchten geliebt werden und so. Geh mal näher ran ans Mike, Sven. Kann man ja auch, ich bin auch sehr unsicher und möchte geliebt werden, sind, äh, unsicher und möchten eigentlich nur geliebt werden oder Teil einer Community sein oder einer Gruppe sein, da kommen wir bestimmt gleich im Detail zu. Stromberg, da haben sie sich getraut, dem diese Eigenschaft so nicht zu geben oder später hat man die dann, glaube ich, reingebracht und dann hat man ihn auch mal menschlich gezeigt, aber eigentlich hat man sich getraut zu sagen, das, also dieser Chef ist eigentlich, ist eigentlich nur voll der Arsch. Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn du dir jetzt zum Beispiel so Michael Scott anschaust, also, ähm, Steve Carell in The Office, ähm, US, ähm, der ist ja nicht böse, das ist kein böser Mensch, der ist einfach nur ein Idiot. Das ist ein Dork. Ein Dork. Komm mal später, komm mal später noch zu. Genau, ne, also, was im Einzelnen das bedeutet, werden wir sehen, aber so, der meint's nicht böse. Ja. Der macht sehr, sehr dumme Dinge, vergreift, greift sich ständig im Ton, aber aus guten Gründen, sag ich mal, ne? Und Stromberg nicht. Genau. Also, der ist einfach echt ein schlechter Mensch. In jedem Dorf, der, 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 das Dorf Arschloch beim Schützenfest und so. Ja. Du weißt, wenn du dem ein Bier zu viel gibst, dann wird der, wird der rassistisch, ausfällig, sexistisch. Genau, und der packt dann der Rose an die. Und Stromberg schafft das halt auch nüchtern. Ja, und der packt dann der Rose an die Titten und der wird sich dafür nachher nicht entschuldigen, sondern erklären, dass das Kleid schön war. Ja. Möp, möp, möp. Ja, genau, genau. Ja. Komm mal hier, komm mal her hier. Ja, und das Schlimme ist, dass er trotzdem. Wie war das doch mit dem Koch in der Kantine, ne? Wer Klopp so ne Kapern macht, ich weiß ja nicht, wie ihr in der Zone gekocht habt, aber hier nur nie rein. So, ey, Alter, wo halt dein Maul, ey. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Und ich glaube, ich wollte sagen, dass er trotzdem nicht überzogen wirkt, sondern, äh, 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 äh. Man hat immer das Gefühl... Nö. Scheiße. So. Also was, äh... Man hat das Gefühl, es gibt so Menschen da draußen. Man hat nicht das Gefühl... Jeder kennt einen, der irgendwie so ist oder so werden kann. Und was bei Stromberg ganz schlimm ist, so auf einer Chef-Ebene, er übernimmt keinerlei Verantwortung für seine Taten. Er sucht, wenn er einen Fehler gemacht hat oder wenn irgendwas schief läuft, sucht er den Fehler immer bei den anderen. Er würde im Traum nicht auf die Idee kommen, dass er selbst was verkackt hat. Er hat ein riesen Geltungsbedürfnis, er ist süchtig nach Bestätigung. Manipulativer Sack, Alter. Anstatt mit Leistung zu brillieren, versucht er auch Leute ganz offenkundig zu bestechen. Es gibt in der letzten Stromberg-Staffel eine Folge, wo er mit Becker, seinem Vorgesetzten, den er hasst, verwechselt wird. Auf so einer Konferenz wird er mit Becker verwechselt und alle reden total positiv über ihn. Ja, das und jenes, das sie gemacht haben, das war total geil, Herr Becker. Und Stromberg ist kurz irritiert, löst aber nicht auf, dass er Stromberg ist, sondern spielt die Rolle weiter und geht sogar auf eine Bühne vor versammelter Mannschaft der Firma. Er geht auf eine Bühne vor der gesammelten Kapitolversicherung-Führungsebene als Herr Becker und hält eine Rede, weil er so gepusht wird von diesem positiven Feedback, das er von diesen Leuten bekommt. Du Scheiße. Das ist aber interessant. Ich weiß, ich soll noch nicht so viel über The Office reden, aber es gibt bei The Office fast genau die gleiche Folge. Da wird Michael zwar nicht verwechselt, da geht es ja darum, dass Dunder Mifflin pleite geht und er denkt, er würde da eine Laudatio halten, obwohl ihn alle hassen. Aber der Ablauf ist fast der gleiche. Er stellt sich dann dahin und hält eine Rede und alle hassen ihn. Und dann feiern die nachher alle, weil er lügt und so. Er soll vorgeführt werden als Paradebeispiel, dass wenn es allen scheiße geht, guck mal, da ist ein Manager, der seine Branch halt irgendwie umhält. Genau, aber er dreht den Spieß ja um. Genau, und dann lässt er sich ja dazu hinreißen, weil dann das Leaderboard angegriffen wird, lässt er sich dann dazu hinreißen, zu sagen, wir machen dann 48 Stunden, machen wir ein 49-Punkte-Plan. Machen wir ein 49-Punkte-Plan und ziehen es wieder raus, wo er dann sogar noch auf die Bühne wiederkommt und wo ihm vorher im Büro noch alle sagen, lose the twirl. Wenn er sich, wenn er eine Pirouette dreht auf der Bühne, wenn dann alle applaudieren, ist das zu viel und die sagen, lass das, er sich so hinreißen lässt, dass er es trotzdem macht, dieser Scheiß-Stion. Aber das meine ich so, die Idee ist fast die gleiche. Also der geht unter völlig falschen Tatsachen, lässt er sich feiern von Leuten, die ihn eigentlich gar nicht feiern sollten. Ist offensichtlich eine Charaktereigenschaft, die sich sehr positiv durchzieht durch alle. Scheinbar sehen, Künstler wie Filmemacher und Drehbuchautoren sehen scheinbar Chefs von solchen Filmen so, dass die solche Dinge tun. Ricky Gervais hat gesagt, mal als er versucht hat zu erklären, warum dieses Mockumentary-Format funktioniert und nur als Mockumentary und nicht einfach nur als Comedy-Serie. Da hat er gesagt, der, sein Charakter, wie heißt der eigentlich, David Brand, glaube ich. Also der Chef bei The Office UK. Ja, genau. Will durch diese Doku, die da gedreht wird, halt auch brillieren. Man muss sich ja sozusagen immer Meta fragen. Ja, 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 ja. Die wissen ja, dass sie gefilmt werden. Warum stimmen die dem zu und wie geben die sich da? Und dieser David Brand will halt, glaubt von sich halt, er könnte berühmt werden. Er wäre beliebt. Er wäre ein geiler Typ. Und der Witz der ganzen Serie ist dann, dass du die ganze Zeit im Real Life siehst, dass der das alles nicht kann und nicht ist. Und bei Stromberg kann man sich ja die gleiche Frage stellen. Wie, wieso sagt der, ja klar kannst du meine Schadensregulierung M bis Z filmen. Warum zum Beispiel nicht, warum hat das nicht die erfolgreichere Abteilung gemacht? Stromberg ist sicher einer, der denkt, wenn man mich jetzt hier sieht im Fernsehen, ich komme richtig gut weg, weil ich bin ein richtig cooler Typ. In Stromberg gibt es sogar einen Meta-Gag, also einen selbstreferentiellen Gag. Da wird Stromberg von einem Autohaus gebucht für eine Autogrammstunde, weil Stromberg ja jetzt bekannt ist durch diese Doku, die über ihn gedreht wird. Da kommt halt leider keine Sau. Ja und, ähm, was bei Stromberg, also Stromberg wäre im Jahr 2022 Querdenker. Moment, der hat Impfwerbung gemacht. Richtig. Es gab eine geile Werbekampagne mit Stromberg fürs Impfen. Stimmt. Stromberg hat kein echtes Bedürfnis danach, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Er sieht die Welt immer so, wie es seiner aktuellen Situation zuträglich ist. Als er in der Serie eine Aussicht auf eine Beförderung hat, lobt er Tanja, also die deutsche Pam, Tanja lobt er in den Himmel und setzt alles daran, dass sie seine Nachfolgerin wird, damit er selbst aufsteigen kann. Dass sie seine Position übernimmt und er aufsteigen kann. Und als er dann degradiert wird und zwangsversetzt wird nach Finsdorf, das ist übrigens, das ist ein fiktives Dorf, das gibt's nicht echt, er wird nach Finsdorf ins Kaff versetzt und dann redet er Tanja bei allem und bei jedem Thema schlecht und sagt, bei ihm wäre alles besser gewesen. Und als er am Ende... Erinnert mir einen das an einen gewissen Präsidenten, ich weiß. Und ja, aber auch, guter Vergleich, auch Trump-esk, Stromberg in der letzten Folge, Spoiler, in der letzten Folge Stromberg, im Serienfinale, wird er gefeuert. Echt? Er wird gefeuert und er stellt es aber vor seinen Untergebenen so dar, als wäre es seine eigene Entscheidung zu gehen. Typischer Stromberg-Moment. Ach, ich dachte immer, der Film wäre eigentlich die letzte Folge, weil da ist es ja so, dass er dann in eine... Was ich sehr passend fand, dieser Arschloch-Chef, diese blöde Sau, dann zur SPD wechselt. Im aller, aller, aller letzten Moment des Serienfinales gibt's dann doch wieder natürlich den Twist, dass Stromberg doch bleiben muss, weil alle anderen es verkackt haben. Er hat's halt hingedeichselt. Aber ja, Stromberg puzzelt sich seine Welt immer so zusammen, dass es ihm hilft. Dass es seine aktuellen Situationen hilft. Das ist so ein furchtbarer Mensch, ne? Und dieser Typ, ey. Der hat Werbung fürs Impfen gemacht. Genau, das ist doch Maria Herbst als Stromberg. Ja, ja, ich kann mich nur noch, war das für ein Vergleichsportal oder für ein Stromanbieter oder sowas, die dann immer noch gesagt haben, so mehr drin, als man eigentlich glaubt. Und wo er sich selber auch von so einem Kamerateam verfolgt wurde und dieser Spot immer damit endete, dass sie ihn gefilmt haben beim Popeln. Und er noch in die Kamera gezeigt hat. Aber Stromberg hat, glaube ich, hab ich irgendwo gesehen, generell auch damals schon Werbung als Stromberg gemacht. Das haben die irgendwie ausgeschlachtet, ne? Ja. Und diese Impfkampagne war echt auch wirklich ganz cool. Da hat er immer so eine falsche Aussage übers Impfen getroffen in seinem Stromberg-Stil. Dann kam eine Texttafel, die das richtig gestellt hat. Und dann gab's immer noch so einen Blick von ihm, wie er so, äh, also echt jetzt? Ach so. Das war echt geil. Das war gut gemacht. Kenn ich gar nicht. Bei Instagram hab ich die halt immer gesehen. Und das war echt, das war echt nicht so, ja, Impfen, ne? Also, da, also, also, hier, ne? Da wirst du Autist von, ne? Dann war mein Schild so, ach so, äh, das hab ich nicht gewusst. Ach so, na dann, na dann, äh. Ja, dann, äh. Nee, nee, ich komm klar ab hier. Das ist immer noch, das bleibt mir so im Kopf vorher, diese Pornofilter. Ich glaub, das war die erste Folge. Waren Sie hier zuletzt auf Russin-Schlamm? Und das ist halt, das ist halt, das find ich gar nicht so witzig. Das wär ja auch in der Comedy-Serie. Nee, aber er, er dann halt. Aber wie er halt reagiert, dann, ja, soll ich das dann wieder, ne, 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 ich komm, klar, ich komm, klar. Ich kann das, ich werd jetzt auch aufhören, Stromberg nachmachen, so war ein totaler Quatsch. Nee, also, das kann man schon machen. Aber das ist auch Christoph Maria Herbstes Problem, sehr lange gewesen und wird's wahrscheinlich immer bleiben, dass, ähm, der die Rolle nicht mehr rauskriegt, das war so ikonisch, dass, wenn du ihn siehst, in schlechten französischen Adaptionen, ähm, du siehst immer irgendwie ein bisschen Stromberg leider. Und das ist ein bisschen schade, weil der Typ ja vorher ziemlich bekannt war, also so von, von Sketch-Sendungen und so, ne, Ladykracher oder so was? Ladykracher, ja, der war der Sidekick. Aber weil er eben kein wallendes Haupthaar sich wachsen lassen kann, um, um, oder wie, äh, die Office-Darsteller sich fette Vollbärte oder so, ähm, sobald er... Du meinst Steve Carell, der von Staffel zu Staffel einen dichteren Haar in den Haaren gekriegt hat? Das ist supergeil. Ist er Steve Carell nicht der Besitzer von SpaceX und Tesla? Von der Space, von den Space Force. Von der Space Force, ja. Nee, ich meinte jetzt wegen Haaransatz und Dylan Musk. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ist natürlich auch Meta mit Space Force und so. Ja, jedenfalls, äh, kriegt der arme Christoph das, glaub ich, nicht mehr weg. Mhm, ja. Der, der Autor Ralf Hussmann, der war so, der, der, der Chefautor bei, äh, Stromberg, der Kopf dahinter, sagte in einem Interview, Ich würde nicht sagen, dass Stromberg ein Arschloch ist. So hab ich ihn nie gesehen. Stromberg hat nie versucht, auf Teufel komm raus, politisch unkorrekt zu sein. Das war immer nur ein Kollateralschaden bei dem Versuch, gemocht zu werden. Aber ich find, das beschreibt ihn nicht so gut. Also, das beschreibt er, so Michael, oder so, ne? Der das halt nicht böse meint, weil Stromberg, sorry. Aber viele der Sachen, die ich von ihm so kenne, ähm, da hab ich nicht das Gefühl, dass da ein guter Mensch hintersteckt oder, oder eine gute Absicht hintersteckt. Außer die, seinen eigenen Arsch zu retten. Sondern also, der, der, der opfert sich ja nicht für seine Belegschaft. Oder für seine Frau. Oder vor allem nicht für seine Frau. Vor allem ist er halt, ist er halt auch hochgradig beleidigend und intolerant. Wie du schon sagtest, klar, wenn's seinem eigenen Ding, äh, halt dient. Ich mein, in der ersten Staffel geht's ja darum, ob er zusammengelegt werden soll mit, ähm, der Abteilung von dem, wie heißt er immer, von dem Türken. Äh, und da ist er schon, äh, gerade wenn's um Kommentare dann geht, von einem Chef, von einem anderen Chef, also jemanden in der gleichen Position, der ihm weitaus kompetenter und weitaus beliebter und, 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 und höherrangiger im, äh, sozialen Gefüge dann halt auch irgendwie ist. Da wird der schon sehr ausfällig. Ja. Und da mein ich halt auch, das ist unterste Schublade, um, um einfach nur eine ganz provokative Meinung dann da halt auch einfach einzunehmen. Also, ich glaub nicht, dass das alles immer nur Kollateralschaden ist. Ich glaub wirklich, der hat was sehr Primitives in sich. Voll. Äh, Christoph Maria Herbst hat selbst in einem Interview gesagt, Strombergs Problem sei, dass er unzufrieden mit sich selbst ist. Er ist nicht liebesfähig und er liebt nicht mal sich selbst. Krass, oder? Ja, Stromberg sich selber nicht liebt. Stromberg liebt nicht mal sich selbst, meinte Christoph Maria Herbst selbst über seine Figur. Was diesen Geltungsdrang ja voll erklären würde. Ne, also, dass du halt, alle diese Chef, ähm, Charaktere haben ja, ähm, haben ja gleich, dass sie eine Gruppe vor sich haben an ihrem Arbeitsplatz, die, von der sie gemocht werden wollen, so. Und, ähm, wenn du dich selber nicht liebst, und das tun die dann, glaub ich, alle nicht, das tut ja auch Michael Scott nicht, ähm, dann musst du dir die, wie sagt man, dann musst du dir die, äh, die, die Props. Überkompensation, Alter. Ja, das heißt ja, den Zuspruch, halt aus dieser Gruppe holen, ne. Immer wenn ich Stromberg sehe, denke ich, Minderwertigkeitskomplex. Also, dass Menschen denken, sie selbst wären unzureichend und damit, also, mit so einem Minderwertigkeitskomplex umzugehen, eine der Strategien des menschlichen Geistes ist ja eine Überkompensation. Also, dass man sich total überhöht nach außen und so totaler großmäulig, äh, in die Welt rausgeht, obwohl man eigentlich innerlich total klein ist. Das ist aber auch ein Zeichen von, äh, Narzissten zum Beispiel halt auch. Ich hab neulich, ich hör gerade im Podcast sehr gerne auf Fred's Empfehlung, da muss ich Fred jetzt mal rausstellen und loben, der heißt in extremen Köpfen, find ich mega geil. Oh, Fremdwerbung. Jaja, das ist auf jeden Fall Fremdwerbung hier an der Stelle, aber da ging's auch neulich, ähm, da hat, äh, ähm, Nicole Jäger, glaub ich, Comedian, hat darüber gesprochen, wie sie sich halt jahrelang in einer sehr toxischen Beziehung befunden hat mit jemandem. Und da ging's halt auch darum, dass dieser Typ, mit dem sie halt zusammen war, halt, ähm, Hardcore-Narziss halt ist und der halt auch jegliche Rechtfertigung für seine Handlungen halt immer sieht. Also, sie hat's dann immer damit beschrieben, dass sie gesagt hat, so, ey, wenn ich dem nicht explizit gesagt hätte, so, ey, ähm, ich geh jetzt schlafen, erwirg mich mal bitte nicht im Schlaf, dann wär das für den Grund gewesen, dass wenn er das sonst gemacht hätte, wenn er sie im Schlaf gewirkt hätte, dann zu sagen, so, ja, du hast mir ja nie gesagt, dass ich das nicht machen soll. Also, deswegen hat er jede Legitimation darin gesehen, das zu tun und, ähm, dass der Moderator dieses Podcasts, der ist halt auch Psychologe und Psychiater, glaub ich, auch sogar, der hat auch gesagt, so, ja, von solchen Menschen, ähm, geht das halt auch davon aus, die wissen, dass sie im Prinzip kleine Würstchen sind und kleine Lichter und so und das aber in jedem Fall nach außen hin niemals zeigen würden und immer kompensieren würden. Also, die wissen, dass das kleine Würstchen sind und deswegen würde ich auch Stromberg eher als Narzissen eigentlich gesehen. Ich hab Stromberg immer als mega armes Würstchen gesehen. Voll. Ja, und, 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 und diese, dieser Geltungsdrang, da musst du dir halt vorstellen, ist jetzt ein Kamerateam, ne? Also, du kannst nicht. Du bist der Krasseste einfach nur, so, du bist der Chef und alle lieben dich. Für dieses Kamerateam musst du der Allerkrasseste sein und die geben dir ja dann die Chance, in Interviews zu zeigen oder zu erzählen, was du für ein geiler Typ bist. Und das verstärkt das natürlich, das ist ja wie, das Kamerateam ist wie, die Theke von der Stammkneipe, in der du dann groß und laut nach dem siebten Bier erzählst, dass du der allergeilste Motherfucker bist. Und nur, dass die in der Kneipe nicht drei Sekunden später sehen, wie es gestern wirklich war. Das wäre so, als würde einer neben dir in der Kneipe stehen, während du da rumkrakelst und der würde die ganze Zeit Videos zeigen, wie es wirklich war. Irgendwie vom Überwachungstape oder so. Große Problem von Social Media übrigens. Ja. Übrigens ein kleines Potpourri aus den besten Strombergsprüchen. Der erste ist mein Lieblingsspruch und das ist das allererste, was in der Serie, in der ersten Folge gesagt wird. Büro ist wie Achterbahnfahren. Ein ständiges Auf und Ab. Wenn man das jeden Tag acht Stunden machen muss täglich, ja, dann kotzt man. Oder wie wäre es mit dem hier, ja, jetzt schimmelt mir langsam die Geduld weg. Oder mir grinst die Sonne aus jeder Ritze, ich könnte Konfetti kotzen. Oder den hier könnt ihr euch merken für morgen, die Firma ist wie eine Ehefrau. Sie fickt dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Oh mein Gott. Dieser Typ, Alter. Sehr bezeichnend für Stromberg ist auch dieses Zitat, Wahrheit hat meistens ganz wenig mit Fakten zu tun. Gefühlte Wahrheit, darum geht's. Und auch sehr gut in unserer... Kann sich das die Bild-Zeitung bitte auf jede Ausgabe draufschreiben. Was für ein lächerlich aktueller Spruch. Und auch ein gutes Argument von Querdenkern wäre wahrscheinlich dieses Zitat. Ja, die Titanic wurde von Profis erbaut. Die Arche Noah von einem Amateur. So, so Inhaltsloser. Querdenker-Argument, ne? Aber man merkt auch, welcher Gruppe von Leuten er gefallen würde dann, die die Serie sehen. Er stellt sie ja nicht hin und möchte als bester, nettester Chef gesehen werden, sondern... Das Mann des Volkes. Ein Stammtisch halt. Er ist halt ein Macher, ne? Er ist halt... Ja, er ist der Papa. Er ist ein dummer Papa. Aber Papa... Väter wollen oder sollen ja auch von ihrer Familie bedingungslos... geliebt werden. Scheißegal, wie viel Blödsinn sie verbreiten. Ja, und es gibt... Meistens hassen ihn alle in der Serie. Aber es gibt in der Serie Stromberg hin und wieder Situationen, wo er aus irgendwelchen Gründen on top ist. Wo er kurz mal beliebt ist oder die Crowd auf seiner Seite hat. Gibt's eine Folge, wo sie ihn dann anfeuern mit... Loh, Schi, Loh, Schi, Loh, Schi, Loh, Schi. Weil er irgendwas Gutes gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Und davon lässt er sich mega beeinflussen. Und wie bei dieser Nummer vorhin auf der Bühne. Da ist er dann wie in Trance, wie im Rausch und macht alles, was die Leute von ihm wollen. Und zieht zu seinem Vorgesetzten mit seiner Büro-Crowd im Hintergrund, die dann demonstrieren für... Ich weiß nicht mehr, ob's mehr Geld war oder so. Und blamiert sich bis auf die Knochen, weil er bei seinem Vorgesetzten steht. Und seine ganzen Büro-Heinis hinter ihm stehen und irgendwelche Sprüche skandieren. Loh, Schi, Loh, Schi, Loh, Schi, Loh, Schi. Ein Vollidiot. Ach scheiße, die Folge kenne ich gar nicht. Fuck. Ja. Ich will über die ganzen Figuren von Stromberg gar nicht mehr so intensiv sprechen. Weil bei The Office US, was wir uns bald vornehmen werden, gibt's ja schon ein sehr interessantes Figurenensemble. Bei Stromberg ist es sehr krass fokussiert auf drei Figuren, nämlich Stromberg, Ernie und Ulf. Weißt du, was ich eigentlich immer noch viel interessanter finde bei dieser ganzen Serie? Weil wenn das wirklich so urdeutsch auch ist und sich so viele Leute damit identifizieren können, sagt das sehr viel darüber auf, dass wir... Und das finde ich eigentlich erst irgendwo beruhigend. Keiner hat einen Plan. Keiner hat eine Ahnung, wo es hingeht. Keiner kann seinen Job richtig. Und trotzdem läuft der Laden. Ja gut, aber das erzählt uns The Office US ja auch. Ja, na klar, aber das ist halt so geil, weil stell dir mal, aber ich hab mir gerade, ich hab mich gerade wirklich, das was Sven vorhin gesagt hat, ich hab mich da gerade ganz kurz mal als die, diese geistigen Ergüsse Strombergs gerade zitiert wurden, ähm, mir einfach mal vergegenwärtig. Stell dir mal vor, du bist halt Chef irgendwo. Und jemand kommt jetzt an und fragt dich direkt, hält eine Kamera auf dich und sagt, sag uns doch mal, was bedeutet es denn halt eigentlich, ein guter Chef zu sein? Ich wüsste nicht, was ich da sagen sollte. Selbst wenn ich ein guter Chef wäre, ich wüsste, ich könnte das nicht verbalisieren, weil es vielleicht etwas ist, was ich selber so verendetigt habe, dass ich es nicht erklären kann. Oder weil es einfach nichts ist, was du halt Leuten beibringen kannst irgendwo. Du kannst ja nur irgendwelche Werte vermitteln oder, oder... Hör dir dazu in unserem Premium-Kanal mal die Folge an über Jean-Luc Picard. Es wurden Bücher geschrieben über den Führungsstil von Picard, aber, äh, bei Stromberg ist es so, dass wir als Zuschauer ganz eindeutig gezeigt kriegen, dass er keinen Plan hat von dem Job, den er da tut. Es gibt viele Situationen, wo er nach konkreten Sachen gefragt wird, von Überschadensregulierung und er hat keinen Plan. Er ist komplett planlos, was den Job angeht. Und die Stromberg ist... Das ist doch Michael auch, der ist doch auch nur befördert worden, weil sie jemanden fürs Foto braucht. Also Stromberg ist nochmal eine ganze Nummer härter als die anderen Office-Sachen, behaupte ich, weil da passieren Sachen wie, dass Ernie einen Selbstmordversuch unternimmt auf dem Parkplatz. Und Stromberg dann einen dummen Witz macht, der leitet so Abgase ins Auto und Stromberg macht dann einen dummen Witz wie, sag mal Ernie, was, äh, hier, was ist das, was ist denn das denn hier, Abgasuntersuchung oder... Und es passieren richtig heftige Sachen, es werden Leute gefeuert, es werden Existenzen zerstört, der Laden fährt richtig gegen die Wand, da rollen Köpfe und die Kapitolversicherung muss der letzte Scheißladen auf der ganzen Welt sein. Trotzdem wird am Ende der Status Quo wieder hergestellt und es passieren auch so fiese zwischenmenschliche Dinge. Tanja wird schwanger, äh, Quatsch, äh, Frau Schirrmann wird schwanger und überlegt dann ihr Kind abzutreiben, weil der Vater Stromberg so ein Wichser ist. Ja, Stromberg hat ein Kind gezeugt, verfickte Scheiße. Ulf stellt sich als impotent raus und es ist mega traurig und deprimierend, wie er mit der Situation umgeht. Ulf ist sowieso der größte Vollidiot überhaupt in der kompletten Serie und null sympathisch. Ernie hat ein riesengroßes Aggressionsbewältigungsproblem. Alle Menschen in dieser Serie sind einfach ganz, ganz schlimme Leute. Ja. Also wenn, 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 wenn du das jetzt mit, ähm, das, wir fangen jetzt langsam an, die Brücke zu schlagen zu The Office, ähm, in The Office, sind das, ich sag mal, ähnliche Charaktere mit einer ganz dicken Prise Hollywood obendrauf. Ja. So, ne, also das sind sehr viele lebendigere Charaktere, sehr viel, äh, ich sag mal, die sind auch deutlich likable, also mehr likable. Ja, mehr likable, als man mag sie. Das ist ein guter, das ist ein guter Punkt, Sven, die sind bei The Office, wir machen gleich eine kurze Pause und dann schwenken wir um, aber bei The Office. Mir ist mein Wort gerade wieder eingefallen, deswegen gucke ich dich so an, red erst mal weiter. Likable. Die Leute bei Stromberg, und das finde ich geil, weil sowas können wir kleinen europäischen Kackländer in Sachen Filme so richtig ekelhaften, schmerzhaften, menschenverachtenden Scheiß machen. Nicht Hollywood, sowas können wir Deutschen und zum Beispiel auch die Franzosen und die Belgier mega gut, so Filme, wo du echt Schmerzen hast. Weil die sind ein scheiß likable. Alle bei Stromberg sind Arschlöcher und auch Ulf und Ernie, das sind Schweine. Alle Männer bei Stromberg haben auf die ein oder andere Art einen Dachschaden. Selbst Becker, der am Anfang als sehr guter Vorgesetzter eingeführt wird, stellt sich am Ende als Alkoholiker raus. Und in der letzten Stromberg-Folge ist er blau vorm Vorstand und sagt, ja, Entschuldigung, da hat mir jemand Wodka und Kaffee gemixt. Streng genommen wissen wir nicht, ob es nicht Stromberg war. Es wird nicht aufgelöst. Vielleicht war es Stromberg, aber fast alle Männer in der Serie Stromberg sind Schweine. Ja, oder eben Sau und Sau, Sau. So ein bisschen Feiern des Patriarchats und trotzdem sind sie alle so in der Herrschaftsposition. Oh Gott, ich hab nur negativ, ich geh jetzt pissen. Ja, nein, mach das mal. Die Dekonstruktion des Patriarchats sehen wir bei Stromberg. Ja, aber die Perversion, dass es immer noch aktiv ist. Aber sorry, die sind nicht alle nur Kacke und Arschlöcher. Also die sind nicht so doof anzugucken, weil sie alle Arschlöcher sind. Sie sind eben auch wie Ulf, der ja eigentlich theoretisch, jedenfalls laut Vorgabe, ein sympathischer Charakter sein müsste, mit dem du mitfieberst oder so, die sind halt wie der auch manchmal einfach nur doof. Doof gecastet, doof geschrieben, langweilig, unsympathisch. Die sind nicht unsympathisch, weil sie Arschlöcher sind. Der ist einfach auch ein bisschen leid. Ulf stellt sich auch relativ schnell als super rückgratloser Penner raus. Also der ist nur die ersten paar Folgen sympathisch halbwegs. Der stellt sich sehr schnell als super fauler, rückgratloser Wichser raus. Und Ernie, wo man eigentlich dazu neigt, Mitleid zu haben, weil er große zwischenmenschliche Probleme und Schwierigkeiten hat. Und ein hartes Mobbingopfer da ist. Und ein hartes Mobbingopfer ist, ist auch eigentlich ein wirklich, 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 wirkliches Schwein, was er da alles abzieht und tut. Er hat keinerlei Frusttoleranz, er hat ein riesen Aggressionsbewältigungsproblem und er ist auch jemand, der andere grundsätzlich abwertet, wenn es gerade nicht so läuft, wie er will. Man muss aber dazu sagen, dass das auch typische, ja, Symptome ist, glaube ich, das falsche Wort, ich sag mal, typischer Anzeichen oder Folgen von dauerhaftem Mobbing sind. Weißt du, wenn du pausenlos wahrscheinlich, ich meine, guck dir Ernie an, also wie der agiert. Er ist Bernd. Berthold. 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 Berthold, verzeihung. Du hast ja recht, er ist Berthold. Berthold, schau dir Berthold an. So Berthold, also von dem, was wir da so sehen und mitkriegen, ist dieses Mobbing ja eigentlich erst seitdem, der da arbeitet. So, ne, also, das kennt er wahrscheinlich schon sein ganzes Leben und diese Aggressionsprobleme. Ja, wie er noch erzählt in der ersten Staffel, so, ne, das hat mich nie gestört, nur einmal. Wir wissen aus der Serie sogar, dass sein Vater wohl ein Arschloch war. Und so wie er sich verhält, das sind so typische Folgen davon, gerade diese schlechte Impulskontrolle, die der hat. Dieses, ich sag mal, schadenfreudige, was der da manchmal hat, wenn jemand anders auf die Fresse fliegt als er. Was übrigens eine doofe Charaktereigenschaft ist, wenn du in der Schadensregulierung einer Versicherung gehst. Ja, stimmt, stimmt. Und all diese Sachen, das sind, das sind, im Prinzip sind das Folgen von krassem Mobbing. Also eigentlich ist das, was wir bei Ernie sehen, nicht Ernie ist ein Schwein, sondern Ernie ist eine ganz arme Sau. Das ist halt das, was ich an der Serie Stromberg halt wirklich nicht verstehe, dass wir da halt Leute sehen, die nicht parodiert sind, sondern die echt sind. Und wir selber stellen uns aber trotzdem als Zuschauer über die und lachen darüber. Und das ist was, was mich persönlich nie erreicht hat. Aber wirklich, wirklich lachen tut man ja nur über Stromberg und Ernie. Ist das so? Also die anderen sind nicht, die anderen sind zu real. Stromberg ist keine Serie, wo du als Zuschauer da sitzt und laut lachst. Also manchmal bei Stromberg selbst. Bei Stromberg ist die Reaktion eher so ein, ach du Scheiße, das haben sie wirklich gemacht. Also der, der, für mich der Höhepunkt, der Ernie-Höhepunkt, zwar dritte oder vierte Staffel, da stirbt seine Mutter. Ernies Mutter stirbt. Ach, mit der Heizdecke, ne? Und er ist mega depressiv. Ernie ist über Folgen hinweg in einer tiefen Depression. Warte mal, daran erinnere ich mich noch. Die Mutter stirbt, weil sie inkontinent ist und auf einer Heizdecke abends Pipi macht. Oh ja, stimmt. Und einen Kurzumschlag kriegt. Da gibt es einen Kurzschluss. Pass auf, und Ernie verschenkt die Sachen, so die Schokolade und die Sachen von seiner Mutter an seine Kollegen. Und die sind alle scheiße. Die Pralinen schmecken shit. Das ist alles ekelhaft. Und die Leute schmeißen das weg. Und Ernie kommt ins Büro rein und findet im Müll die Sachen, die hinterbliebenen Sachen von seiner Mutter. Und dann stellt er sich in der Mitte vom Büro hin und kippt das aus und wird richtig wild ein Tier. Denn das ist von meiner Mutter, ne? Das ist von meiner toten Mutter. Und ihr, ihr wollt die Schokolade hier, ne? Die hab ich euch geschenkt. Und ihr, also, ne, so geht das nicht. Boah, das ist schon unangenehm, das von dir nachgespielt zu sehen, Alter. Warum sind Deutsche so schwarz, so grau, so traurig? Also, wenn die Office US Heavy Metal ist, dann ist Stromberg Black Metal. Ja, Mann. Weil das ist eine komplett brutale, harte Konsequenz. Da wird richtig geschrien. Bei Stromberg gibt's Situationen, wo du da sitzt und denkst, ich will einfach nur weg. Du alte Fotze! So was passiert halt bei Stromberg, dass sich Leute richtig anschreien. Das ist halt so typische deutsche Pointe, ne? So wie viele Deutsche braucht's, um eine Glühbirne auszutauschen? Ein! Wir sind effizient und kennen keinen Humor. Ja, aber weißt du, an der Stelle, ähm, also das Faszinierende bei Stromberg, gerade in solchen Situationen, ist ja, dass die keine Comedy machen an der Stelle, das ist keine Comedy, das ist eine furchtbare Situation. Also die Szene kenne ich auch, die ist schlimm. Das ist wirklich, das ist grauenhaft. Und, ähm, der Humor für, es ist ja nun mal eine Comedy-Serie, ähm, entsteht ja im Prinzip durch dieses unglaubliche Unwohlsein, durch die Kommentare von Stromberg selbst danach. Die Szene selber ist furchtbar, die Herleitung ist furchtbar, das ist Stoff für ein Drama, das ist ein Kann-Film, der da gerade passt. Als ich das gerade hier parodiert hab, die Gesichter von euch dreien, ihr habt ausgesehen, als hätte ich euch gerade von einer Abtreibung erzählt. Ja, ey, das ist ja auch eine schlimme Situation halt einfach so, damit kann sich auch irgendwie jeder auseinandersetzen. Und wie gesagt, das ist halt nicht auf Witz halt dann angelegt. Also ich bring jetzt mein Gedanke mal zu Ende. Also das, ähm, genau, was wir da sind, wie gesagt, das ist mega ernst und das ist so ein bisschen Humor entsteht aus der Ernsthaftigkeit, nur übertrieben. Also Stromberg reizt das ja bis ins Letzte aus, ähm, dass wir uns richtig beschissen fühlen und dann jemand drüber lacht, nämlich im Zweifel Bernd Stromberg. Und das ist für uns dann so der, der, der Cue, wo wir sagen, Alter, was soll das? Und dann fängst du irgendwann auch an zu lachen. Darum geht's ja so ein bisschen. Vergleich jetzt mal, ähm, Ernie mit Dwight, ne, aus der, aus US. Das ist ja im Prinzip derselbe Charakter, ne, also die funktionieren ja alle sehr ähnlich. Ähm, Dwight hat auch solche Ausraster, da hat er irgendwelche Ninja-Waffen in der Hand und macht die Decke kaputt. So, das ist halt Comedy. Der hat die, der hat die Katze von Angela Gemercy killed, weil er gesagt hat, ich hab ein Tier gesehen, was gelitten hat und deswegen hat er, der hat ne, nur leicht kranke Katze getötet. Ja, aber, ne, aber was ich meine, sind diese Ausraster, wo er dann anfängt rumzuschreien und so, da hat er auf einmal Waffen in der Hand und verkleidet sich als Roboter. Weißt du, so, das, das ist ganz offensichtlich Comedy. Likeable. Das ist likeable. Das ist likeable, das ist Sitcom. Und, ähm, Stromberg ist per Definition ne Sitcom, weil Sitcom Situation Comedy heißt, aber, äh, so, das, das hat nicht diesen Sitcom-Vibe. Das ist eigentlich eher ne sehr ernste Serie mit schrulligen Charakteren. Es beruht halt sehr viel auf Schadenfreude halt einfach, ne, du kannst dich, wir Deutschen sind ja nun mal die einzigen in der Welt, die ein Wort haben für Schadenfreude. Und das ist Schadenfreude, also, in Englisch sagen wir Feeling Pleasure for Somebody's Misfortune. Und du kannst halt so diese, gerade diese, diese Ebene Fernseher schafft ne sehr schöne, ne sehr schönen Abstand dazu, dass man diese Situation vielleicht auch kennt, vielleicht sogar auch in so einer Situation schon mal war, weil jemand einen nervlichen Zusammenbruch hatte, auf ne Hochzeit sich daneben benommen hat, vielleicht sogar auf ne Beerdigung im Büro oder was auch immer, bei irgendwelchen Ereignissen, die eigentlich lustig sein sollten. Und der Fernseher, gerade in deiner Einsamkeit, wenn du dann zu Hause auch irgendwie alleine sitzt oder so, genervt von deinem Job, dir sowas wie Stromberg anguckst, du da herzhaft drüber lachen kannst oder einfach sagen kannst, das ist, ich verbringe mich gerade in eine bessere Situation als die, die ich eigentlich sehe oder die ich sogar kenne. Also ich bin da, äh, ich muss sagen, Stromberg macht da was anderes, was du gerade beschrieben hast, ist das, was zum Beispiel The Office US macht, also da ist so dieser Schadenfreude-Moment, oder ganz viel, ne, oder auch dieser Fremdscham-Moment, dass das lustig ist, gerade wenn Michael auftritt. Ähm, weil Stromberg geht da einen, ja, Schritt weiter will ich gar nicht sagen, sondern einen etwas anderen Weg. Du zeigst eine Situation, die weder lustig ist, noch cool, noch irgendwas, die einfach nur schlimm ist, zeigst dann jemanden, der sich darüber lustig macht, also der Schadenfreude empfindet, und löst das dann nachher auf. Also du lachst eigentlich im Prinzip über den Typen, der Schadenfreude hat. Du selber empfindest die Schadenfreude gar nicht, weil das, was da passiert, viel zu real ist. Ja, ist halt die Frage. Also du lachst über den Typen, der schadenfreudig ist. Das finde ich halt, ja, okay, ja, das ist das für den Automan. Und über den stellst du dich, also moralisch vor allem. Auf jeden Fall, so ist das eingelegt, aber bei dem Ernie-Ding auch gerade, was Fred uns gerade demonstriert hat, denke ich mir halt auch, dass es dann da einige gibt, die halt wirklich dann so, ich, gut, das ist so eine Offenbarung derer Charaktere dann, die dann da sitzen, oh, jetzt riech dir meine Sof, ne, so Sachen, ne. Aber du hast jetzt dann halt die Feierabendbier nehmen und sich dann richtig gut dabei trotzig fühlen. Ja, gut, das kann sein. Ihr habt jetzt beide diese deutschen, also international deutsch benutzten Begriffe Schadenfreude und Fremdscham benutzt, aber ich glaube, es ist nicht immer Schadenfreude oder der Umgang mit Schadenfreude bei Stromberg. Ich glaube, dieser Fremdscham-Charakter, der ist noch viel größer. Also das spielt, glaube ich, die entscheidendere Rolle. Das meine ich ja. Mehr als Schadenfreude. Bernd Stromberg ist schadenfreudig, nicht der Zuschauer. Das ist ja das, was ich meine. Ach so, ja, ja, nee, ich glaube, aber generell Fremdscham, dass du da was anguckst, was dir so unangenehm ist. Oh Gott, ja, so ist meine Kollegin auch oder so. Ich glaube, das spielt auch eine sehr große Rolle. Ich glaube, ihr habt mir ja auch irgendwie erzählt, Fremdscham wurde dann Wort des Jahres, Unwort des Jahres auch durch Stromberg, zumindest in Österreich oder sowas. Warte mal ganz kurz, weil das Thema gerade aufkommt. Das ist super interessant. Das Wort Fremdschämen ist ein Neologismus, also ein relativ neu geprägtes deutsches Wort, das Anfang der 2000er aufkam in Deutschland, wo es losging mit Serien wie Stromberg und Assi-TV. Das Wort Fremdschämen gab es, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, vor dem Jahr 2000 nicht im deutschen Sprachgebrauch. Das ist ein Wort, das Anfang 2000 losging. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das klingt immer so, als wäre das schon immer in unserer Sprache drin. Es gibt ein Interview von Christoph Maria Herbst, wo das losging mit Stromberg 2004, wo er das Wort Fremdschämen benutzt hat. Da wurde er gefragt, was glauben Sie, warum ist Stromberg so erfolgreich? Und dann sagte er, Fremdschämen spielt da eine Rolle, die Lust am Fremdschämen. Und das ist eines der ersten Interviews, eines der ersten belegten Publikationen in Deutschland, wo jemand dieses Wort benutzt. Also Stromberg oder Christoph Maria Herbst haben das Wort sicherlich nicht erfunden, aber dieses Wort ist relativ neu im deutschen Sprachgebrauch und Stromberg hat da einen Anteil daran, dass das geprägt wurde. Das ist schon krass, ne? Mit so Reality-TV, wo du das erste Mal Reality-TV aus Amerika bekommen hast und das Gefühl Fremdscham erlebt hast, ist es ja vielleicht so, dass dann dieser Büroalltag eine Weiterentwicklung für dich war. Es ist nicht irgendwelche Florida Housewives, die du dir bei MTV angeguckt hast und dich für die fremdschämst, sondern es könnten Kolleginnen und Kollegen von dir sein, wo du dich jetzt fremdschämst. Und vielleicht war das auch ein Grund für den Erfolg von Stromberg. Das ist so Fremdscham, aber in einer Welt, in der ich mich richtig gut auskenne, weil mein Arbeitsplatz genauso ist. Ich wollte gerade sagen, du eliminierst den Faktor Voyeurismus nämlich, weil du kennst die Scheiße. Ja, genau. Also ich glaube, Fremdscham ist wirklich das Wort, was das ausmacht. Weniger Schadenfreude, weil der meiste Humor ist ja immer, ist nicht, da passiert etwas extrem Schlimmes wie die Ernie-Szene oder noch schlimmer das, was Fred daraus gemacht hat gerade und der Umgang mit Stromberg, sondern Fremdscham in so Mini-Situationen wie Stromberg packt jemanden unangenehm an, sagt was unangenehm ist, klebt dir einen Hitler-Zettel auf die Stirn und all diese Mini-Szenen, die sind ja nicht schadenfroh oder zumindest, ja, oder vielleicht bist du froh über den Schaden, den Stromberg da hat, keine Ahnung, aber hauptsächlich, jetzt ist 2022, wir sagen nicht mehr Fremdscham, wir sagen Cringe. Cringe. Es ist hauptsächlich Cringe die ganze Zeit. Ja, aber das ist halt auch, was ich halt meine, dass das Prinzip Schadenfreude bei Stromberg und Fremdscham, aber ich glaube auch Schadenfreude, sehr, sehr großen Anteil hat, weil wie wir schon festgestellt haben, die Figuren sind alle scheiße. Das sind alles Arschlöcher. Ja. Und ich kann mir hundertprozentig vorstellen, es gibt ja den einen oder anderen, weil ich hab jetzt auch, ich hab die erste Staffel Stromberg gesehen, wie gesagt, ich hab's gesehen, ich hab's nicht genossen, aber ich hab's gesehen, ähm, und, äh, ich find Ulf und Ernie und Tanja und Stromberg, ich find die alle ätzend in diesem scheiß Büro, ich hab einfach keinen Charakter, den ich in irgendeiner Weise leiden kann, ne? Ja. Und wenn ich jetzt höre, äh, Ulf stellt sich später raus, ist impotent. Dann gibt's dann auch Leute, äh, die dann die Serie noch länger gesehen haben und dann sagen, ha, gerecht. Ach so, dass da wieder Schadenfreude dann. Und dass dann Schadenfreude daraus entsteht, dass du einen Charakter hast, der vollkommen arschig angesetzt ist und dann einen Nervenzusammenbruch hat, einen Ausraster oder was, oder Stromberg schon, der ja auch in den ersten paar Folgen schon, äh, ich glaub seine Vorgesetze so platt wie möglich an, anmacht, dass du diesen Arschloch-Chef halt einfach auch scheitern sehen möchtest und daraus so viel Freude halt ziehst. Dass du siehst, dass er mit dieser Kacke, die er halt irgendwie abzieht, halt nicht durchkommt, das hat sehr viel mit Schadenfreude zu tun. Aber noch eine kurze Zwischenfrage, meint ihr, das sehen nur wir jetzt so, ich hab ja eingangs gesagt, ich glaube Stromberg ist nur deswegen jetzt so unangenehm für mich, weil ich jetzt andere Office-Formate gesehen habe. Weil ich hab das so damals nicht wahr, nicht so schlimm, wie wir das jetzt hier gerade die ganze Zeit besprechen und auch zu Recht so, ich mein das nicht so wahrgenommen zu haben. Weißt du, was der große Unterschied, ähm, zu, von heute zu damals war? Weil ich erinnere mich daran, dass meine, ähm, nicht meine Eltern, sondern meine Tante, ich hab eine Tante, die damals auch schon im Büro gearbeitet hat, die hat genauso gesprochen wie wir jetzt. Ah, wir kannten das einfach noch nicht. Der Unterschied ist, wir saßen jetzt mal im Büro. Ja, ja. So, ne, also wir haben's jetzt mal erlebt. Ich wollt grad sagen, als Stromberg, äh, on air ging, da waren wir alle 14, 15, 16, irgendwas. Ja, genau. Und dann, als das in der vierten Staffel war, waren wir, da war ich 18, da wart ihr 22, so. Ja. Geht sogar noch älter. Ja, und das, äh, es ist, äh, es ist einfach bittersüß. Bei solchen Sachen wie der Nummer mit Ernie gerade, mit dem Mülleimer, da haben wir auch nicht lachend vorm Fernseher gesessen. Es gibt da sehr viele Szenen, die sind nicht zum Lachen. Es gibt eine Situation, da, ähm, wo der Stromberg dann nach Finstorf strafversetzt wird, da bewirbt sich ein Behinderter bei ihm, der hat, dem fehlt ein Arm. Und dieser behinderte Mann, der ist auch ein richtiges Arschloch. Der ist ein noch größeres Arschloch als Stromberg selber, weil er nur beleidigend und unfreundlich, ähm, ist. Zu allem und jedem. So, und Stromberg platziert diesen behinderten Mann absichtlich in seiner ehemaligen Abteilung bei Tanja, damit er der Unfrieden stiftet. Und das Gefüge da auseinanderbringt. Und Stromberg schwärzt Tanja dann an und behauptet, sie hätte ihn eingestellt, damit Stromberg wieder zurückkehren kann. Ich hab hier auch nochmal ein kleines Best-of von Strombergs schlimmsten Aktionen. Oh Gott. Er hat... Warte mal, da brauch ich eine Pause, ey, Alter. Guter Zeitpunkt, wickeln zu gehen. Er hat seine, äh, er hat seine Putzfrau physisch-sexuell belästigt. Und, das muss man soweit sagen, unbeabsichtigt dazu beigetragen, dass sie abgeschoben wurde. Er hat... Er hat seine Kollegin Erika indirekt in den Tod getrieben. Was, die ist gestorben? Die ist gestorben, ja. Ich glaub, Ende der zweiten Staffel oder dritten. Er hat Ernis Hund geklaut und ihn, äh, seiner Kollegin Sabbel verkauft. What? Er hat den Senioren in Finnsdorf in Nordrhein-Westfalen Tsunami-Versicherungen verkauft. Ähm, er hat in der letzten Staffel, als Jennifer Schirrmann schwanger war, ähm, keinerlei Verantwortung für dieses Kind übernommen, als es ihm nicht gepasst hat. Und sie fast dazu gebracht, das Kind abzutreiben. Und er verbreitete, wie schon gesagt, mehrfach bewusst falsche Informationen über Kollegen, die ihm nicht passten. So erzählte er zum Beispiel rum, dass sein vorgesetzter Herr Becker homosexuell sei. Oder, dass er Depressionen hat. Um ihn anzuschwärzen. Alter. Man merkt auch Anfang der 2000er, dass man beides gleichwertige Probleme tut. Ja, stimmt. Scheiße, er hat. Ja, und bei Ernis Selbstmordversuch, wie schon gesagt, reagierte er extrem unsensibel. Aber das war die ganze Abteilung. Oh mein Gott, warum ist dieses Land? Die Serie wird im Laufe ihrer fünf Staffeln auch immer härter und schlimmer und bitterer. Also die schlimmste Staffel ist, glaube ich, für mich die, wo er in Finsdorf ist, wo er strafversetzt wird. Das ist wirklich nur noch menschlicher Abfuck und Leid und Schmerz und Verantwortungslosigkeit und Trauer. Es ist einfach nur noch Trauer und Schmerz. Stromberg gucken ist wie sich ritzen und dabei einen lustigen Cartoon gucken. Es ist die gesamte Klaviatur der grauenhaften und auch schönen menschlichen Emotionen. Stromberg tut weh und will auch wehtun und muss wehtun. Ich finde das so schlimm, weil dadurch, dass die Serie so einen Erfolg hatte, sagt mir persönlich, dass als Person viel zu viel über den deutschen Querschnitt der Gesellschaften... Wenn Aliens unsere Funkschale empfangen und Stromberg gucken, drehen die wieder um und fliegen wieder zurück nach Alpha Eridiani und sagen, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber vielleicht gucken sie ja dann im Ausversehen noch Tatortreiniger und das macht dann wieder alles gut. Auch Arne Feldhusen und Bjarne Medel. Und das ist auch irgendwie ernst, aber eben voll witzig und lebensbejahend und liebevoll und so. Und das können wir halt auch. Das ist auch geil. Da muss ich aber auch sagen, tröstet euch, wenn irgendwann mal irgendeine Alien-Zivilisation irgendwas Menschliches ausgript und die Disneyland entdecken sollten, denken, die wir haben einem riesigen Mausgott geholt. Das stimmt, ja. Oh Gott, das stimmt. Vielleicht war das in Ägypten auch nur so Catland damals. Okay, Leute. Dieser erste Teil der Show war erstaunlich intensiv. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir gehen kurz mal hinter den Kopierer. Ich rufe jetzt meine Mutter an. Und dann sprechen wir über die Office US und Michael Scott. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Die Office US. Wow. Kopf dahinter war der Autor Greg Daniels, der wie viele US-Comedians aus dem Saturday-Night-Live-Umfeld kam. Die Office US war ein Riesenerfolg in den USA und international und endete... Stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht. Es war kommerziell nicht so der Riesenerfolg. Nee, also das ist tatsächlich nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Also das lief gut genug, um davon neun Staffeln zu machen, ja. Aber es war jetzt nicht so ein Riesen-High-Key, das in den letzten Jahren wurde. Das kommt tatsächlich erst durch Netflix. Es war immerhin zwei... Also ich glaube, es ist so eine Serie, die erst nachdem sie fertig war, dann so zu Kult-Status wurde. Von Memes. Ja, sie ist Memes und sie ist, soweit ich halt auch weiß, in Amerika, sie war nicht kommerziell so erfolgreich, aber sie war die frequentiert Eingeschalteste. Also die Quoten waren auch nicht so extrem, die waren gut, aber nicht extrem gut. Die waren stabil. Aber die Leute, die es geguckt haben, haben es wirklich durchgeschaut. Also wer einmal gehuckt war, hat es auch wirklich durchgeguckt. Genau, also der Gag war halt eben, als es dann, also gerade durch Memes, das war jetzt gerade nicht mal ein blöder Spruch, also diese Meme-Welt hat The Office echt hochkatapultiert in so ein Comedy-Olymp. Wir alle kennen diese Michael-Scott-Memes. Allein dieses Foto, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, dass er so ein schönes Foto mit seinem ehemaligen Chef gemacht hat, wo er da steht, also wie heißt das, Steve Carell, mit dieser Bauchtasche und den langen Haaren und so. Das war so der ersten Office-Memes, die da rauskamen. Großartig. They're the same picture. Ja, genau, ja, genau. Großartig. Und dann halt eben dieses No, God, No, 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 Oder diese ganzen Dwight-Interview-Fotos halt auch so dieses People say life's short. Wrong. It's the longest thing you ever do. Ja, ja, genau, genau. Also das hat es riesig gemacht und dann Netflix hat das, oh, wann war das? Vor drei Jahren, glaube ich, in den US. 2018. Genau, vier Jahre mittlerweile aufgekauft, beziehungsweise die Lizenzen gekauft. Ach so, nee, sorry, ich meinte was anderes. 2018 war The Office meist geguckte Serie bei Netflix USA, noch vor Friends. Ja, genau, das meine ich. Also das ist da, wo die Lizenzen gekauft haben, dass sie es gekriegt haben. Und da wurde das dann halt geguckt wie blöd. Ach so, okay. Und das eben gepusht durch diesen Internet-Hype vorher, durch diese Memes und so. Also jeder kannte es, aber kaum jemand hatte, oder wenige hatten es gesehen, weil die Quoten damals einfach nicht so krass waren. Und das ist übrigens jetzt in Deutschland, ist es ja dieses Jahr oder Ende letzten Jahr. Sehr frisch, ja. Und hier übrigens genau das gleiche Spiel. Also das ist international gerade die erfolgreichste oder am meisten geschauteste Netflix-Serie überhaupt. Also das hat Stranger Things alles überholt. Also das ist das Ding gerade. Wie reicht kein Ricky Gervais noch werden? Ja, übrigens krass, ja. Danke Netflix Deutschland, dass ihr es übersetzt habt als das Büro. So hieß es in der ersten Ausstrahlung in Deutschland auch. Das lief auf Comedy Central, glaube ich. Das ist mir aber nicht sicher gerade. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber da hieß es auch das Büro. Das steht auch, wenn du bei, Entschuldigung, ich bringe das mal eben zu Ende. Wenn du bei Wikipedia zum Beispiel die Office eingibst, da steht auch in Klammern ehemals das Büro. Weil das ursprünglich mal so übersetzt wurde. So ähnlich wie bei Toon of Man mit meinem cooler Onkel Charlie. Ich glaube, ich glaube nicht nur, dass das das Büro heißt, sondern auch. Das ist ja meine persönliche Meinung, reden wir bestimmt gleich drüber oder nie wieder, dass die deutsche Synchro nicht so geil ist, wie sie bei anderen Serien geil ist. Doch, die ist sehr gut. Ja, okay, genau. Das wusste ich, dass das kommt. Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, das sind Indizien dafür, dass die Serie eben damals, als sie lief und dann ins Ausland verkauft und adaptiert wurde und so, nicht so der Überburner war. Ich glaube, hätte man damals, so wie die erste Staffel Vikings, hätte man damals gewusst, was das für eine krasse Geschichte wird, dann hätte man sich vielleicht etwas mehr Mühe gegeben oder man hätte den Titel The Office dann lizenziert oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich glaube, dann wäre die besser behandelt worden, als sie das ist. Aber sie ist halt behandelt worden zu dem Zeitpunkt, als sie nach Deutschland gekommen ist und da ist sie so eine Spatensendung gewesen. Da war sie nicht die große internationale Erfolgssendung. Das wusste man ja noch nicht. So wie, ich meinte ja gerade, erste Staffel Vikings, wo sie auch gedacht haben, ja, das wird schon, das ist halt so eine Serie. Und dann nach der zweiten haben sie dann gesagt, oh scheiße, jetzt müssen wir mindestens den Bruder von dem austauschen. Die haben dann ja alle ausgetauscht und die erste Staffel neu synchronisiert. Achso, achso, genau. Die sind voll reingegangen nachher. Ja, da müssen wir vielleicht doch die Arige der Synchro-Leute reinschicken und vielleicht nochmal schlauere Bücher schreiben. Das nicht nur so, als die Lust, ja, da ist so eine Serie aus den USA. Also die Serie gilt als absolute Meme-Fabrik, wie ihr gesagt habt. Ist in Deutschland gerade heftig am Kommen, weil es jetzt, wie gesagt, bei einem großen deutschen Streaming-Dienst läuft. Hat einen krassen Umfang für so eine nette, kleine Sitcom. Neun Staffeln mit insgesamt 201 Folgen. Aber auch Knall hat durchgezogen mit diesem 20, 22 Minuten Ding. Ich glaube, sie haben einmal in einer Staffel haben sie vier Folgen, die mal um die 40, 45 Minuten gingen. Schlimmste Entscheidung ever, haben sie zum Glück selber gemerkt und dann wieder auf 20 Minuten umgewechselt und geswitcht. Dazu muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich weiß, Fremd will mit seiner Moderation weitermachen, aber wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe letztens, wann war das, da hatte ich irgendwas, hatte ich am nächsten Morgen. Ich glaube, ja doch, das war Sonntag, bevor wir hier wieder angefangen haben, nach Corona. Saß ich so zu Hause und habe The Office geguckt und dachte so, ey, komm, wir haben halb zwei, jetzt geh mal ins Bett. Ich weiß, du bist es gewohnt, durch Dings die ganze Nacht Elden Ring zu spielen, aber du musst ja irgendwie morgen wieder arbeiten. Und ich habe dann gesagt, komm, eine Folge guckst du noch. Und dann habe ich eine Folge noch guckt und dann, ja komm, eine Folge guckst du noch, wie das halt so ist, ne? Gerade bei so 20-Minuten-Serien. Und dann habe ich halt in der Mitte der Folge ausgemacht, dachte so, ey, komm, jetzt musst du schlafen, guck auf, die Uhr ist fast drei Uhr, weil das der Anfang der vierten Staffel war, wo die Folgen vier Folgen lang oder so alle 45 Minuten dauern und ich das nicht gemerkt habe, dass die auf einmal ewig lang war. Ich auch nicht. Das war echt brutal. Ich habe das auch nicht gemerkt. Mir ist das gerade komplett neu, was ihr da erzählt. Die richtige Office-Buffs streiten sich auch darüber, wie viele Folgen es gibt, weil es so viele Doppelfolgen in der Serie sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich habe es gemerkt, ich habe früh morgens im Bett gesessen und habe es mir auf dem Tablet angeguckt und habe es tierisch ätzend empfunden. Weil ich dachte so, meine Fresse, wann kommt diese scheiß Folge denn mal zu Potte? Und habe dann wirklich geguckt, ob das nur für die Staffel jetzt für ein paar Folgen ist und ob die das für die nächsten Staffeln halt auch machen. Weil das wäre für mich ein Grund gewesen, die Sendung runterzuschrauben, weil ich das so anstrengend und ätzend fand. Das Thema Folgenlänge ist jetzt auch nicht ganz so interessant. Die letzten beiden Folgen waren auch 45 Minuten. Richtig, das Serienfinale. Können wir noch mal die Glocke läuten, dass Tobi es wieder geschafft hat, Elden Ring zu erwähnen? Weißt du, es reicht natürlich nicht zu sagen, ich sitze ja da immer lange und spiele vor meiner Konsole. Nein, ich habe Elden Ring gespielt. Die Serie, okay, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr schnell fünf Minuten lang darüber geredet, wie lange die die Office-Folgen sind. Jetzt fahren wir wieder ein bisschen runter. Die Serie ist ein internationales Phänomen und die Story dreht sich um die Dunder Mifflin Paper Company, also genau wie bei die Office UK, um eine Großhandelspapierfirma in Scranton, Pennsylvania. Das ist so ein unspektakuläres Pisskraft wie meine Heimatstadt Pforzheim. Kleiner Funfact übrigens, beim Intro diese ganzen schlechten gesoomten Bilder aus Scranton, die man sieht. Die sind von John Krasinski, nämlich nachdem er die Rolle bekommen hat, ist er da mit Freunden hingefahren und hat das selber gefilmt mit der Papa-Camp. Und von Rainn Wilson. Von der Figur Jim. Von der Figur Jim. Ja, und Dwight. Es wurde zunächst erst eine Pilot-Folge gedreht, die allererste, und die ist noch sehr nah am Original The Office UK. Ich habe mir, was man halt so macht, wenn man in Corona-Lockdown hockt, ich habe mir die erste Folge The Office UK angeguckt und dann direkt die erste Folge Office US, um das zu vergleichen. Es ist fast dasselbe Skript. Die gleichen Gags, teilweise dieselben Dialoge, ähnliche Figuren. Ab der ersten Folge, also die Serie wurde dann verlängert, emanzipiert sich die Office US aber sehr stark. Es gibt immer wieder Ideen. Also The Office US ist deutlich näher am Original als zum Beispiel Stromberg. Und was super, super spannend ist, wir gehen gleich auch auf die Hauptfiguren ein, aber was super spannend ist, bei The Office US, ich sage jetzt nur noch The Office, da spreche ich, also ich sage jetzt nicht immer US dazu, dass der Hauptcast, so die Haupt, die vier Hauptfiguren, das sind professionelle Comedians, das sind Schauspieler, aber ganz viele Leute so aus dem B-Cast, die Leute, die am Anfang nur im Hintergrund sitzen, so Stanley, Angela, Phyllis, Tobi und so weiter, das sind zum Teil Leute, die eigentlich hinter der Kamera gearbeitet haben und da hat man halt gesagt, ja hockt euch da auch mal mit rein. Zum Beispiel Phyllis, die dicke, mamamäßige Figur, die ruhige, gemächliche Papierverkäuferin. Immer witziger wird im Laufe der Serie. Die war Casting-Assistentin und die haben dann gesagt, hey Phyllis, du wirkst so echt und cool und locker und passt so gut hier rein, willst du dich nicht einfach mal da mit ins Set reinsetzen? Sie war übrigens in den 80ern Burlesque-Tänzerin. Ich wollte gerade sagen, das ist das gut. Und Cheerleaderin. Und Cheerleaderin. Die sah echt scharf aus. Wow. Da machen sie auch einen Gick drüber in der Serie. Musste wegen einer Beinverletzung ihre Karriere aufgeben und wurde dann Casting-Assistentin in Hollywood und hat dann durch diesen Umweg da reingefunden. Oder zum Beispiel die Figur Tobi. Och ja. Bester Mann, ey. Bester Mann. Der HR-Typ, der einfach nur ein ultraschräger Typ ist, das ist einer der Drehbuchautoren. Das ist einer der Schreiberlinge. Und dann haben sie gesagt so, hey, ich hätte Bock da auch mal mich mit reinzusetzen und zu gucken, wie es ist als Schauspieler selber. Die Geschichte von Tobi ist sogar noch ein bisschen anders. Tobi wurde geschrieben, weil ihnen eine Figur gefehlt hat für eine Folge. Der war nur angesetzt für eine einzige Folge. Und weil sich kein Schauspieler dafür gefunden hat, weil sie auch kein Budget hatten, haben sie gesagt so, ey, komm, mach du das doch mal einfach eben. So ist eh unwichtig. Mach mal einfach. Und dann haben die Produzenten aber, die Ober- und die Showrunner, haben diese Folge dann gesehen und haben gesagt so, ey, der Typ, der den Tobi spielte, der ist ja der Hammer. That red-haired guy. That red-haired guy, ja, der ist ja der Hammer. Mach den, bau den mal weiter aus. Engagier den mal nochmal. Total geil. Weil der hat dieses ganze Tobi-Ding, dieses so. Ja, and then I just gave them the formula. Dass er immer so sehr ruhig und sehr, sehr schüchtern redet. Der Typ hatte tatsächlich bis zu der vorletzten Staffel The Office, der hat eine Angststörung. Der hat eine Angststörung und der ist extrem schüchtern gewesen bis dahin. Und er hat auch selber gesagt, The Office hat ihm eigentlich erst die Möglichkeit gegeben, genug Geld halt auch zu sparen, weil Therapien in Amerika kosten eine ganze Menge Kohle, dass er das therapieren lassen konnte. Deswegen ist die Figur dann auch später, du siehst ja auch richtig in den letzten zwei Staffeln, wie die dann halt noch aufgeht. So, der nimmt ja extrem viel ab. Der fängt an, andere Klamotten zu tragen. Der trägt bessere Brillen und sowas. Ey, er wird geschworener beim Scranton-Würger-Prozess. Der Scranton-Strangler. Ey, kennt ihr die Fan-Theorie, dass er der Scranton-Würger ist? Wow. Das ist eine Fan-Theorie, die, wenn du dir die Serie anschaust, die habe ich vorher tatsächlich zum ersten Mal, als der Scranton-Würger aufkam, habe ich das mal gegoogelt, weil mir langweilig war. Und da bin ich auf diese Fan-Theorie gestoßen und dann hieß es so, achtet mal drauf. Und ich habe halt die ganze Zeit darauf geachtet. Und das ist echt, das ist super lustig, wenn du darauf achtest, ob der das ist. Und es gibt ein Interview aus einem Podcast, wo sie den Schauspieler, beziehungsweise ja eigentlich Drehbuch-Menschen, gefragt haben, bist du jetzt eigentlich der Scranton-Würger? Voll geil. Und er dann halt meint so, nee, bin ich nicht. Also laut den Schreiberlingen ist es nicht. Aber anhand der Serie kann man das nicht widerlegen. Aber er wird doch in einem Knast. Das kann gefakt sein, diese gelöschte Szene. Nein, kann man nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er glaubt, er verteidigt ja bis zur letzten Staffel, verteidigt er ja den Strangler, dass er das nicht war. Und er trifft ihn ja dann auch. Und wird gewürgt. Ja, das wissen wir ja nicht. Doch, ob das nicht gefakt ist. Das ist in einem Polizeitrakt. Da sind Leute dabei. Der trifft sich mit dem und der Scranton-Stranger schafft es, sich zu befrägen und ihn zu würgen. Aber wir wissen nicht, was er ihm sagt, warum er ihn würgt. Und also das ist so. Vielleicht will er gewürgt werden. Genau, diese Folge. Wenn man das dann halt so sieht in amerikanischen Gefängnissen, kann sehr viel passieren. Oder ob das jemand ist, den er dafür bezahlt hat und er ihn deswegen angeblich raushaut, um seine Geschichte. Also gerade diese Nummer befeuerte diese Fantheorie noch viel, viel mehr. Weil das so abgekatert wird. Also wir wissen aus der Serie ja, dass der Scranton-Würger verhaftet wurde. Das läuft ja im Fernsehen. Aber es könnte ja sein, dass da eine Marionette, ein Strohmann verhaftet wurde. Genau. Und Tobi eigentlich in Wirklichkeit der Scranton-Würger. Aber ganz ehrlich, warum sollte er das sein? Ich meine, er ist ein Surfer-Dude, der den erstbesten Job genommen hat, nachdem seine Freundin halt irgendwie schwanger wurde. Warum will er denn nach Costa Rica, als die Geschichte aufkam? Weil er sich an Pam reingemacht hat und dann eine Kurzschutzreaktion hat? Das ist dieselbe Staffel, in der der Scranton-Würger zum ersten Mal erwähnt wird. Das ist die Staffel, in der er auf einmal nach Costa Rica abhaut. Richard, sei doch nicht so naiv. Ja, es ist eine nette... Ich bin das rauchende Kolte und ich will es einfach nicht sehen. Ich finde die Theorie total... Es ist eine nette Fan-Theorie. Ja, ja, es ist eine nette Fan-Theorie. Ja, und wir sehen halt den Alltag in dieser Papier-Vertriebsfirma. Und die Serie trägt natürlich, genau wie bei The Office UK und bei Stromberg und wahrscheinlich auch Le Büro und Le Job, die Hauptfigur. Der Chef. Der Chef. Michael Scott. Gespielt von Steve Carell, der ja mittlerweile international beliebter Comedian ist. So bekannt auch mittlerweile durch Spielfilme wie... Evan Allmächtig. Evan Allmächtig. Jungfrau 40 Männlich Sucht. Das war ich. Jungfrau 40 Männlich Sucht war kurz nach der ersten Staffel. Und der Grund, warum The Office nicht abgesetzt wurde. The Office wollten sie nach der ersten Staffel absetzen, weil die Zahlen halt einfach, wie wir vorhin ja schon erzählt haben, nicht so brachial waren. Da aber Jungfrau 40 Männlich Sucht so ein krasser Erfolg war, haben die Prozente gesagt, okay, wir machen die Serie mit diesem Typen, der da gerade so einen Hit gelandet hat. Ach so. Schauen wir jetzt mal weiter. Geil. Steve Carell hat ja auch, Steve Carell hat als der Writers-Strike-Streik war, also wo die ganzen Autoren und Co. von den ganzen Serien und Co. halt gestreikt haben, wo sehr viele Serien sehr krass drunter gelitten haben. The Office unter anderem halt auch. Und da Steve Carell selber, ein sehr, sehr krasser Verfechter von Schauspieler und Schreiberlingen und Kreativen hinter der Kamerung betriebsreden. Der ist selber in der Gewerkschaft. Genau, und selber in der Gewerkschaft ist, hat er sich selber, als die Streiks halt losgingen, hat sich solidarisch gezeigt, hat sich auch sofort krank gemeldet und als Grund angegeben, Rieseneier. I got a case of massive ball. Fantastisch. Das fand ich super gut. Ja, aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, Steve Carell, ja, der Spielfilm 40 Bums, Jungfrau und so, aber die Serie hat dann auch geholfen, ihn groß zu machen. Den kannte man vorher aus Late-Night-Shows und aus SNL, glaube ich. War das vorher? Ich glaube schon. Ich glaube ja, und so ein paar Mini-Auftritte und so ein paar anderen Serien. Und dann ähnlich wie Stromberg, Christoph Maria Herbst man so kann und dann kam halt diese Rolle. Nur, dass Steve Carell es geschafft hat, dann mit so Hollywood-Produktionen, gut, Evan, ein mächtiges Geschenk, das ist ein beschissener Film, weiß er auch selber, aber mit, der hat ja auch... Anchorman. 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 Mir fiel nur Ron Burgundy ein. Mit einer Menge Leuten aus The Office. Ja, genau. Er hat ja dann noch andere erfolgreiche Filme gehabt und konnte sich da so raus emanzipieren aus dieser Michael-Scott-Rolle. Aber das, was ich meine, also bekannt geworden ist er logischerweise dann so richtig durch The Office Staffel 1, aber die Quoten waren einfach nicht so gut. Dann kam dieser Film und das war dann für die Produzenten, okay, die Sendung hat zwar nicht die dicken Dinger, aber wir haben diesen Schauspieler, der gerade echt scheinbar Karriere macht. Das war so ein Geben und Nehmen zwischen Jugendfrau 40-Männlich-Suth und The Office. So, die haben einander bedingt, wenn du so willst. Ich weiß nicht, es ist eigentlich Richards Nerdtum immer, aber Leute, die eigentlich die Rolle hätten spielen sollen und so. Ach so, ja. Da gibt's eine Menge, ja. Weil ihr gerade, deswegen komme ich jetzt schon darauf, weil ihr gerade über diese erste Folge gesprochen habt und dass die so parallel ist zu der UK-Vorlage. Wenn du dir die Dialoge der ersten Folge anguckst in den Casting-Reels, es gibt auf YouTube Casting-Reels von mittlerweile gestandenen Schauspielerinnen, Schauspielern, die die Rolle hätten auch spielen können. Die sagen nämlich, das Casting-Band war nämlich, oder der Casting-Text war auch der Text aus der ersten Folge. Das heißt, du hast nicht nur die parallele US und UK, sondern du siehst auch noch ein komplettes Parallel-Universum von Schauspielern, die das hätten auch spielen können mit den gleichen Sätzen. Und das ist so geil. Die haben aber für dieses YouTube-Video nur Leute genommen, die es danach auch geschafft haben, damit es dich vielleicht nicht ganz so parlist. Ja, du siehst aber trotzdem halt auch dahin, dass Seth Rogen sich als Dwight beworben hat. Bob Odenkirk. Ja, Bob Odenkirk, das geht so weit, dass der NBC vorgestellt wurde als Michael Scott. Bob Odenkirk, Better Call Saul. Das ist Saul Goodman von Breaking Bad. Oder Nobody. Oder eben, und das ist vielleicht noch wichtiger, er ist Nobody. Er hätte fast Skyrim-Rings. Er wurde gecastet als Michael Scott. Nicht, glaube ich, als erste Wahl, sondern weil es damals hieß, dass Steve Carell nicht kann. Richtig? Ja, irgendwie sowas, ja. Aber es hieß dann, Bob Odenkirk macht das und es gibt auch ein Casting-Reel davon und es gibt ja dann vor allem die Figur, also Bob Odenkirk spielt einen anderen Filialleiter, dann später, viel später dann nochmal in der Serie, was halt geil und charmant ist. Das Ding ist, der wurde NBC vorgestellt als Michael Scott und dann wurde die Serie auch schon abgesegnet und so. Und erst danach kam Michael, jetzt komme ich mir den Namen total durch, Steve Carell, kam dann Steve Carell und hat den quasi ersetzt, was auch mega unangenehm sein muss eigentlich für Bob Odenkirk. So ein bisschen wie diese Marty-McFly-Geschichte, dass der Hälfte des Films schon gedreht wurde, halt auch irgendwie mit einem anderen Schauspieler und dann halt erst Michael J. Fox noch reinkam. Krass. Aber trotzdem, wenn du dir dieses Casting-Tape anguckst, das Schöne daran ist ja, dass jeder an diesem Tape es woanders geschafft hat. Also der eine ist der Mann von Amy Poehler bei Poehler von Parks and Rec. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber er hat irgendwie als Jim, glaube ich, vorgesprochen. Scheiße, ja, das ist auch fast die gleiche Figur. Schon ähnlich. Aus Harold und Kuma. Sind auch dieselben Macher. Harold und Kuma, der Asiate. Ja, genau. Ich kenne ihn immer nur als der Zweite von Harold und Kuma. Als Harold kennt es ihn. Redet mal bitte nicht alle so durcheinander. Lasst mal es, wenn wir kurz zum Text beenden. Also eigentlich, was ihr machen müsst, ist bei YouTube einzugeben Office-Casting-Tape oder sowas, weil da seht ihr Leute aus mittlerweile anderen erfolgreichen Serien, die für diese erste Pilotfolge mit den Sätzen, die es in UK gab, fast genauso wie in US, sich da versucht haben. Und das ist so fucking interessant zu sehen. Eben, weil es nicht Leute sind, die du noch nie gesehen hast und dann so, oh ja, der hätte das auch spielen können, sondern Leute, die du in ganz anderen Rollen kennengelernt hast, hätten auch ihren Stempel auf die Office-Rollen drücken können. Und das ist mega interessant, wie da dann, weil am Ende dieses Videos auch immer dann gezeigt wird, derjenige oder die, die gecastet wurde, wie die das dann gemacht hat. Es ist total interessant zu sehen, wie, naja, was dann daraus geworden ist und wie es auch hätte sein können. Was ich faszinierend an der Nummer finde, gerade weil die, die man da sieht, das alle geschafft haben, dass diese Casting-Entscheidung jetzt nicht so war, es gab diesen einen Schauspieler oder diese eine Schauspielerin, die es sein musste, sondern nee, es gab eine ganze Menge verdammt guter Kandidaten. Ja. So, ne, also, das, welche Entscheidung im Endeffekt dahinter steckt, wissen wir nicht. So, so wie wir das heute kennen, das hätte auch anders aussehen können, das wäre mit Sicherheit genauso geil gewesen. Aber, das. Weil diese Auditions, ähm, du musst übrigens nach Audition, nach Casting gucken, weil die Abys Auditionen sind. Oh ja, stimmt, ja, ja, Auditions, ja. Audition heißt zu viel wie Vorsprechen. Genau. Die sind auch nicht schlechter als das, was Steve Carell da macht. Die sind im Zweifel nur ein Ticken anders. Genau, die sind eben anders. Das meinte ich, die drücken halt richtig deutlich, die, die es dann geworden sind, ihren Stempel auf die Rollen. Aber du kannst ahnen, dass die Rollen ganz anders geworden wären, obwohl sie ja den gleichen Drehbuchtext gehabt hätten, zumindest in den ersten Staffeln. Dann wird das ja angepasst an den Charakter, den du da geschaffen hast. Aber das ist so interessant zu sehen, dass es nicht darum geht, wer spielt die Rolle besser, sondern wer ist eigentlich die Rolle? Das will ich mir unbedingt angucken. Das ist super spannend. Ja, das ist mega spannend noch dazu, weil halt auch der Schauspieler von Dwight, der, ich vergesse den Namen. Ryan Wilson. Ryan Wilson, der ist ja ... Mit H-I- und Doppel-N. Der ist ja ... Also der amerikanische Ernie. Genau, aber nur ein besserer. Dwight Kurt Schrood, der dritte. Dwight Kurt Schrood. Entschuldigung, Leute, wir kommen gleich zu den Figuren. Ich bitte auch langsam dieses ... Ich schätze das sehr, wie viele ihr alle wisst und wie viele ihr alle teilen wollt, aber ich will bald mal zu den Figuren kommen. Geht sofort los, geht sofort los. Ich will nur ganz kurz noch was zu Dwight sagen, weil diese Serie strotzt ja halt auch einfach, weil gerade in The Office US, die übertragen ja sehr, sehr viel alle Mann durch ihre Stimme. Halt einfach. Es ist nicht nur ein Spiel, es ist halt auch einfach gutes Vocal Acting, wie man ja so schön sagt. Und gerade der Schauspieler von Dwight ist mir halt auch so im Gedächtnis geblieben, weil ich es im Original gesehen habe und die ganze Zeit dachte auch so, fuck, woher kenne ich den verdammt nochmal? Und dann habe ich ihn endlich mal nachgeguckt und dann war es mir klar, ja, das ist die ... Der war Synchronsprecher oder er ist lange Zeit Synchronsprecher schon ... Also das ist seine eigentliche Hauptberuflichkeit, Synchronsprecher. Und der ist die Originalstimme von sehr, sehr vielen DC-Animationsfilmen und Serien. Er ist Lex Luthor und deswegen kriegt er dieses Diabolische in der Stimme so schön hin, immer jedes Mal. Geil, herrlich. Ja, Leute, die Hauptfigur. Michael Scott. Regionalmanager der Dunder Mifflin-Filiale in Scranton, Pennsylvania. Wie soll ich sagen? Er überschätzt seine Fähigkeiten als Führungspersönlichkeit maßlos, genau wie sein Talent als Showmaster. Sie sagen bei Mfeuer Frauen und Kinder zuerst. Wir beschäftigen keine Kinder und Frauen sind per Gesetz gleichgestellt am Arbeitsplatz. Ja, aber das unterscheidet ihn von Stromberg. Stromberg glaubt, er wäre, also glaubt auch, er wäre der allergeilste Typ, den es gibt? Ich muss mal ganz ehrlich ... Kannst du da irgendeine Flagge machen? Ich hatte einen ganz schlauen Gedanken und der ist komplett verflogen. Ich weiß, was du meinst. Das ist ... Also, spüren tut man das, aber ist es schwer, in Worte zu bringen, weil die verhalten sich echt ähnlich, aber mit anderen Intentionen irgendwie, ne? Also, ich persönlich muss mal jetzt vorweg schicken, ich find das mega spannend, jetzt Michael Scott und Stromberg zu vergleichen. Also, ich will die Diskussion null abwirken, ich find die super spannend. Ich muss gleich schon mal als Vorfazit sagen, die sind mega ähnlich. Ja. Also, das ist so, wenn du zwei ... Du hast zwei Maps bei Minecraft, die du startest, mit einem Startseed, und die sind fast gleich. Es ist nur ein Buchstabe bei diesem Startseed, der anders ist. Der Startseed ist David Brand aus seinem BBC-Büro in London Sowers. Die sind sich ... Stromberg und Michael Scott sind sich mega ähnlich. Es ist immer nur so eine kleine Stellschraube, die in eine andere Richtung geht. Also, wenn du bei der Minecraft-Map bleibst, also, du hast praktisch die gleiche Minecraft-Map, nur Stromberg hat keine Mineralien, und Michael hat eine Menge Mineralien drunter. Weißt du so, also, bei Michael ist ja was dahinter so, der hat ja Gefühl, der hat Herz, der macht das nicht, weil er böse ist. Und Stromberg hat das alles irgendwie nicht. Der ist halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, der ist halt irgendwie ein Arsch. Michael meint das nicht böse, sie verhalten sich aber ähnlich. Nur, das Grundmindset ist ein anderes. Er ist likable. Warte mal, Michael ist nämlich so, wenn wir das mit Minecraft jetzt nochmal vergleichen, Michael ist originales Minecraft. Du musst ein bisschen arbeiten, um den tieferen Kern darin zu sehen. Stromberg ist eine Mod. Da arbeitest du an einem Arschloch und wie tiefer du gräbst, desto mehr Scheiße wühlt. Nein, 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 bitte. Stromberg ist eine Survival-Horror-Version. Nein, nicht lachen, nicht lachen. Lass bitte diesen Satz nachwirken. Du arbeitest an einem Arschloch, also wirklich an einer physischen Rosette. Ja, an einem Loch halt. Du arbeitest an einer physischen, braunen, großen Rosette. Großartig. Und du musst tief, sag's doch mal, Richard. Und je tiefer du kommst, desto mehr Scheiße wühlst du auf. Aber man muss an der Stelle sagen, dass Stromberg war ja früher als Michael, ne? Also was bei Michael Scott bei The Office viel ausgeprägter ist als bei Stromberg, ist dieser Möchtegern-Showmaster-Aspekt. So, das ist natürlich auch typisch amerikanisch, dass alles so ein bisschen öffentlichkeitswirksamer und spektakulärer und, naja, wie soll ich sagen, extravertierter ist. Con-Man nennt man sowas. Con-Man? Con-Man, das sind die, die dir so Schlangenöl und sowas verkauft haben. So Leute, die sich selber größer machen als sie nicht sind, sind Con-Man. Aber es gehört in Amerika schon zu so einem Management-Training immer dazu. Also in Amerika, sobald du irgendeine Management-Position bekommst, bekommst du auch Außenwirkungstraining und Sprechtraining, so eine Art Schauspiel-Coaching. Immer. Also, das ist aber auch das Ding bei Michael, weil er ist, sobald die Kameras laufen, ist er wie außer Kontrolle, dann ist er so richtiger Dork halt so, ne? Dann ist er der peinliche Typ im Büro, der nie so richtig gezielt, der witzig sein will, aber niemals so richtig gezielt den Witz trifft. Und wenn er jetzt aber sich nicht gefilmt fühlt, Zitat, Folge, stotter ich, ne? Wo ihm Stanley so quer kommt, weil er sagt, ey, Alter, hör mal, ich weiß, du kannst mich nicht leiden, ich weiß, ich kann nicht sehr viel und bla 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 bla, aber hier in diesem Büro bin ich dein Chef und so kannst du nicht mit mir sprechen. Also, wenn die Kameras aus sind, dann... Hast du in einem Zeitpunkt gesagt, der heult dabei? Ja, ich weiß, aber wenn er sich nicht gefilmt fühlt, hat er so oft Situationen, wo er sich wirklich gut auch verhält, oder wo er auch wirklich sagt, so Leute, ich weiß, ich hab mich jetzt daneben benommen, aber macht jetzt hier einfach mal mit. Da gibt's einen schönen Moment, der das beweist, in großen Anführungszeichen, als in der Folge, wo er abtritt, letzte Staffel, letzte Folge, siebte Staffel. Spoiler übrigens. Da haut er ja, ähm... Also, er stirbt nicht, er... Er tritt ab, also er verlässt die Firma, er verlässt die Serie, er verlässt sogar das Bundesland, so, ne? Also, oder den Staat. Ähm, ne, ähm, er macht da so seine Show, die ganze Folge über, die einzige, von der er sich nicht verabschieden kann, weil sie im Kino sitzt und sich The King's Speech anguckt. Was ich übrigens ein schönes Bild finde, dass sich ausgerichtet The King's Speech anguckt, ein Typ, der stottert übrigens, ne? Also, weil diese Nummer, stotter ich, das hat den ja schon echt getroffen, das kommt ja immer wieder vor. Ähm, ähm, kann er sich nicht von ihr verabschieden. Und die treffen sich dann am Flughafen, nachdem, also Pam und Michael, nachdem er sein Mikrofon abgelegt hat. Und die beiden verabschieden sich, völlig normal. Ja. Du siehst zwei Menschen, die sich unterhalten, er umarmt sie, oder sie umarmen sich, und Pam geht weg und er geht weiter. Da zieht er null Show ab, weil niemand kann ihn hören. Er denkt wahrscheinlich auch nicht mehr dran, dass die Kamera noch laufen könnte, weil er hat das Mikro schon abgegeben. Das ist ja normalerweise ein Moment, wo die Kamera dann ausgeht. Also, da verhält er sich in einem emotionalen Moment, also Situationen, die er null drauf hat. Ich erinnere nur an Date Mike. Ähm, sowas kann der nicht. Ja, aber wenn er denkt, er wird nicht mehr gefilmt, er wird nicht mehr aufgenommen, verhält er sich ganz normal. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was ich meinte mit die Charaktere. Bei The Office US sind likable geschrieben worden. Das ist ja kein, das ist ja nicht negativ gemeint. Null. Das heißt nur, ähm, wenn du in diesen Stereotypen arbeitest, wie man das bei allen Adaptionen gemacht hat, ähm, dann besteht die Gefahr, dass du Leute auch mal unsympathisch finden kannst. So wie du Leute in deinem Büro unsympathisch finden kannst. Bei The Office US, eben auch als großer Unterschied zu UK, ähm, haben sie halt, ihr habt Hollywood-mäßig gesagt, alle so, alle so geschrieben, dass sie mindestens eine Backstory haben, durch die du sie verstehst oder besser verstehst. Aber meistens eben auch Aktionen oder Handlungsstränge, durch die du dann irgendwann lernst, ach, das ist ja eigentlich auch ein netter Mensch. Richtig, ja. Egal wie nerdy, egal wie bescheuert, egal wie fies, egal wie, wie heißt das? Roboter? Resolut, keine Ahnung. Dried Shrude zum Beispiel ist ja eigentlich, müsste nach allen Adaptionen, die es sonst gibt, ein super stranger, gemobbter Nerd vielleicht sogar in Deutschland sein. In Amerika hat man dem, ähm, erstens ein bisschen Macht gegeben, dass er, er wird gar nicht, er wird zwar gemobbt. Er ist halt der Beste von allen. Aber er ist, er ist der Beste von allen und er kann auch zurückgeben. Bitte nicht, weiß es so machinell. Und später, in den späteren Folgen wird dann auch klar, ähm, dass er sogar einigermaßen sympathisch ist, immer aus den richtigen Gründen eigentlich handelt und so. Also alle Charaktere, selbst Nebencharaktere, außer jetzt wirklich Nebencharaktere, aber auch, weiß ich nicht, Angela, Toby oder so. Außer vielleicht Meredith, die ist schon. Ja, genau. Ey, durch die Bank schräg? Nee, genau, cool. Meredith ist mega cool. Meredith ist mega cool. Ich auch, aber die hat nichts likable an sich so. Die ist durch die Bank schräg. Doch. Ich find die cool. Nee, Moment, Moment. Genau, sie ist schräg. Ja, ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Aber die hat keine Love Story, die hat keine, äh, sie liebt ihre Kinder doch Nummer oder so, sondern die ist durch die Bank scheiße. Nein, 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 Moment. Alter, das ist überhaupt nicht die Bank scheiße. Sie unterstützt ihren Sohn, als er zum Strippen kommt. Okay, Leute, ganz gut, ich muss kurz unterbinden. Es ist eine mega geile und fruchtbare Folge, aber labert mal bitte nicht so sehr durcheinander. Und wir sind noch nicht dabei, die Serie insgesamt zu bewerten, sondern eigentlich waren wir gerade bei einer Charakterisierung von Michael Scott, nur als kleine Erinnerung. Genau, und da meinte ich, bei Michael Scott hat man eben gesagt, wir haben dich likable gemacht und gesagt, okay, wenn du schon manchmal alle Kollegen in Bredouille bringst, wenn du Scheiße baust, wenn du offensichtlich ein schlechter Chef bist, wenn du irgendwas Dummes tust, dann müssen wir dir auch eine Seite geben, wo der Zuschauer dann sagt, ach so, da kommt das alles her. Und das haben sie viel deutlicher gemacht bei Michael Scott, als sie das bei David Brandt oder Stromberg gemacht haben. Was ich über Michael Scott auch häufig gelesen habe, so sinngemäß, es mangelt ihm an Fingerspitzengefühl, sowohl was Humor als auch Sozialkompetenz angeht. Es mangelt ihm an Fingerspitzengefühl, that's what she said. Sein klassischer Spruch, ne? Naja, ich mein, in der ersten Staffel überträgt der Dwight die Hoheit darüber, einen Gesundheitsplan für die Mitarbeiter halt auszusuchen, was er ja eigentlich machen soll, weil Michael ist ja Meister des Prokrastinierens. Allerdings, da gibt's mehrere Folgen drüber. Naja, auf jeden Fall. Jim hat doch doch mal so eine geile Grafik erstellt, was Michael den ganzen Tag macht. Entweder Leute vom Arbeiten abhalten oder selber nicht arbeiten. Pam kriegt mal die Aufgabe, Papier zu führen, wie heißt das? Statistik zu führen. Protokoll. Protokoll heißt das, was er den ganzen Tag macht und dann am Ende der Folge hat sie irgendwie so zwei Punkte oder so. Ja, das war Schlafen und Ablenken oder sowas. Dann hält sie auch immer in die Kamera, wenn sie es aufschreibt. Aber ist es nicht so, dass der am Ende trotzdem Erfolg hat? Das ist nämlich der ganze Witz. Große Parallele zu Stromberg. Der macht auch den ganzen, also wir als Zuschauer verstehen nicht, was Stromberg den ganzen Tag da macht. So, der Unterschied ist, dass in der Schadensregulierung M bis Z in der Kapitol alles voll scheiße läuft. Also gegen Ende von Stromberg der Serie wird klar, diese Abteilung ist der letzte Dreck. Und das wissen alle in der Firma. Und diesen Sorgenkind. Hier ist es genau umgekehrt. Die Scranton-Filiale in Dunder Mifflin, da ist es auch so. Der Chef bubelt den ganzen Tag nur rum und macht Quatsch. Aber aus irgendeinem Grund läuft es bei denen. Das fand ich halt so geil, wenn dann irgendwann die andere Branch, wenn die zusammengelegt werden, und so, ey, wie schafft ihr es eigentlich, Arbeit zu machen? Weil die haben ja am Tag zehn Meetings oder so ständig. Entweder haben sie Partys oder Meetings. Das wird ja auch in der Serie dann auch irgendwann thematisiert. Das ist dann halt irgendwie, wenn sie dann auch gerade in den letzten Staffeln, wenn sie dann Leute da haben, so, ey, Alter, regt dich nicht auf, dass die Party jetzt scheiße lief. Wir haben die Woche noch 15 Stücks. Weil die halt ständig irgendwelche Partys oder Meetings haben. Ey, das Partykomitee ist einer der meistbeschäftigsten Leute da. Voll, voll. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt doch mal. Es läuft halt trotz allem, aus irgendeinem Grund, funktioniert die Scranton-Filiale. Das Faszinierende an der Stelle ist ja auch, dass das... Ach ja, warte mal, genau. Warte mal, dass sie den anderen dann nämlich erzählen, wenn sie nämlich die ganze Zeit Meetings haben. Jetzt habe ich ja, dass sie die Fragen so, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Meetings habt? Ja, wir machen Arbeit zwischendurch. Ja. Und das Faszinierende an der Stelle ist ja, dass Dunder Mifflin voll am Arsch ist. Die Firma, der Konzern insgesamt, ne? Die ganze gesamte Branche. Das wird in der ersten Staffel schon thematisiert. Die Papierbranche ist am Arsch. So, das ist, äh, zu dem Zeitpunkt ist das Internet ja noch nicht das, was es heute ist. Oder auch in der Serie, in den späteren Staffeln. Also, das Internet ist da in der großen Möglichkeit, das sogenannte Web 2.0, ist da ja noch in Mache. Also, Internet gibt's ja schon seit den 90ern, aber dieses, was man immer so Web 2.0 nennt, das fing da ja gerade an. Das wird dann ja auch später thematisiert mit Dunder Mifflin. Infinity. Infinity, danke, ja. Ja, Wolf kommt ja dann noch später, dass wir... Anstatt ein Tweet, warst du halt ein Wolf. Das ist so dumm. Dass wir wissen, ähm, die sind alle fucked, aber die Scranton-Filiale funktioniert. Das heißt, die ganze Firma ist scheiße, aber das, was Michael macht, ist aus irgendwelchen Gründen richtig. Und dazu... Hab ich, wenn ich darf, du guckst mir grad so an, als würdest du unbedingt noch was zu Michael sagen? Nee, ich wollte dazu noch was sagen. Also, du hast schon recht, Tobi. Es wird in der Serie, äh, mehrmals angedeutet, dass, äh, Michael trotz seiner kompletten Seltsamhaftigkeit, äh, äh, trotz seiner kompletten Weirdness und seinem komischen Showmaster-Attitüden, dass er trotzdem irgendwie ein recht guter Verkäufer ist. Ja, er hält die großen Kunden halt, ne? Das ist halt so geil. Und zwar die zehn großen Kunden sind... Das sind sein Abschiedsgeschenk ja nachher an, ähm, alle Phyllis. Nee, nee, der macht überall Abschiedsgeschenke und eine Person, wer war denn das? Das war nicht Ryan überraschenderweise, sondern... Und nicht Dwight, sondern irgendwem macht er seine zehn größten Kunden und das sind gleichzeitig eben... Oder seine zehn Kunden und das sind gleichzeitig die zehn größten Kunden, die Donna Mifflin zu dem Zeitpunkt schon, ähm, wer ist das, Sabre, ähm, hat. Ähm, äh, als Geschenk. So, also das... Und das haben wir ein paar Mal in der, äh, in der Serie. Michael ist ein verfickt guter Verkäufer. Und wir sehen ihn auch nur einmal was verkaufen, also richtig, als er so ein Kundengespräch hat mit, ähm, Jen, also seiner Ex-Schrägstrich-Ex-Chefin, ähm, zusammen... Als sie dieses Dinner da haben, ne? Nee, die gehen in eine Kneipe mit so einem Typen, wo es auch was zu essen gibt und so. Die gehen halt essen, naja. Genau, und, ey, da performt der wie Sau. Mhm. So, und du hast auch nicht das Gefühl, dass das aus Versehen passiert, was er da tut. Er füllt ihn ab. Man muss aber sagen, auf seine Art, also... Ja, auf seine Art, auf seine Art, ja. Jen sitzt ja die ganze Zeit da und will das Gespräch so führen, wie sie, Corporate, sagen die ja dann immer, ne? Also die Firmenzentrale, das für richtig hält. Und er, du denkst die ganze Zeit, oh, der verkackt das, der verkackt das. Da kennen wir ihn ja auch noch nicht gut genug, um zu wissen, dass er das kann. Dann du denkst die ganze Zeit, oh nee, Michael, du Idiot und so, mach das doch mal so, wie Jen von Corporate das sagt. Und, ähm, du merkst aber, der Kunde springt schon sehr krass auf das an, was Michael macht. Nämlich ihn abzufüllen und hier noch ein Lied zu singen und so. Und auch die Themen, die er anspricht. Und so, der fällt, der geht da voll mit. Aber diese, diese, diese Eigenschaft haben aber alle bei Dunder Mifflin in Scranton auf jeden Fall. Das siehst du ja auch bei Dwight und bei Jim zum Beispiel. Da kommen wir nachher zu, weil, weil das ist eine der geilsten Szenen, die ich kenne. Lass uns das mal bitte zurückhalten. Ja, okay, aber nur ganz kurz, die sich halt auch auf, äh, Verkaufsgespräche, wenn du halt denkst, so, Jim ist so ein bisschen der Slacker, der alle halt irgendwie auch vom Arbeiten so ein bisschen ist. Und Dwight ist ein bisschen drüber. Du dann aber Situationen siehst in dem Ganzen, wo du halt auch wirklich feststellst, die können ihren scheiß Job. Und die können den verdammt gut. Die Branche, in der die arbeiten, ist zwar arschlangweilig, aber die können die scheiße. Da will ich nachher nur drüber sprechen, weil das meine, äh, meine, ich weiß, worauf du anspielst, meine Lieblingsszene in der ganzen Serie ist. Ähm. Jetzt redet mal langsamer! Genau, ich will jetzt zum Beispiel... Ich werde hier, ich bin komplett eingeschüchtert. Lasst euch Zeit! Ja, ich will jetzt... Richard verschluckt wieder die kompletten Halbsätze. Moff zu Costa Rica und, äh... Nehmt euch mal, nehmt euch, nehmt euch mal Beispiele an unserem wunderbaren Gast Sven. Der bringt Dinge auf den Punkt und lässt sich nicht hetzen. Sein Gesicht ist zwar schon, leuchtet zwar schon in Tomatenrot von den fünf Bierle, die wir jetzt nur getrunken haben hier. Kleine, kleine Bierle. Er hat gerade welche weggebracht, er tut so, was zu erzählen. Zeit mit euren Gedanken. Okay. Ich würde zu Michael ganz gerne eine Fan-Theorie rausballern, weil ich die wahnsinnig spannend finde und die hier auch hinpasst. Ähm, was ist denn, wenn all das, was wir von Michael sehen, ähm, also innerhalb, nicht privat, was wir privat sehen, ist erstmal klar, so, der Typ ist ein Dödel. Aber, ähm... Ha, siehste, du hast mich immer dafür ausgelassen, wenn ich Dorks Dödel genannt hab. Ja, er ist ein Dödel. Ja, Dödel ist ein geiles Wort. Ähm, ich fand die Übersetzung nur lustig, ja. Bevor du jetzt in die Tiefenpsychologie und deine Fan-Theorie gehst, habt ihr besprochen, wo Michael herkommt und das ist eigentlich eine total traurige... Also, kennen wir Michael jetzt schon? Ich war gerade aus... Ja, wir lassen uns das nachher machen, weil wir sind gerade beim Job. Also, meine Fan-Theorie bezieht sich auf den Job. Nur auf den, ah ja, okay. Nur auf den Job. Na ja, okay. Deswegen wisch ich das Private gerade noch so weg. Ähm, was ist, wenn der das in seinem Job, dass der in seinem Job gar kein Idiot ist? Ähm, wir wissen schon, dass er ein guter Verkäufer ist, seine Zahlen sprechen für sich, das, was wir sehen, wenn er, wenn wir ihn mal verkaufen sehen, was so gut wie nie vorkommt, ähm, dann kriegt er es bis auf eine Folge hin. Also, diese Folge mit den Präsentkörben, die läuft ja schief, aber ansonsten kriegt er das ja hin. Und zwar sehr, sehr gut. Was ist, wenn das alles Absicht ist? Ähm, weil Michael sagt ja, redet ja die ganze Zeit davon, eine Firma ist eine Familie. Hier müssen alle funktionieren. So, ich, ich micromanage nicht. Ich mach das und das nicht. So, ja, die ganze Nummer braucht einen Kopf, aber jeder muss hier selber arbeiten können, bla. In der 8. oder 9. Staffel, ähm, sind so ein paar Folgen, die ich mir angeguckt habe, wo dann auch wörtlich gesagt wird von Jim, das war in der vorletzten Folge von der 8. Staffel, wo er sagt, so eine, ähm, nee, nur Kinder und Leute im Knast brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Ähm, wir kriegen das auch alleine hin. Das ist so eine Zeit, wo Andy weg ist, der dann ja da Chef ist, kommen wir nachher zu, ähm, wo Dwight dann auch so in ein leeres Büro geht und sagt, könntest du das mal kurz gegenzeichnen? Ja, klar, er zeichnet es selber gegen, nimmt es wieder raus und geht wieder weg. So, weil diese Firma brauchte keinen Chef. Was ist, wenn das Michaels Plan war? So sehr abzulenken, so sehr die Leute, ähm, für sich alleine zu lassen, weil das ist ja das, was er tut, darüber haben wir gesprochen, der pennt und macht Blödsinn, das sind die zwei Dinge, die er, äh, 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 in seinem Job tut, dass es dazu führt, dass es eine Filiale gibt, die alle komplett autark arbeiten können. Geile Idee. Und machen müssen seit neun Jahren. Also, die Jahre läuft ja neun Jahre. Und ich finde es total geil. Das ist, Mike, und im Prinzip sagt er uns das auch die ganze Zeit, dass das sein Plan ist, dafür zu sorgen, dass eine Familie, ne, dass er im Prinzip Kinder groß zieht, die irgendwann alleine stehen müssen. Und die schaffen das. Und jedes Mal, wenn die einen anderen Chef haben, der nicht direkt aus dem Büro ist, läuft es komplett zu Klump, weil die nicht damit klarkommen. Siehe sowas wie, wie, ähm, wie heißt der hier? Idris Elba. Idris Elba und so. Jedes Mal, wenn jemand anders auftaucht, der meint, hier was kontrollieren zu müssen, und in der achten und neunten Staffel haben die ja auch andere Chefs und so, läuft das alles irgendwie scheiße. Michael kommt ja irgendwann in die Situation, wo er David Wallace, das ist der CFO der Firma, wobei der, der Finanzboss, ja, aber irgendwie kommt der mir immer so vor als der Chef der Firma. Aber wir lernen, er ist ja völlig egal. Nee, der ist ja irgendwie Bereichsleiter irgendwie sowas. Nee, er ist ja schon der CFO der Firma. Ist egal. Aber er wird uns immer so präsentiert als, das ist zumindest der nächste Vorgesetzte, ja, scheißegal. Ja, auf jeden Fall muss Michael David Wallace erklären, was sein Geheimnis ist, weil er aus irgendeinem Grund ja Michael diese Most Profitable Branch hat. Und da gibt's mehrere Folgen, wo er dann auch in andere Branches geht und dann erklären muss, was sein Geheimnis ist, das überhaupt nicht kann. Aber bei David Wallace ist es das erste Mal, dass er da sitzt und diese berühmte Rede hält, in der er einfach nichts sagt. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war, aber so. Wo es so einen Schnitt auf ihn gibt und man sagt so, manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich sage, dann rede ich einfach. Also, damit kann ich mich wirklich sehr identifizieren. Das machen wir seit sechs Jahren. Das machen wir hier in den Podcasts seit sechs Jahren. Es gibt Leute, die haben damit eine Karriere aufgebaut. Also, nur um das zu erklären. Also, Michael, das haben wir ja schon irgendwie herausgestellt, ist irgendwie der erfolgreichste Branch Manager. Und der muss erklären, warum das so ist. Und der sitzt da und gibt eine komplette Nicht-Antwort, ja. So wie Loriot's Politiker-Rede. Wirklich eine komplette Nicht-Antwort, die sehr witzig ist. So, in Tobis Theorie müsste er jetzt David Wallace bewusst verschweigen, was seine Taktik ist, weil er nicht will, dass das vielleicht analysiert und dann übertragen wird auf andere Branches, wo das nicht funktioniert oder so. Oder wenn die Taktik rauskommt, sie nicht mehr funktioniert. Oder sie eben, genau, sie nicht mehr funktioniert, wenn sie rauskommt. Also, er müsste jetzt bewusst das verschweigen. Dieses Erklären heißt ein Zaubern. Eine, also die Theorie, an die ich aber eher glaube, und es ist wahrscheinlich auch die langweilige, die man sich gedacht hat, ist die, er, also, diese ganze Filiale funktioniert, weil Michael so ist, wie er ist. Weil sie nämlich autark funktionieren muss, weil er nämlich eigentlich ein scheiß Chef ist. Deine Theorie sagt ja, er weiß das und macht das mit Absicht. Und meine langweiligere Theorie ist, er weiß das nicht, was ich aber wieder charmant fände, aber es funktioniert halt. Aber dem widerspricht zum Beispiel die Tatsache, dass er zum Beispiel in dieser Verkaufsszene ganz genau weiß, was er da tut, mit denselben Mitteln. Ja, aber da... Also, er weiß das schon, ein Ding zu setzen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied, der auch mehrmals in der Serie vorkommt. Das ist Michael als Salesman und nicht als Manager. Ganz genau, und das glaube ich nämlich auch, weil Michael folgt von dem, was ich so von ihm gesehen habe und meine analysiert zu haben auch. Michael folgt einem einzigen Credo und das ist so Scheiß auf die da oben, Fuck the Corporate, so ein bisschen, weil er hasst es. Es kommt ja auch ein paar Mal raus in der Serie, dass er es geliebt hat und auch ein guter Verkaufsmann war. Er es aber hasst, Chef zu sein und dass er es hasst, wie in Chefpositionen oder von dem, was er als Chef in seiner Position halt mitbekommt, wie zum Beispiel mit Menschen umgegangen wird. Deswegen hasst er ja auch Human Resources, weil er, Tobi, als absolutes Versinnbildlichung dessen sieht, dass Menschen... Er ist der Antichrist. Ganz genau, ja, das Human Resources, weil so ist es halt auch, ähm, ich kenne es auch noch von der Uni, die Personalabteilung ist nicht für dich, die ist zum Schutz der anderen. Zitat Michael über Tobi, den Human Resource Man, wenn ich in einem Raum mit Hitler Bin Laden und Tobi wäre und zwei Schuss hätte, dann würde ich zweimal Tobi erschießen. Nee, aber jedenfalls, seine, er hasst es ja auch... Und Tobi ist voll der feine Kerl, ich weiß nicht, wo sein scheiß Problem ist. Er hasst es ja auch, er hasst es ja auch, er hasst es ja auch, Leute entlassen zu müssen. Er hasst es, wenn von Corporate irgendwelche Entscheidungen kommen, die, zum Beispiel auch wenn Ryan, wenn der mit seiner super tollen App und sowas kommt. Und Michael ist der Einzige, der sich bei einer riesigen Konferenz, wenn diese Firma diese Website eigentlich gerade feiern möchte und er sich in einer Webcam hinstellt und sagt so, ja, Michael Scott from Scranton, einer unserer Mitarbeiter hat übrigens dein dummes Programm geschlagen, fick dich. Und dann sind die halt raus. Wobei man sagen muss, also zusammenfassend vielleicht sagen muss, Michael Scott ist nicht antikapitalistisch gegen Corporate. Nee, 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 aber gegen... Michael Scott hat keine Familie und keine Freunde und ist ein einsamer Mensch, sieht in seiner Filiale und in seinem Arbeitsumfeld eine mögliche, eine potenzielle Familie, potenziell Freunde und alles, was dagegen kommt, nicht aus kapitalistischen Gründen, sondern einfach aus, die sind extern von meiner Familie gründen, als Feinde. Aber es ist eben wichtig zu sagen, er hat nicht irgendwie Firmenstrukturen verstanden. Nee, aber das meine ich ja einfach nur auf Tobis, auf diese Fan-Theorie halt gemünzt, weil das, was ich von ihm halt sehe, ist, dass er alles ablehnt, was im Prinzip, und der amerikanische Arbeitsmarkt ist hart, dieses ganze Hire und Feier, so, da bist du mit two weeks notice, scheißegal, wie lange du da bist, da bist du schnell weg vom Fenster, wenn du dich halt unbeliebt machst. Und Michael immer wieder eine Wand dazwischen ist, dass wenn eine unbeliebte Entscheidung von einer Hauptzentrale halt getroffen wird, dass Michael als menschliches Schutzschild dazwischen steht und lieber er die Scheiße halt abfedert, bevor irgendwer aus seiner Abteilung entlassen werden muss, weil er wahrscheinlich auch weiß, was da dran hängt. Also könnte man zusammenfassen. Der Mann ist Humanist. Und diese Theorie, dass er das alles mit Absicht macht, weil er irgendwie das Game besser verstanden hat, die banken und sagen, eigentlich will uns die Serie sagen, das sind Corporate und Kapitalismus und Firmen- und Shareholder-Ideen und wir sehen neun Staffeln lang oder sieben Staffeln lang, wie Menschen und Familie und Herz die Lösung sind. Niemand weiß, die ganze Serie lang, warum ist er der erfolgreichste Branch-Manager, weil er, ob bewusst oder unterbewusst, einfach ein fucking Familienpapa sein will. Also die, ich find die Fantheorie mega sweet und cool. Ich mag solche Fantheorien. Dazu muss man aber auch sagen, dass das ne Klassiker-Fantheorie ist. So die Theorie, der Dödel ist eigentlich das Genie. Er tut nur so, als wäre er der Dödel. Ist ein Klassiker. Ich meine es nicht abwertend. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass Jar Jar Binks eigentlich ein Sith Lord ist und das alles steuert. Wir selber haben die Theorie aufgestellt, dass Spongebob eigentlich ein Hochbegabter ist, der aber halt noch sehr naiv und kindlich ist. Trump ist auch der Einzige, der alles durchblickt. Also die, der Dödel ist, ich nenn sie mal der Dödel ist Chef-Theorie. Die ist cool, die ist spannend. Ich persönlich habe übrigens auch zu Stromberg die etwas düstere Theorie, dass Stromberg eigentlich einen Gehirntumor hat und deswegen geschont wird, weil wir eigentlich, er hätte eigentlich schon in der ersten Staffel gefeuert werden müssen. Meine Fantheorie ist, dass Stromberg einen Gehirntumor hat und von allen geschont wird und die Schadensregulierung M bis Z ist eh nicht ganz so wichtig. Lassen wir ihn einfach mal machen. Okay, ist auch Schwachsinn. Ich kann dir eine Firma nennen, bei der drei Dödel zufällig in der Chef-Position sind. Aber ich finde die Theorie sweet. Die Bundesregierung achst, wenn halt die Fresse. Ich finde die Theorie sweet, aber ich weiß jetzt nicht, ob man eine Stunde darüber diskutieren muss. Aber wir sehen ja aber auch, wir sehen auch diverse Beispiele bei The Office, wo er als Verkäufer total versagt. Wo er zum Beispiel in Telefongesprächen mit Kunden überhaupt gar nicht weiß, was los ist und was abgeht. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir ein, zweimal sehen, wie er bei Telefongesprächen Kunden auch verliert. Also wenn ich mich recht entsinne, verliert er einmal einen Kunden am Telefon, der aber vorher auch schon weg war, den kann er nicht zurückholen. Und die gleiche Aktion mit diesen Geschenkkörben, wo er dann sauer wird wegen dieser Homepage. Was für diese Fantheorie noch spricht, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus der Fantheorie, das fällt mir gerade nur ein, was super gut dazu passt, ist Punkt 2 von dem, was ich jetzt sagen will. Punkt 1 ist noch Teil der Fantheorie. Einen Teil habe ich für mich vergessen. Wir hören dir zu, Tobi. Wir hören dir neun Staffeln A24 Folgen lang schon zu bei deinem Gedanken. Team Tobi kommt gerade voll auf seine Kosten. Ja, Tobi hat Bock. Dazu kann ich nur eins sagen. Ryan started the fire. So, und jetzt will ich sehen, wie du den roten Faden wieder einfängst. Ja, ich habe ihn noch, weil den habe ich schon echt lange und ich wollte nach Richard reden und da hast erst mal du geredet und dann er. Den habe ich mir praktisch aufgeschrieben. Ist nämlich hier die, wie nennt er das nochmal, die Michael Scranton Paper Company oder Corporation oder sowas. Michael Scott Paper Company. Ja, Company, ne. Da gründet er, da würde, da steigt er aus. Michael Scranton ist aber auch super. Michael Scott, ja. Da steigt er aus, aus der Firma. Genau. Und gründet seine eigene kleine Konkurrenzfirma, die Michael Scott Paper Company. So, und warum passiert das? Jetzt gib mir mal kurz zwei, drei Minuten Zeit. Das muss ich mal kurz zusammenfassen, warum das so ein genialer Move ist, der da passiert. Grundvoraussetzung eins, Michael ist pleite. Jim hat Geldprobleme, weil er dieses Haus kaufen will. Beziehungsweise respektive dann eben auch Pam. und, ähm, wer ist nochmal der dritte? Ryan. Okay, Ryan ist am Arsch, aber Ryan ist generell am Arsch. Den holt er ja aus einem Bowlingcenter zurück. So, das sind die Grundvoraussetzungen dieser drei Charaktere. Er hat immer gesagt, dass er in Thailand war, ja. Ja, ja, ja. Obwohl er eigentlich im Entzug war. Die Sonne hat mein Haar blond gefällt. Wie war Thailand? Einfach unbeschreiblich. Wollt ihr was über Thailand wissen? Ja, erzähl mal. Es war einfach unbeschreiblich. Zu Ryan kommen wir nachher noch. Ryan ist ein großartiger Typ. Also ein großer Charakter. Ryan ist der Millennial, aber gut. Ja. Ähm, so. Jetzt haben wir diese, diese, äh, Michael Scott Corporation. Das sind die drei Grundvoraussetzungen, ähm, in die, die da einsteigen, ja. Michael kündigt aber ja nicht nur, weil ihm langweilig ist oder irgendwas, sondern weil eben Idris Elba da auftaucht. So ein richtig krasser Klischee-Businessman ist. Äh, wie ich finde. Ein cooler Charakter, aber deutlich zu streng. Der vor allen Dingen von, der vor allen Dingen von, von einem ganz krassen, äh, amerikanischen Corporate, also von so einer richtigen Ur-Industrie kommt. Der ist ein Ur, äh, äh, Manager aus der Stahlindustrie. Genau, ja. Da herrschen halt Regeln, so. Ja, genau, genau. Und er ist ja auch, also diese, diese, diese Stahl-Metapher trifft auf ihn ja auch zu, so, ne? Ne, also er ist wirklich, er ist ein Tier, äh, auf allen Ebenen. So, das ist einfach ein geiler Typ. Man of Steel, der Fußball liebt. Und, der Fußball liebt, ja, weil er Brite ist, ne? Und, äh, äh, so. Und jetzt taucht er da auf und er bringt halt genau das durcheinander, was laut Fan-Theorie Michaels Absicht ist, nämlich eine autarke Firma zu bauen oder Filiale zu bauen, die einen Chef nicht braucht, wo die Leute selbst Grund sind, warum die Familie, äh, die, die Familie, sag ich schon, guck mal, ich bin voll in seiner Philosophie. Nee, du warst zu lange in der Werbung und für dich sind Firmen und Kollegen immer Familie und... Ich glaub, du bist besoffen. Ja, ja, das auch. Und, ähm, also... So ist jeder, der in der Werbung arbeitet. Also, ne, wir haben... Das ist meine Überstundenbezahlung. Hey, Tobi, erzähl doch weiter. Ich komm noch mal rein. So, also. Jetzt hält mal jeder sein Maul. Vor allem, ich hab's sogar noch angesagt, ich brauch mal kurz zwei, drei Minuten. Jetzt lass mal, jetzt lass Tobi mal kurz zwei Minuten sich entleeren, sonst kriegen wir den Jungen den Rest des Abends nicht mehr ruhig. Ne, ich zieh das jetzt durch, weil ich find... That's what she said. Das ist so geil, dieses Tobi-Fans kommen gerade auf ihre Kosten, Richard-Sven-und-Fried-Fans grad so... So, wo war ich? Genau, also, ne, Michaels-Family-Logik, äh, diese ganze Firma muss ohne einen Chef funktionieren, weil dann arbeiten die Leute am besten. Was er ja bewiesen hat, immer und immer wieder. Und ich behaupte da die Absicht hinter, äh, auch zu sehen. So, und jetzt sind wir bei der Michael, äh, Scott Paper Company. Ähm, da läuft alles für den Arsch. Was sie aber machen, ist eben die Firma, weswegen Michael, Michael hat ja dabei stehen geblieben, gekündigt, weil er diesen Boss-Mode nicht ertragen hat. Und macht dann seine eigene Firma, nimmt den, der Scranton-Filiade direkt die Kunden weg. Das ist sein Geschäftsmodell, denen die Kunden wegnehmen. Bettelt sich dann mit Dwight und so weiter. Und dann im Endeffekt, und das ist wieder einer der Momente, wo man sieht, wie krass Michael sein kann, bei den Verhandlungen, was macht, äh, diese Company, wenn sie pleite geht? Ja, sie kann von, äh, von, äh, Donna Mifflin aufgekauft werden. Und in diesem Meeting performt der Junge. Ja, das ist so ein geiler Moment. Mega, wo Palmin ja auch super beeindruckt anguckt. Ja, das fand ich halt auch geil, wo sie ihn 60.000 Dollar dafür anbieten. Und die schon sind so, oh, 60.000 Dollar, was können wir damit machen? Und er dann halt so sagt so, weil sie dann auch meinen, ey, wir haben eure Zahlen gesehen. Ihr werdet noch einen Monat durchhalten, dann seid ihr pleite. Und Michael sich dann hinstellt, das ist halt das Krasse, dieses Loophole in der amerikanischen Firmengründung. Das ist so, ja, weißt du was, dann geh ich halt pleite. Aber dann gründe ich noch eine Firma. Und noch eine Firma. Und noch eine Firma. Und jeder Einzelne wird euch unterbieten. Moment, Richard, das war nicht der goldene Moment, den Tobi meinte, wo man sieht, was für ein krasser Typ er ist. Aber das vertroffen war ein cooler Moment. Der große Moment in dieser Szene war, dass Michael Scott, von dem man diese Ahnung nie, dem man diese Ahnung nie zugetraut hätte, ähm, war, wo er sagt, ey, ich weiß, dass ihr nächsten Monat oder in drei Wochen oder sowas Shareholder-Meeting habt. Ja, genau. Und dann werdet ihr miese Zahlen haben. Und dann wird man den Schuldigen suchen. Und das wird der CFO sein. Das heißt, wir müssen nicht darauf warten, dass wir pleite gehen. Okay, schluss. Er gibt sogar zu, dass das passieren wird, da durch diesen Satz. So, äh, er sagt irgendwie, we don't have to wait us out. Ist ja auch scheißegal, er sagt irgendwie so, wir müssen nicht mich abwarten, wir müssen dich abwarten. Dich als Person. David Wallace. David Wallace hat ihm zu dem Zeitpunkt 12.000 Dollar geboten. Und er sagt, Digga, ich weiß, dass du deinen Job behalten musst. Und das ist etwas, das wir staffellang nicht wussten. Wir wussten, der ist ein guter Salesman. Aber dass der sowas weiß. Das ist ein Moment, wo er wirklich kongenial die Klaviatur des amerikanischen Wirtschaftssystems spielt. Exakt. Und darauf will ich hinaus. Ähm, diese Nummer beweist, wie krass er dieses Spiel verstanden hat. Die spielt deiner Fantheorie voll in die Frage. Und ich bin noch nicht mal fertig. Das wird noch krasser. Nämlich, wie diese Folge ausgeht. Ähm, so, die sind jetzt irgendwie alle pleite und bla. Und, ähm, da sprechen ihn seine Kollegen, also eben Ryan und Pam ja auch drauf an. Und was der im Endeffekt rausholt, ist genau die Auflösung dieser besagten, ich baue hier eine autarke Firma-Theorie auf. Ähm, die kriegen die Kohle ja gar nicht. Die kriegen alle ihren Job wieder. Und Idris Elba verschwindet. Und eine Zahnzusatzversicherung. Und eine Zahnzusatzversicherung. Aber weißt du, der, also dieses Bossi-Ding verschwindet wieder. Und diese Firma, und zwar in der Grundbesetzung, weil Ryan wieder dabei ist, kann weiterhin wie eine Maschine laufen, ohne gelenkt zu werden. Also wir wissen, mit zwei Neunten. Ich jetzt, um den letzten Punkt, damit das zu Ende ist, und dann können wir auch gerne weitermachen. Äh, das ist ein ganz kurzer Moment. Ähm, am Ende der Serie taucht Michael Scott ja auf. Und er hat einen ganz, ganz merkwürdigen, weil er zwei Staffeln weg war, einen ganz merkwürdigen Auftritt. Er sagt nur zweimal was. Das sind insgesamt drei Sätze, haben wir heute Mittag nachgezählt. Ähm, und wirkt so wie die Ruhe in sich. Und das eigentlich, äh, oder als hätte er den inneren Frieden gefunden, laut Kung Fu Panda. Oder? Und, ähm, im Prinzip das Einzige, was er wirklich sagt, ist so ein dummer Gag wie, äh, ja, die sind alle wie meine Kinder. Und ist das nicht das Schönste, wenn man sieht, dass seine Kinder heiraten? Das wünsche ich doch jeder Vater. Ja, das ist doch das, was man will. Ey, das ist, als werden deine Kinder erwachsen und jetzt heiraten sie sich alle gegenseitig. Das ist, was jeder Vater gerne möchte. Ja, genau, genau. Und das... In Scranton, Pennsylvania. So, und wenn du das jetzt, ähm, auf diese Fantheorie, äh, beziehst, weil das ist das, was mir dann aufgefallen ist, ähm, in Bezug auf diese Fantheorie, ähm, das passt genau zu diesem Plan. Okay, dass er so richtig Papa-mäßig da raufschaut und sagt, es hat doch genauso geklappt. Genau, und diese ganze aufgeregte Nummer, die er immer hingelegt hat, braucht er jetzt nicht mehr. Deswegen ist er jetzt ruhig. So, der Plan hat funktioniert. Chef der ganzen Nummer ist Dwight. Aber, alle sind cool miteinander. Ähm, Jim und Dwights Beeferei ist vorbei. Und dass er deswegen so schweigsam ist in diesem Staffelfinale, äh, Serienfinale, deswegen muss er nicht sagen, weil er auch viel grauer, silberner geworden ist, also alleine Steve Carell selber. Genau, der Plan hat funktioniert. Und er halt mit über 14, so zwei Kinder hat das halt bestimmt. Mann, ich liebe diese Idee, man, wahrscheinlich müsste man die ganze Serie nochmal gucken und würde man sagen, na, 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 na. Aber die Idee ist total schön, weil das passt schon. Also, von oben drauf guckend, Fred, Entschuldigung, höre, ja, ganz kurz noch Sven, dann bitte wieder an mich. Und drauf guckend, was neun Staffeln da passiert ist, ist das, glaube ich, echt eine schöne, schöne Theorie, ja. So, schöne Fantasie. Also, am Anfang habe ich sie nicht so ernst genommen wie jetzt, das meine ich damit. Ja, könnte. Extrem, extrem intensive Folge, extrem tief drin, man merkt, dass hier wirklich die Office-Nerds am Werk sind. Hörer, die die Office nicht atmen, haben wir, glaube ich, schon vor einer halben Stunde verloren. Hört ihr das jetzt, wenn ihr es nicht hört? Also, ähm, mega spannend. Ob Michael Scott das jetzt alles superplanermäßig, so Cersei Lannister-mäßig geplant hat oder ob er nur von Situation zu Situation geschlittert ist, wissen wir nicht. Das wissen wir auch bei der Stromberg-Nummer nicht, wo er diesen einarmigen Mann platziert in der Abteilung und später dann der Outcome ihm zugute kommt. Das wissen wir auch nicht. Ähm, und eigentlich waren wir ja dabei, Michael Scott zu charakterisieren. Was mir bei ihm noch extrem aufgefallen ist immer. Ich glaube, das haben wir gut geschafft. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch gemacht gerade. Was mir bei ihm immer extrem aufgefallen ist bei Michael Scott, und zwar tatsächlich krasser als zum Beispiel bei Stromberg. Michael Scott ist extrem naiv in fast allen Aspekten des privaten und beruflichen Lebens. I do declare. Er wirkt teilweise fast schon kindlich in seinen Ansichten, Einstellungen und in seinem Wissen, was auf der einen Seite positiv rüberkommt, likable, wie wir schon festgestellt haben. Er ist sehr begeisterungsfähig, er findet schnell Spaß an einer neuen Idee. Auf der anderen Seite kommt es aber auch negativ rüber, weil er ähnlich wie Stromberg sich schwer damit tut, wirklich Verantwortung zu übernehmen und sich selbst Fehler einzugestehen und extrem sprunghaft ist. Michael ist extrem sprunghaft, ähnlich wie Stromberg. Stromberg auf eine fiese Ebene, Michael auf eine likable Ebene. Er ist super sprunghaft, er springt sofort auf eine neue Idee auf. Wenn wir ihm erzählen, dass wir einen neuen Podcast mit ihm starten wollen über seine Büroerfahrungen, dann ist er Feuer und Flamme und an diesem Tag wird das Thema Podcasting für ihn das Wichtigste in seinem ganzen Leben sein. Ja, Michael kommt halt mit zu viel Aufmerksamkeit nicht klar. Wenn man dem zu viel Aufmerksamkeit schenkt, dann dreht er ja auch jedes Mal frei. Wie Stromberg bei dieser Konferenz, wo sie ihn für Bäcker halten. Ja, er ist süchtig, er ist süchtig danach. Ja, Stromberg ist es aber auch ein bisschen Liebe, Anerkennung und Michael Scott, das ist, glaube ich, einfach Aufmerksamkeit. Einsamkeit, der ist die ersten paar Staffeln extrem einsam. Ja, genau, dass man beachtet wird und sowas, ja. Aber auf der anderen Seite lobt er sich ja auch selber, also was heißt lobt er? Doch, er lobt sich sein kleines eigenes Reich, sein kleines eigenes Büro. Ich meine, als Saber dann Dunder Mifflin übernimmt und die rausfinden, so ey, übrigens, Verkäufer haben keine Commission Cap, also keine Provisionskappe. So, die können Provision über Provision über Provision halt verdienen. Das ist in Amerika wirklich ein ziemlich gängiges Modell. Gab es in Deutschland übrigens auch, als Promoter damals Verträge von O2 rausgegeben haben und 30% Provision gekriegt haben für jeden Handyvertrag, Prepaid-Vertrag, den wir jetzt da nie gemacht haben. Da ist es wirklich passiert, davon haben mir Promoter, als ich da auch gearbeitet habe, von erzählt, dass wirklich Leute im Porsche zum scheiß Standjob irgendwo in der Innenstadt gekommen sind. Einfach, weil die so viel Commission, also Provision gemacht haben, dass die davon wirklich sich Häuser kaufen konnten von dem Quatsch. Wow. Ja, als Handys damals halt neu waren irgendwie, ne? Aber die Folge Richard und seine Jobs, die werdet ihr irgendwann nochmal an. Die hört ihr mal an. Die kommen noch bei Strom. Ja, jedenfalls, warte mal, jedenfalls, als er dann halt auch rausfindet, dass halt Verkäufer halt keinen Provisionsdeckel halt irgendwie haben. Die im Prinzip, das sagt ja Dwighter noch später so, ey, im Prinzip mit dem, was ich verkaufe, steuere ich auf den Jahreskalt von 100.000 Dollar hin, ne? Er dann Verkäufer wieder werden möchte und dann relativ schnell merkt, nee, irgendwie so ein Computer mit allen anderen und Phyllis Forz die ganze Zeit. So, nee, ich will lieber wieder in mein Büro. Scheißegal, ob ich da weniger von dir will. Obwohl er ja eigentlich Talent zum Salesman hat. Ja, obwohl er eigentlich super gut ist, aber er will das dann halt trotzdem, weil er hat sich zu sehr daran auch gewöhnt, einfach, dass er selber er sein kann. Meine private Fantheorie zu Stromberg ist auch, dass der irgendeinen Fall, nur einen einzigen Fall, gut gemacht hat. Ach, du meinst, dass der so ein Präferenzding geschaffen hat, ne? Aber vielleicht in seinen Führungspositionen gerade ein Personalaustausch war, da findet es oft statt, bei so statusträchtigen Jobs findet das oft statt, dass Leute irgendwas grundsätzlich anders machen wollen, nur um zu zeigen, ich bin jetzt hier die neue Chefin oder sowas, ne? Und, ähm, meine Theorie zu Stromberg ist, der hat irgendwann mal irgendeinen Schadensregulierungsfall so toll gemacht, oder keine Ahnung, dass irgendeine neue Führungskraft gesagt hat, in dem steckt was, das seh nur ich, den mach ich zum Chef. Und das war nur ein purer Glücksfall, in Strombergs Geschichte hat er es wahrscheinlich nicht mal selber gemacht, und nur deswegen ist der Chef, man muss sich ja schon fragen, warum ist der Chef? Und ich wette nur deshalb, weil der... Eine Freundin von mir arbeitet in Human Resource, oder hat da zumindest angefangen, die arbeitet ja mittlerweile nicht mehr, die meinte immer zu mir, dass ich mich auch mal sehr über Kollegen halt auch aufgeregt hab, meinte so, ey, Riecher, ganz ehrlich, Deutschland wird regiert von den Jammerlappen. Nicht von denen, die was können, sondern die, die am lautesten jammern. Aber das ist doch... Nämlich auf einer Hüpfburg zu landen. Um zu zeigen, dass Depression viel schlimmer ist, als physische Unfälle am Arbeitsplatz. Genau, und das tut er nicht, weil er wirklich aufrichtig auf das Thema psychische Krankheiten aufmerksam machen will, sondern weil die Leute aus dem Lager gesagt haben, wir hier unten haben einen härteren Job. Ja, beziehungsweise er empfindet das so, als hätten sie das gesagt. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, Michael verbrennt sich den Fuß, als er beim Aufstehen in seinen Kontaktgrill seinen George-Formen-Grill tritt. Diese Szene, wie er noch in seinem Büro sitzt, ja, ich mag den Geruch von Bacon und manchmal werde ich nachts wach, leg mir Bacon auf den Grill, leg mich wieder hin und werd dann wach vom frischen Bacon. Was ist so falsch daran? Zu der Nummer möchte ich übrigens auf zwei Kleinigkeiten in der Serie hinweisen. Erstens, es gibt ja diesen geilen Scranton-Rap mit Electric City. Der beginnt mit, ich mag den Geruch von Bacon. Geil. Und man sieht später nochmal, man sieht ja seine Wohnung ständig, aber man sieht einmal nochmal sein Wohnzimmer, wo der George-Formen-Grill übrigens immer noch steht. Also der hat offensichtlich nichts daraus gelernt. Der wird auch noch benutzt. Der steht auf dem Boden. Der wird auch noch benutzt. Ja, ja. Die feiern irgendwas draußen auf dem Parkplatz und da wird gegrillt und das ist dann so, Michael, ist das der George-Formen-Grill, wo die deinen Fuß um... Da machen die Pancakes in dem Ding. Die machen so eckige Pancakes. Bei dieser Kirmes ist das. Das ist halt so geil, wo Ryan dann noch fragt, ist that, ja, is that the George-Formen-Grill? Well, it still works. Ugh, gross. Sorry, Fred, aber ein bisschen Fan bin ich ja, oder sind wir dann alle doch, dass du vorbereitest, einen Heiratsantrag zu machen in einer großen Situation und jemand 30 Sekunden vorher die Situation aussetzt, um seinen Heiratsantrag zu machen. Wie unglaublich witzig. Oh, das war so gut. Und Jim sich so entzeugt mit diesem Feuerwerk. Das ist so... Also, der Witz, weißt du, wirklich, ich hab... Wir haben alle hier Drehbücher studiert, wir wissen, wie Serien funktionieren. Da musste ich so laut lachen, weil ich komplett überrascht davon war, dass Andy ein Heiratsantrag war. Weil ich dachte, ja, okay, selbst bei Wendungen und lustigen Änderungen und Überraschungen in Drehbüchern hätte ich damit nicht gerechnet. Mit allem hätte ich gerechnet. Aber diese ganze Folge baut darauf auf, ja, jetzt machen die einen Heiratsantrag und dann macht jemand anders einen Heiratsantrag. Weil die Situation so perfekt war. Das ist ja das Geile daran. Ja, weil Jim eine so perfekte Umgebung geschaffen hat für einen Heiratsantrag, dass jemand anders das nutzt. Und ich will doch nur eine Folge bei Stromberg sehen, die so leicht und... Wunderbar ist Michaels Verhalten auch bei Hochzeiten, sehen wir mehrmals in der Serie, bei Phyllis Hochzeit zum Beispiel, wo er sich... Für mich die schlimmste Folge. Tobi hat heute gesagt, ich hasse diesen Typen nur wegen der Folge. Dass er sich selbst die ganze Zeit in den Vordergrund rückt, was so weit geht, dass er Phyllis Vater zurück in den Rollstuhl drückt, als er seine Tochter zum Altar begleiten will, um selbst Phyllis ungefragt zum Altar zu begleiten. Also, sorry, aber die Nummer war wirklich für mich, also diese Folge, so Mitte der Folge und als sie dann zu Ende war, war es eigentlich noch schlimmer. Da hat die Serie mich fast verloren. Also, ich hätte beinahe aufgehört, weiterzugucken. Das ist aber so... Warte mal, das ist aber auch so... Nein, das habe ich dir heute Mittag auch schon erzählt. Das war in Sachen Fremdscham für mich so schlimm, da kann Jack Black nicht mithalten. Das ist aber so ein Ding in amerikanischen Serien halt auch einfach, dass jemand heiratet und dann ausgerechnet der oder die kleine graue Maus, ne, Big Bang Theory, war halt auch so, ja, und wenn du dann, wenn ich dich dann zum Altar begleite und alle gucken auf mich und mein Kleid, weil ich die Brautjungfarbe die erste Brautjungfarbe, Amy, ja, die First Maid Bride oder was auch immer sie dann halt irgendwie ist und Michael halt auch... Maid of Honor. Maid of Honor, ganz genau, ja, danke. Und der dann halt auch da steht, bei den Hochzeiten oder bei Taufen oder so immer anfängt mit, ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich. Aber, 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 und darauf will ich hinaus, weil er so ein einsamer Mensch ist, sind ihm solche Situationen halt sehr wichtig. Das ist manchmal unangenehm, bei der Geburt von Pams und Jims Kind ist er ja da mit der Zigarre quasi der Großvater. Ach, das ist aber schon wieder lustig. Wobei man schon sagen muss, da sind nicht, in der ganzen Zeit, wo die das Kind kriegen, sind nicht einmal die Eltern zu sehen, das heißt Michael ist ja auch ein bisschen der, ist auch... Ey, Jim und Pam wehren sich auch gar nicht dagegen. Völlig lax. Aber trotzdem, bei der Taufe von dem Kind sagt er so, Michael, wir müssen das jetzt, ich muss das jetzt von dir hören, dass du weißt, dass du nicht der Part bist. Nein, aber ich meine damit, er ist so ein einsamer Mensch, der geliebt werden möchte, der auf der Suche nach seiner Wahlfamilie ist und so. Und wenn man dem sagt, du führst mich zum Altar, denn das ist ja nicht so, als wenn dann ein Rollstuhlfahrer gewesen wäre und Michael drückt ihn runter. Das ist ja nicht die ganze Wahrheit, die ganze Wahrheit ist, oder beziehungsweise einer, der gehen kann, sondern die ganze Wahrheit ist, er bekommt tatsächlich die Ehre, das zu sein. Die Person zu sein, die Phyllis zum Altar führt. Mit ihrem Vater. Ja genau, mit dem Vater, weil der Vater eben im Rollstuhl sitzt. Und dieser arme Mann fühlt da so viel Ehre und vor allem Zugehörigkeit zu einer Familie. Und wenn der dann sieht, dass der Vater aufsteht als Überraschung und die paar Meter gehen möchte, dass er ihn da runterdrückt, ist nicht ein Act of Strombergness. Nee, gar nicht, gar nicht. Ja, weil du gerade meintest, da hat die Serie die fast verloren. Fremdscham, weil das Fremdscham-Moment für mich zu hoch war. Das ist ein Moment, der ist, also du bist dem nicht böse, im Gegenteil. Ah, okay, das ist der Unterschied zu dem, was du heute Mittag hast, jetzt hab ich's verstanden. Und vergessen ist auch der Moment, als Michael sich bei einer Online-Dating-Plattform anmeldet mit dem Nickname Little Kid Lover. Ja, damit alle gleich wissen, worauf ich aus bin, ja, großartig. Er, ähm, er fährt auf dem Parkplatz vor der Dunder Mifflin Filiale in Scranton, fährt er Meredith mit seinem Auto an und versucht geheim zu halten, dass er es war. Das fand ich aber super geil. Ich meine, er versucht ja, das dann auch wieder gut zu machen, weil bei Meredith dann ja Tollwut festgestellt wird und er hat den Meredith Tollwutlauf veranstaltet. Alleine die Rede, wie er erklärt, dass er Meredith angefahren hat. Ja, ich hab schlechte Nachrichten, Meredith wurde angefahren. Wurde angefahren! Und dann so, irgendwie, ja, warum weißt du das so genau? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war, aber ich weiß es auch nicht mehr richtig. Er wieselt sich so drumrum. Genau. Er wieselt sich drumrum. I might be in the car that hit her. Michael hat sich, äh, Michael hat sich, äh, Michael hat sich, äh, Michael hat sich vasektomieren lassen. Dreimal. Das hat Dr. Cox aber auch. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist, das ist, das käme ich von Scrubs. Äh, und da sehe ich meinen persönlichen Ernährungsplan in Michael Scott, äh, vor dem großen Marathon hat er ein Kilogramm Fettuccine Alfredo verdrückt, um sich Carb-Loading mit, äh, 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 mit Blau, mit hier, äh, nicht Blauschimmelkäse, doch, mit. So Blauschimmelkäse, ja. So Blauschimmelkäse, ja. Und wie so ein Tobi, anstatt ein Relaxant zu geben, dass er sich zu Todescheiß ein Verstopfungsmittel gegeben hat und Tobi war noch nie so agil. Ja, weil er meinte halt irgendwie Reizsamm-Syndrom oder so, der musste noch nie so lange nicht aufs Klo. Fantastisch. Ich finde, die Folge ist einer meiner absoluten Highlight-Folgen. Ich finde die, A, ist sie super romantisch, weil da, ähm, Jim und Pam ja gerade erst zusammen sind und dann auf diesen Flohmarkt gehen. Oh no, we're the last. Ja, das ist super süß. Dann hast du Tobi, der endlich mal was gewinnt, nämlich diesen Run, ähm, und ey, diese Rede, die er auch da hält, dann, ähm, als das, ne, rauskam, dass sie, dass sie dann Tollwut hat und er dann da steht so, die Leute erzählen euch, dass nur drei Menschen im Jahr in Amerika mit Tollwut erwischt werden, äh, oder, äh, diagnostiziert werden. Ich sage euch, dass es vier sind. Und dann so, ey, ey, und die ganze Zeit, die so, wer von euch kennt hier, Mann, der mit Tollwut hat? Ja, und alle zeigern euch auf, weil es halt eine Person ist. Und die dann auch so Anrufe starten müssen, die ganzen Verkäufer werden dazu gezwungen, Sponsoren zu finden und dann so, ja, ey, wir machen das hier für Tollwut, wollen sie was spenden? Nein. Ja, okay. Und ruft dann den Nächsten an und so, also diese ganze Nummer ist so eine, diese ganze Nummer ist so eine Farce. Und den ganzen Tag liegt die Arbeit in dieser Firma still. Und es ist trotzdem die erfolgreiche Firma. Es ist fast, faszinierend. Spenden für diesen Cancer Run halt auch irgendwie machen wollen und Michael dann 25 Dollar spendet, ja, 25 Dollar pro gelaufenen Kilometer, also, also, äh, am Ende dann irgendwie 2500 Dollar sind. Aber zu diesem ganzen Ding halt auch, dass die halt, dass es in dieser Firma so wenig Arbeit gibt, als dann Will Ferrell kurzzeitig, äh, als D'Angelo, ja, der Chef ist, das ist halt super geil. D'Angelo, hast du mal eine Minute? Äh, ich hab tausende Minuten, der Job ist ein Kinderspiel. Das endlich mal einer sagt dir, da, offensichtlich haben die wirklich nicht viel zu tun. Ja, stimmt. Also, Michael, stimmt. In dieser Folge mit D'Angelo finden wir raus, Michael vertrödelt nicht seine Arbeit, der hat einfach nichts zu tun. Geilster Job ever. Ich hab tausend Minuten, ich hab echt nichts zu tun. In der Prokrastinationsfolge muss er nur Dinge unterschreiben. Das ist so in der ersten Staffel, ja, ja. Ja, aber das zeigt er, er muss nur Dinge unterschreiben, Alter. Ja, die Abrechnungen und die, äh, wo Pam erklärt das da ja, ne, in der ersten Staffel so, äh, so, Michael muss, äh, abrechnen unterschreiben und der muss das und das unterschreiben. Das eine einmal im Monat und das andere alle halbe Jahr. Aber einmal im Jahr fallen diese Tage zusammen. Hey, ganz ehrlich, also, wir sind, ich weiß, seid ihr große Pro, du bist, glaube ich, Richard, kein großer Prokrastinierer. Ich bin auf jeden Fall safe einer. Ich auch. Und der Agen heißt auch nicht, wir sind zusammen sitzen geblieben, da würde ich mal sagen, da weiß ich es auch ziemlich präzise. Du bist auch eher ein Arbeitstier, Fred, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mir das abgewöhnt, ehrlich gesagt. Ich war vorher auch richtig krass. Ich hab mir das aber irgendwann durch einfach nur knallharte Disziplin abgewöhnt, weil ich das selber mir gehasst hab. Ich bin Workaholic, was Digitales angeht, aber was Papierkram angeht, verschwinden die Sachen auch gerne mal in irgendeinem Fach und nach einer halben Stunde, nach einem halben Jahr, seh ich dann, dass ich noch für meinen Bausparvertrag, ich bin Schwab, natürlich hab ich einen Bausparvertrag, dass ich da noch irgend so eine, so eine Kapitalsteuerfreistellungsantragsblödsinn unterschreiben muss. Ja, Bausparprämie meinst du. Ich als Spießer kann dir sagen, du meintest die Bausparprämie. Ich muss dir ganz kurz sagen, aktuelles Problem in dieser Firma, ich hab meine Berufsunfähigkeitsversicherung fast fertig, die beiden Nasen noch nicht. Ich will nur damit sagen, diesen Moment, wo du so eine Stirn auf der Tischplatte hast, ey, du hast effektiv eine Arbeit von einer halben Stunde zu tun und du sitzt sieben Stunden da und sagst, ah, ich will das nicht tun, die kenne ich leider sehr gut. Ja, ja, fühl ich voll. Über wen wir natürlich auch noch sprechen wollen, mit zum Hauptcast bei The Office gehörend sind Jim und Pam. Jim, der, wie soll ich sagen, lockere Normalo, der Typ, mit dem wir uns als Zuschauer am ehesten identifizieren können. Bart Simpson, wenn er erwachsen wäre. Genau, das US-Pendant zu Ulf. Er hat genau wie Ulf keinen echten Ehrgeiz, in der Firma voranzukommen, zunächst am Anfang. Bei Stromberg hat Ulf große Schwierigkeiten, mit Stromberg zurechtzukommen. Jim hingegen bei The Office weiß genau, wie er Michael manipulieren und beeinflussen kann. Michael hält ihn von Anfang an für seinen besten Freund. Ja, und Pam, die Rezeptionistin, eigentlich die normalste, so im kompletten Cast, so, das ist eigentlich die normalste Person, behaupte ich, im kompletten Cast. Ich schüttel energisch in den Kopf, weil das ist Tobi. Äh, nein, Creed. Nein, Creed ist ein Weirdo, aber... Nein, Creed ist die normalste. Creed und Daryl. Also, Tobi ist der einzig vernünftig denkende Mensch und der einzig normale Typ, der wird im Laufe der Serie ein bisschen weirder, wie gesagt, diese Fantheorie mit dem Würger und so, ne, also die kommt ja nicht ungefähr, aber eigentlich ist Tobi der einzig normal denkende Typ. Michael hasst den ja, weil er der einzige ist, der rational denkt. Pam ist... Pam ist halt, Pam ist... Schon Teil des Spiels. Also, Pam, die Rezeptionistin, ist Michael Scotts Kindergärtnerin. So, sie weiß, wie man mit ihm umgeht, wie man ihn behandelt, wie man die Fehler, die er macht, die Kollateralschäden möglichst gering hält, wenn sie, als Beispiel, wenn sie, also das artikuliert sie auch aus in der Serie, wenn sie einen Anruf bekommt für Michael Scott, dann tut sie erst nur so, als würde sie ihn durchstellen, weil Michael dann irgendeinen dummen Spruch macht und erst dann sagt sie, oh, sorry Michael, hat nicht geklappt und stellt dann durch. Nachdem Michael seine erste dumme Idee schon ausgespuckt hat. Das ist auch schön, wo sie irgendwie sagt, ja, warten Sie und macht dann irgendwie quasi selber die Warteschleife. Pam ist am Anfang oft Opfer von Michaels Streichen. In der ersten oder zweiten Folge gibt es eine vorgetäuschte Entlassung. Da tut Michael so, als würde er Pam entlassen und sie bricht in Tränen aus. Das ist übrigens eine Szene, die fast eins zu eins aus The Office UK kommt, wie viele Dinge in der ersten Folge. Einer der liebsten Gags von Michael. Ja, beziehungsweise David Brand macht das ja im Original. Und ey, wenn ihr mal diese englische Originalserie seht, bei Michael ist es fremdschämig, cringig. Bei David Brand ist es einfach nur so was, also das ist so ernst, wie der das macht. Michael Scott muss ja manchmal vielleicht kichern dabei, aber diese... Oder guckt so lustig in die Kamera. Die UK-Geschichte ist wirklich einfach nur so, Alter. Und der macht das auch viel zu lange, der Ricky Gervais. In der UK heißt es, sie hätte Post-its geklaut. Ja. Sie hätte so gelbe Post-it-Zettel geklaut und zwar tausende davon. Ja, aber sie kosten zwölf Pents, aber wenn du zwölf Pents mal tausend klaust, dann machst du Profit. So geil wie er das sagt. Aber es ist halt viel zu lang. Viel zu lange bleibt er da ernst. Das ist echt unangenehm. Und der ganze Werdegang von Jim und Pam, die ja so eine Büroromanze starten und dann tatsächlich auch heiraten und Kinder kriegen. Pam, die seit drei Jahren mit ihrem ersten Freund Roy seit drei Jahren verlobt ist. Ja, und das ist sehr herzlich und das ist das, was uns Zuschauer dann auch wirklich berührt. Und ich sag mal, durch die Perspektive dieser beiden Menschen, Jim und Pam, lernen wir als Zuschauer auch diesen ganzen Puff da, Dunder Mifflin, als Familie lieben. Ey, also bei Stromberg gibt's ja wirklich nur Pein und Leid. Und am Schluss ärgerst du dich eigentlich nur darüber, dass er jetzt nicht wirklich gefeuert wurde. Bei Dunder Mifflin, bei The Office ging's mir so, wie beim Serienfinale von Star Trek Deep Space Nine, ich hätte fast geheult, weil die alle so ihre eigenen Wege gehen und erwachsen werden und einige dann die Firma verlassen und wichtige Figuren dann praktisch ihren eigenen Werdegang außerhalb von Dunder Mifflin bestreiten. Also bei The Office wachsen dir die Leute wirklich ans Herz und am Ende fühlst du dich, beim Serienfinale fühlst du dich, als würdest du gute Freunde oder Familienmitglieder verabschieden. Okay, da muss ich aber auch sagen, ja, du hast vollkommen recht, man fiebert halt wirklich mit den Figuren mit. Die, die man anfangs halt irgendwie gar nicht kennt, zum Beispiel halt so irgendwie erst ab Staffel 4 ist mir ein Oscar halt erst so richtig aufgefallen, den ich später auch megamäßig gefeiert habe. Aber das fand ich halt echt super. Und wer auch immer im Kostüm- und Make-up-Department sich überlegt hat, dass Jim die Haare links und rechts halt irgendwie so abstehen, ey, dümmste Entscheidung ever, Alter. Wer hat denn so eine Frise von Natur aus? Nein, find ich geil, weil ich Menschen kenne, die solche Haare haben. Echt? Ja, vor allem weil Jim, Jim, das ging mir so auf die Eier, weil ich mir dachte so, bei wem kräuseln sich denn auf so einer Linie die Haare so? Ja, Jim ist eben nicht der hübsche, geile, gut aussehende New Yorker. Jim ist auch nur der beste Typ, den du in Scranton kriegen kannst. Genau, ja. Und deswegen ist so eine Frise total geil für den. Also, er hat ja später... Alter, dass die Figur... Entschuldigung, schreier... Nee, dass die Haare bei der Figur irgendwie was ausdrücken sollen, was unterstreichen sollen, das sehe ich ja halt auch noch irgendwie. Aber wie teilweise diese Frise so akkurat wirklich an manchen Stellen sich dann halt so nach oben kräuselt hat. Ja, aber das ist doch ein Arschwicht. Ich meine, derselbe Typ hat später vollbärtig Jack Reacher gespielt. Richard wird mit eigenen Waffen geschlagen. Mit dem Satz. Leute, die Frise von Jim ist jetzt eher nebensächlich. Ja, die ist... Aber es gibt einen coolen Trivia-Effekt dazu. Punkt eins, das ist tatsächlich so eine Naturfrisur, nur halt eben dann gemacht. Die hatten das Problem, dass sie die Haare unten einfach... Also, der hatte einfach lockige Haare, der Typ. Und die haben die nicht ganz glatt gekriegt. Und am Anfang war das halt so, der sollte glatte Haare haben. Was er in dieser Folge, wo er Dwight nach macht, ja auch hat. Das war ursprünglich mal der Plan. Das hat aber nicht ganz geklappt. Und der Regisseur fand's ehrlich gesagt ziemlich lustig, wie die so unten abstanden. Die haben das nur oben so ein bisschen glättet gekriegt. Und das sieht eigentlich seiner Naturfrisur sehr ähnlich. Gut, John Krasinski hat selber mal gesagt, seine Haare, wenn nichts dran gemacht ist, hängen einfach nur runter. Äh, nee, also diese Locken da unten sind, wenn die länger sind. Dann kommen die. Egal. Diskussion über Jims Haare jetzt zu Ende bringen. Nee, nee, es gibt nämlich noch einen lustigen Trivia-Effekt. Und zwar für einen Film, dessen Namen ich vergessen habe, weil kein Mensch erkennt. Und weil der auch völlig egal ist. Was in der zweiten und dritten Staffel oder so, trägt er die ganze Staffel übrigens ne Perücke. Von seiner eigenen Frisur. Weil der sich ne Glatze rasieren musste für diesen Film. Wow. Übrigens habe ich neulich gesehen, auch John Krasinski ist bei, ähm, ach ja klar, bei Jarhead. Er ist bei Jarhead, ist er mit drin. Er ist, er sitzt im Zelt. Ich glaube, das war sogar Jarhead. Er sitzt im Zelt und schreibt die, 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 die Presse, Presseberichte. Der sitzt da und tippt und hat sogar eine Szene mit Jack Gyllenhaal. Nee, das ist, glaube ich, nicht Jarhead für die Serie. Ist das egal. Aber Jarhead ist auch egal. Super, super spannende Figur. Meine persönliche Lieblingsfigur bei The Office ist natürlich Dwight Kurt Schrute. Ja. Dwight K. Schrute. Der Zweite. Der Dritte. Der Zweite? Der Dritte. Der Dritte. Sicher? Ja. Dwight K. Schrute. Assistent des... Aber Fritz Walter hat auch für Rot-Weiß-Essen... Wenn ich hier sitze, dann labere ich immer nur Scheiße. Ah, wäre ich Tobi oder Richard, würden wir jetzt fünf Minuten darüber diskutieren, ob es der Zweite oder Dritte ist. Ich gehe einfach mal drüber hinweg. Ihr habt doch so Tablets hier stehen. Googelt die Scheiße doch. Ich gucke es gerade nach. Ach, du guckst. Ich wollte gerade sagen, fang jetzt an. Also ich bin... Dwight Schrute ist, äh, Assistent des Regionalmanagers. Dwight Kurt Schrute the Third. Okay, der Dritte. Dwight K. Schrute ist Assistent des Regionalmanagers. Assistent to the Regionalmanager. Er denkt, er sei Assistenzmanager. Ach so? Ah. Ja. Er denkt immer, er ist Assistent Regionalmanager, aber er ist Assistent to. Ja, aber auf Deutsch habe ich das so noch nicht gehört. Deswegen dachte ich jetzt gerade... Und... Also Leute, die vielleicht bei unserer Live-Show, bei Nerdification, bei unserer Bühnentour waren, da haben wir über so verschiedene Arten von Nerds gesprochen. Und Dwight Schrute ist für mich der Prototyp eines Dork. Also, er ist ein Nerd auf eine unangenehme und asoziale Art und Weise. Er ist Nerd, er ist Fan von Science-Fiction-Filmen und auch von Mangas und Animes und so weiter, was jetzt nicht so riesengroß thematisiert wird. Außer Battlestar Galactica. Und Battlestar Galactica. Die Szene. Und er ist ein extrem unangenehmer Typ. Seine Familie kommt aus dem Umfeld der Amish in den USA, die ja von den Amis... Also, das ist jetzt leider Lästern über eine Minderheit, aber die Amish werden in den USA halt, ich sag mal, als sehr seltsam abgetan. Eher nicht nur in den USA, die sind ein bisschen seltsam. Die Amish, also die halt wirklich sämtliche, die immer noch Farmen haben und eigentlich sämtliche Formen von Technik halt ablehnen. Das ist nicht schlimm, aber es ist seltsam. Die einzigen Menschen zur Zeit, die kein Handwerkerproblem haben. Nie hatten. Er ist nebenbei Rübenfarmer. Er pflanzt Rote-Bete-Farme. Pflanzt er an auf der Shrewd-Farm. Und warum? Weil der Regisseur der ersten Folge ein Onkel hat, der Beatfarmer war. Und die haben sich irgendwie überlegt, was ist das Dümmste, was der machen könnte? Das. Und seine Vorlage aus der UK-Serie, Gareth heißt der Typ bei The Office UK, der ist ganz anders als Dwight. Aber die haben Parallelen und ich hab tatsächlich was mega Interessantes über die gelesen. Über den gelesen. Und zwar, sein Pendant Gareth aus der UK-Serie wird beschrieben als Paradebeispiel einer sozial schwerfälligen, maskulin dominierten amerikanischen Unterschicht. Ich mein, das ist halt auch total krass. Wir sehen das ja so relativ häufig, dass er halt auch über offensichtliche, also erstmal so, er ist ja abstämmig auch von Deutschen. Der hat mir teilweise Sachen über die deutsche Kultur halt nahegebracht, die ich selber nicht, nicht mal kannte, so explizit, wie zum Beispiel der Belznickel. Belznickel. Der Belznickel. Der Belznickel, ja. Ähm, was ich selber nicht kannte, was ich aber ziemlich geil finde, dass er versucht, Amerikanern Glühwein näher zu bringen, weil ich kenn's aus Kanada, die hassen das wirklich, weil sie es nicht kennen und denken, die trinken halt buchstäblich Lava. Weil die trinken was, bei denen ist ja alles süß. Eggnog auch, das ist süß und mit ein bisschen Schuss halt drin. Und wenn die Glühwein trinken, ist mir die so, oh, 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 deutsch ist toll. Und der ist, für mich ist er schon fast zu süß, aber okay. Ja, und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach, scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Egal, aber er hat auf jeden Fall so richtig geile Traditionen und Co., die er halt dauerhaft aufrecht erhält, die so altbacken halt wirken, dass das auf viele schon sehr befremdlich wird. Das ist deutschest an Dwight Kurt Schrute, dem dritten, ihr kennt ja diesen Mantel, den er die ganze Zeit trägt, trägt über die ganze Serie. Sein SS-Mantel? Nee, das ist, äh, 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 von der DDR. Hm. So ein, ähm, hier, Dings-Mantel. Also so ein DDR-Mantel, den er halt die ganze Zeit trägt. NVA-Mantel dann wahrscheinlich. Ich mein, wir wissen ja auch, dass er offensichtlich Nazi-Verwandte hat in Argentinien. Das wird zweimal, das ist angespielt, einmal, als er erzählt wollte, dass... Der Deutsche, der was auf sich hält, hat auch Dwight. Also der, der erzählte einmal, dass er nach Argentinien wollte, aber dass ihm da ein Pass abgenommen wurde, weil er da deutsche Verwandte besuchen wollte. Und einmal kriegen wir mit, dass er irgendwie Spanisch spricht deswegen, weil er deutsche Verwandte hat. Also das wird so ein, äh, das ist echt ein bisschen weird, seine ganze Familiengeschichte. Ähm, was ich aber spannend finde an, an, äh, Dwight, sind A, viele Dinge, aber, ähm, B, äh, dieser eine Punkt, ähm, wir sehen das in der letzten Staffel, da findet er ja diese, ähm, Belgierin ist es, was ja immer sein Traum war, eine Belgierin zu heiraten, die auch genau so weit von ihm, äh, entfernt verwandt ist, dass seine, oder dass, dass deren Kinder perfekte Menschen werden. Cousine dritten Grad ist, er sagt doch, das ist noch Familie, aber kein Inzest mehr. Genau, aber kein Inzest mehr. Da haben wir mal in der Game of Thrones-Folge vor sechs Jahren mal drüber gesprochen, über diese Versuche da in, äh, oder Untersuchungen in Island, dass es tatsächlich so ein Ding ist, so ab zweite, drittes Grad, äh, äh, Verwandtschaft, kriegst du wirklich die perfekten Nachkommen. Total irre. Bringen unsere Hörer nicht auf komische Ideen, Alter. Ja, das haben wir damals schon gemacht. Und, äh, äh, dass, äh, äh, er sich am Ende aber trotzdem ja für Angela entscheidet. Diese komische Hardcore-Christenbraut, die völlig weird ist, also die wirklich völlig weird ist. Das finde ich halt so geil, dieses Rechtschaffende von einem guten Christen, der offensichtlich jeden Sonntag in die Kirche geht und dann aber so ein absolut verfehlter, verfehlten Charakter einfach hat, wenn es wirklich dann um Nächstenliebe geht. Angela. Angela, ja. Ähm, also, ähm. Ganz anders als die gemeinen amerikanischen. Ja, deswegen ja. Entschuldigung. Und, und, äh, ich finde es einen schönen Gedanken so, weil der hat ja immer einen Plan, so, ne, was seine Frau angeht. Und sie ist ihm ja auch komplett hörig. So, ne, also, sie ist so das, was man sich für Dwights Frau vorstellt, nur deutlich heißer. Ähm, aber er entscheidet sich im Endeffekt für die, die über ihm steht. Nämlich Angela, so, die kontrolliert ihn ja komplett von Anfang an. Und das, das finde ich sehr interessant so an seiner Figur. Also, der entwickelt sich da an der Stelle ja auch nicht weiter, sondern es geht ja von Anfang an so, diese Angela-Dwight-Nummer. Moment, aber Dwight entwickelt sich daringehend weiter, dass er selber irgendwann feststellt, weil er ist ja sehr, wie kann man sagen, auf Produktivität ja aus. Und dass er selber sagt, der intelligenteste Vampir ist der, der sein Opfer nicht bis zu Ende aussaugt, sondern der es wieder rehabilitieren lässt, um dann wieder an ihm rumzusaugen. Ja, aber das ist jetzt das, was ihm passiert durch die Beziehung im Prinzip zu Angela. So, er ist jetzt das Opfer, während sie der Vampir ist. Und zwar auf nicht-toxisch oder kaputte Art, so, ne, weil denen tut das gut, was die da machen. Ja, aber wie gesagt, die sind schon gleichwertig. Also, er sagt ihr ja auch über Staffeln hinweg, wir treffen uns jetzt hier und so. Ja, klar. Aber das ist eben nicht das, was er sich vorher vorgestellt hat, nämlich diese Belgierin, die er runterbuttert. Ja, ich will nur nicht sagen, er hat jetzt jemanden, er hat jetzt irgendwie so eine Dom gefunden. Achso, nee, nee, das meine ich nicht. Das ist jetzt nicht so. Aber auch ganz interessant, wie er die Belgierin dann halt auch, oder seine Cousine dritten Grades dann halt auch dazu bringt, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Weil, wie gesagt, der alte Tradition hochhält manchmal auch höchstwahrscheinlich ausgedachte Sachen, die man selber gar nicht kennt. Ja, wenn ein Farmer Interesse hat an einer Frau, ist es braucht, dass er ihr drei Rabenschnäbel vorliegt. Und wenn sie Interesse an ihm hat, zertritt sie diese und genau das passiert. Ey, Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Dwight ist so die personifizierte, das personifizierte, seltsame einer US-amerikanischen, landwirtschaftlich geprägten Unterschicht. Aber er ist auch selbstbewusst seltsam. Richtig. Ernie in Deutschland, sorry, Fred, ist ein gemobbter Nerd, der immer ein Opfer war. Und Dwight haben sie Selbstbewusstsein gegeben. Dwight ist in seiner Welt der mit Abstand beste und wahrscheinlich einzig funktionierende Mensch. Und deswegen ist der wieder, ja, weiß ich nicht, likable, lovable. Jedenfalls guckt man sich gerne an, was der so macht. Es ist super, super interessant und spannend, Dwight, den Weirdo aus The Office US, mit Ernie, dem Weirdo aus Stromberg, zu vergleichen. Das ist fucking spannend. Weil die beiden sehr viele Parallelen haben. Soziale Merkwürdigkeit, also Social Awkwardness. Sie sind in gewissen Dingen irgendwie total überehrgeizig. Ja, sie haben Spezialinteressen und sie ... Überprinzipien treu. Ja, genau. Überkorrekt sind sie, genau. Viel übertriebenes Prinzipienversessenes. Aber sie sind trotzdem komplett konträr. Ernie ist ein klassisches Mobbing-Opfer, leider. Äh, Dwight ist irgendwie da so mehr auf der Täterseite. Dwight hat ein total übersteigertes Selbstwertgefühl. Also Dwight ... Michael hat ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl so gefühlt. Toll, ja. Bei Dwight hingegen hat man das Gefühl, dass er wirklich im tiefsten Inneren davon überzeugt ist, dass er der geilste Typ ist. Ja. Und er ruht da auch in einer gewissen Weise darin. Das führt aber zu sehr, sehr vielen merkwürdigen Situationen. Wir wissen sogar, woher das stammt, weil es das Brauche der Schrute-Familie, dass der Jüngste die Älteren großzieht. Und er ist der Jüngste. Am Anfang ist das auch noch so ein bisschen ... Da hat er eben noch so eine Opferstellung wie sein Pendant aus UK und wie das, was sie nachher aus Berlin gemacht haben. Jim spielt ihm ständig streiche. Er ist dann Mobbing-Opfer. Er kriegt auch seine Büroartikel in Wackelpudding verpackt, was ja der Witz aus der ersten Staffel in UK ist. Und seinen ganzen Arbeitsplatz in ... In Geschenkpapier. In Geschenkpapier. Aber da drin sind nur Pendants und Pappe und so Billigholz und so. Das war so ein Geil. Also die ersten ... Megadesk! Nee, das ist genau das, was ich meine. In den ersten Staffeln ist er dann Mobbing-Opfer. Ja. Und in den ... Alles, was sie dann daraus gemacht haben, ist er jemand, der Megadesk baut. Also irgendwie aus ... Wenn Jim mal eine Woche nicht da ist, seinen Schreibtisch annektiert, um an einem Schreibtisch zu telefonieren, an einem zu zocken und an einem anderen irgendwie zu ... Papierkram zu machen oder sowas. Papierkram zu machen. Meine Lieblingsfolge Megadesk. Megadesk! Wir haben vorhin, glaube ich, Fred Emanzipation gesagt. Und der, also dieser Charakter, der emanzipiert sich total. Der wird am Anfang gemobbt und ist aber trotzdem irgendwie selbstbewusst genug, das zu überstehen. Und der wird dann ab der dritten, vierten, fünften Staffel komplett eigenständiger, unmobbable Charakter. Jedenfalls nicht so mit so, hier ist dein Tucker. Der ist nicht brechbar. Ja, nicht brechbar. Ja, genau. Naja, aber er wird immer wieder auch durch seine eigene Überschätzung in seine Schranken verwiesen. Weil Dwight, Dwight tut die richtigen Dinge aus den falschen Gründen, aber auch die falschen Dinge aus den richtigen Gründen. Beispiel zum Beispiel, wenn Roy auf Jim halt losgehen möchte, ist Dwight der Erste, der ein Pfefferspray zieht. Stimmt. Und zwar nicht, weil er Jim mag. Nicht, weil er Jim mag, sondern weil er selber dann da sitzt. Da habe ich mich tierisch totgelacht. Dieser Schnitt, der sitzt da mit Tränen in den Augen von dem Pfefferspray. I'm Dwight Shrewd, Defender of the Office. Ja, aber er macht halt auch eine Feueralarmübung, ist ja erstmal eine richtige Sache. Aber indem er halt die Räume alle verschließt, alles dicht macht, Mülleimer anzündet und deswegen Stanley halt einen Herzinfarkt hat, weil keiner mehr rauskommt. Können wir kurz, ey, sorry Fred, fünf Sekunden und das Bild in Erinnerung rufen, wo Angela ihre Katze retten will. Oh ja. Die Katze hochwirft, unter so Bürodächern sind ja meistens diese Styroporplatten irgendwie. Aufliegenplatten sind das, ja. Ja, und die Katze so hochwirft, die Katze gefühlt gerettet ist für eine Sekunde und dann so zwei Elemente später wieder runterfällt. Weil Oskar sie nicht gefangen hat. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das noch angucken möchte, ohne darüber lachen zu müssen. Ich muss jedes einzelne Mal über diese Szene lachen. Auch bei dieser Nummer, wo das mit dem Pfefferspray kam, wo Dwight uns dann in so einer Off-Szene, also wo er dann interviewt wird, kurz zeigt, wo er sonst noch so Waffen gesteckt hat. Und das ganze Büro einfach voll mit den weirdesten Waffen ist. Wie Tobi da noch gabeln und so ein Blödsinn. Wie Tobi da noch mit so einer Box neben ihm zwingt, alle Waffen auszuhändigen, ey, Alter. Talking Head heißt das übrigens. Also sorry, kleine, sorry, das ist schon wichtig bei The Office, das heißt Talking Head. Talking Head. Talking Head, ja. Darf ich, es ist sehr interessant, ich nutze jetzt die Gelegenheit, wo mich keiner unterbricht. Es ist sehr interessant, dass bei The Office US alle Charaktere ihre Talking Heads bekommen, also die Interviewstellen, in denen sie kurz was in die Kamera sagen dürfen, in Richtung des Offices, die sitzen nämlich alle vor der Wand und daneben die Lamellen Richtung Office, bis auf Michael, Pam, also Michael von Anfang an, der darf in seinem Büro Richtung draußen mal was sagen. Und dann Pam und Jim, ich hab gelesen, erst nachdem sie geheiratet haben, aber das will ich jetzt nicht behaupten, aber die am Anfang reden auch noch Richtung Office und reden dann Richtung nach draußen und Dwight redet irgendwann Richtung draußen. Also die Schießrichtung der Kamera, nicht die reden nach draußen, sondern die Schießrichtung der Kamera. Oh ja, Entschuldigung, genau, die Schussrichtung der Kamera ist nur bei diesen vier Charakteren am Ende mal nach draußen, die sitzen auch vor einer Wand mit Lamellen im Hintergrund, aber eben in Richtung draußen. Und alle anderen Nebencharaktere oder unbedeutenden Charaktere reden immer Richtung drin, um sozusagen zu symbolisieren, für die findet auch nochmal ein Leben draußen statt und die anderen sind unbedeutend und die reden in Richtung. Was für ein Detail, krass. Was ich zu Dwight, Kurt Schrute, dem dritten noch sagen möchte, das haben wir jetzt so ein bisschen weggespielt, weil du auch gerade Dork sagtest und Richard so entsetzt geguckt hat. Dieser Begriff passt schon, weil wir einen Punkt jetzt außen vor gelassen haben. Dork ist ja im Prinzip nicht nur Arschloch und Weirdo und so, sondern eben auch Fachidiot. Und das ist das, was Dwight wirklich ist. Dwight ist von Anfang an, von der ersten Staffel bis zur letzten Staffel, der beste Verkäufer des Ladens. Und zwar mit Abstand teilweise. Der dann immer, wenn er Chefes Meetings einberuft mit, jetzt erzähl doch mal, wo kommt denn Papier her? Aus Bäumen, genau, aus Bäumen. Was ist das Wichtigste für Bäume? Die Erde. Ja! Ja, genau. Wie haben sich Dunder und Mifflin kennengelernt? Also der von seiner Materie? Er ist ein Übernerd. Genau, der hat, ja, es hat einen Dork, der ist ein Fachidiot, der kriegt ja sonst nix hin. Ich meine, wir lernen mal, dass er 150.000 Dollar in knapp zehn Jahren für Kampfsport ausgegeben hat. Und wir sehen, den Kampfsport machen. Diese 150.000, 150.000 Dollar, also das muss man sich mal kurz wegtun, weil wie viele Kurse der gemacht haben muss. Er ist halt Senpai und sein Sensei verdient halt gut an ihm. Ja, offensichtlich. Der macht ja auch mehrere Kampfsportler, das ist ja nicht nur Karate, das kommt ja immer wieder vor. Also, der ist unglaublich. Dieser Typ ist eine Nullnummer, außer im Sachenverkaufen. Ich meine, die Stroot Farm läuft, warum auch immer dieser Ort, sieht aus wie aus Saw. Ich bin kein Bed & Breakfast. Natürlich biete ich den Leuten ein Bett und wenn sie dann aufwachen, dann gerne auch die erste Mahlzeit des Tages. Aber das macht mich doch lange nichts. Also, der Typ kann verkaufen und das kann er verdammt gut. Und das war das, was ich am Anfang der Folge mal sagte, Richard, lass das mal kurz zurückhalten. Wir haben uns kurz über Jimmy gesprochen, wir haben uns kurz über Dwight gesprochen. Meine Lieblingsszene in dieser gesamten Serie ist, glaube ich, so vierte, fünfte Staffel muss es sein, wo die alle nach draußen gepusht werden, die ganzen Verkäufer. Und alle sollen ihre Deals machen. Und die werden in Teams aufgeteilt. Und natürlich landen dann Dwight und Jim in einem Team. Die sind jetzt dazu gezwungen, halt in Teams loszuziehen. Und Dwight und Jim ziehen zusammen los. Und die beiden können sich auch im Tod nicht ab zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Ende der Serie, nicht ab. Und wir wissen, Dwight ist der beste Verkäufer der Firma und Jim ist der zweitbeste Verkäufer der Firma. Und Dwight und Jim sind jetzt halt dazu gezwungen, zusammen zu einem Kundengespräch zu fahren. Und wir sehen die beiden da, wie sie einem Kunden gegenüber sitzen. Und Jim fängt an, typisches Verkaufsgespräch zu machen. Während Dwight sich dann irgendwann das Telefon nimmt und anfängt, eine Nummer zu wählen und dann in der Warteschlange landet. Und das wirkt super unpassend und peinlich. Dann haben wir ja Schnitt zu anderen Leuten, Schnitt zu anderen Leuten. Schnitt wieder rückt zu denen. Jim fängt dann an, irgendwas über Kundenverhältnisse und so weiter zu reden. Und du hast immer noch das Gefühl, der redet über irgendwas völlig Irrelevantes. So ein typisches Verkaufsgespräch. Dwight in der Zeit ist genervt von dieser Warteschlange und legt das Telefon halt dahin. Und lässt die Warteschlange laufen und denkt schon so, ey, was für ein nerviger Spacko ist bitte Dwight, dass der dieses Gespräch so sabotiert. Schnitt wieder zu anderen, Schnitt wieder zu anderen, Schnitt wieder zurück. Und dann kommt halt die geile Auflösung. Jim beendet sein irrelevantes Gerede vorher mit. Und wir haben halt den besten Kundenservice von allen. Und er so, ja, aber das habe ich bei den anderen doch auch. Und dann hast du bei Dwight kommt dann eben so diese ewig lange Wartemusik. Und dann meint du, das hier, das sind die großen Kunden. Und bei uns, Jim geht ans Telefon, wählt eine Nummer, hier ist Kelly vom Kundenservice, was kann ich für sie tun? Und das sind das, was wir machen. Und zack ist das Ding halt eingetütet. Das heißt, dieses ganze über Szenen aufgebaut, irre oder irrelevant wirkende Gelaber von Jim war auf einen Punkt hinaus geballert. Während das unpassende Verhalten von Dwight auf einen Punkt hinaus gezielt war. Und die zusammen ergeben ein so unfassbar, ich hätte denen Papier abgekauft in dem Moment. Und ich brauche kein Papier. Also das war so irre cool. Ich finde immer bei Serien cool, wenn du so in der zweiten, dritten, vierten, also nicht zweite, aber wenn du so irgendwie in der Serie drin bist, wenn Charaktere, die du vorher als konträre Positionen wahrgenommen hast oder auch aufgebaut bekommen hast, wenn die dann irgendwann zusammenwachsen. Das rührt mich immer total. Das sind immer die schönsten Momente in Serien, wenn du so siehst, der Typ, der denen gar nicht leiden konnte, die sind in Wahrheit oder der, dies, das, keine Ahnung. Jede fucking Serie, die gut ist, funktioniert so. Dr. Cox, der JD, irgendwann begreift als ebenbürtigen Arzt. Oder jedenfalls. Ist das nicht immer so das Ding? Weil, dass die Figuren, die sich am ähnlichsten sind, sich am wenigsten leiden können? Ja, aber ich glaube, zwei Hunde, ein Knochen. Aber das ist doch, das macht doch eine richtig geile Serie aus und das darf auch eben gerne eine Sitcom nur in Anführungszeichen sein, dass du nach zwei, drei, vier Staffeln merkst, da steckt mehr hinter diesen Charakteren als nur, ich bin der Nerd, ich bin eigentlich der Typ, der lieber Basketball spielen würde, sondern da steckt einfach, die sind einfach tiefer, das sind einfach echtere Charaktere. Und dass die beiden sich da hinsetzen können und so ein Verkaufsgespräch führen können, rührt einen dann irgendwie schon. Und das ist vor allem auch deshalb, das ist gerade mein Versuch, Fred, der eigentlich was sagen möchte, hinzuhalten. Eben auch deshalb, weil gesagt wird, dass die beiden vorher, früher, bevor die Serie losgeht, als Verkaufsteam losgezogen sind. Also wir hören, ihr geht nochmal auf Tour. Das heißt, es gab eine Zeit, wo die so performt haben, bevor die so verfeindet, bevor die sich so gemobbt haben. Und weil sie jetzt gezwungen werden, das wiederzumachen, performen die ganz genauso wie vorher. Das ist so geil, das gibt so viel Tee für diesen Charakteren. Sven, du darfst immer ausreden, Gäste dürfen immer ausreden. Tobi und Richard hasse ich, seit über fünf Jahren, das wissen die Hörer. Das ist wie bei Stromberg hier, das wissen die Hörer, Gäste dürfen immer ausreden. Tobi wollte was sagen. Ja, was ich sagen wollte, also das ist ja nicht nur ein Rühreinspruch, seit wann? Also das ist ja nicht nur ein rührender Moment, weil wir sie mal zusammen agieren sehen. Ja, vor allem deswegen, aber das Spannende ist ja auch, und das hast du ganz, ganz oft bei Sitcoms, wo eben dann dieser Reveal-Moment, nenn ich ihn mal, mal kommt. Wir hören ja vorher schon die ganze Zeit, wie krass Jim ist und wie krass Dwight sind und vor allem wie krass Dwight ist. Das hören wir ja die ganze Zeit. Ein Jim hört man das gar nicht so. Am Anfang schon, am Anfang wohl. Und da sehen wir es dann mal. Genau, und da sehen wir es mal. Also wir sehen mal diese beiden Vollidioten, die wir die ganze Zeit nur Blödsinn machen sehen. Können die denn was, genau wie bei Michael, so können die denn was? Und hier sehen wir, ja, die können richtig was. Also es tut mir leid, es stand außer Frage, dass Dwight was kann. In dem Moment, wo er den Wagen zugemacht hat, sich auf die Rückbank gesetzt hat und kickstart my heart, den Rücksitz verprügelt hat, wusste ich, da kann was. Yeah! Das hat so eine geile Szene. So eine geile Szene. Dwight, echt? Immer noch? Ernsthaft, immer noch? Jim schließt die Tür und er macht das auf, macht kickstart my heart und von Mercury Group volle Pulle und verprügelt den Rücksitz, um sich heiß zu machen, aufs Verkaufsgespräch. Großartig. Weißt du, mach ich das jetzt auch immer vor jeder Show. In unserem Corona-Talk vor kurzem, als wir frisch genesen waren, hab ich ja einen Fremd-Podcast empfohlen und zwar Office Ladies von den beiden Schauspielerinnen von Pam und Angela, die auch Backstage-Stories erzählen. Die übrigens privat auch beste Freundinnen sind. Richtig. Auch vor Drehbeginn schon, ja. Und die haben da auch den Schauspieler von Dwight mindestens einmal, also ich hab nicht den ganzen Podcast durchgehört, ich hab ein paar Folgen gehört, war mega interessant, die haben den Schauspieler von Dwight auch am Telefon gehabt. Und er hat über seine Rolle als Dwight gesagt, er stellt sich die Figur so vor, dass Dwight Schrute für alles im Leben eine sehr einfache Erklärung hat. Er hat ein Weltbild, das sehr, sehr, sehr einfach ist. A plus B gleich C. Das ist etwas, das heute auch Querdenker am Start haben. Eine sehr einfache Erklärung für die Welt. Du hast Schuld, dass Stanley einen Herzinfarkt hat. Ach ja, ich hab ihm nicht 20 Jahre gezwungen, sich nicht zu bewegen und alles mit Butter zu essen. Aber ich will euch mal eins sagen, Leute, ganz ehrlich, wenn ich jetzt als reale Person, Fred von den Kack-und-Sach-Geschichten, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mit einer Person von The Office zu tauschen, würde ich Dwight wählen. Und wisst ihr warum? Weil er der einzige in dieser ganzen Welt, in dieser ganzen abgefahrenen Scheißwelt ist, der zu 100% mit sich selbst im Reinen ist, der sich selbst, so wie er ist, akzeptiert, der weiß, wo sein Platz in der Welt ist, dem sein Job Spaß macht, der wirklich Leidenschaft dafür hat, was er tut, Papier verkaufen und rote Beete anpflanzen. Und Dwight macht eine Menge weirden und auch falschen Scheiß. Aber Dwight ist eine Person, die mir so vorkommt, als wäre sie im tiefsten Inneren glücklich und zufrieden mit sich selbst. Was? Ich glaub eher, du siehst da Parallelen dazu, weil er eine unemotionale Maschine ist. Wie könnt ihr denn jetzt so darauf reagieren? Der hat doch zu 100% Recht, der Mann. Ja, na klar, Mann. Dwight hat ständig Ausraster. Der ist ständig, wird er von der Situation übermannt und dreht völlig am Rast. Stimmt auch wieder. Immer dann, wenn Jim... In seinem Privatleben ist er relativ safe. Immer dann, wenn Jim ihn da rausbringt, Phil. Ja, genau. Nee, 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 nee. Auch wenn ja auch nur ein Quäntchen an Verantwortung kommt, äh, äh... Ja, dann kommt der wahre Dry draus. Wenn er ein Quäntchen Verantwortung oder Macht bekommt, dann wird er immer zu 1000% korrumpiert davon. Das ist, wenn irgendwer... Warte, 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 das stimmt voll. Aber das gehört ja... Okay, Tobias klatscht gleich. Ja, Freds Aussage ist im Prinzip wie diese ganzen Physiker-Gags bei, äh, 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 wie heißt das? The Big Bang Theory. Dwight in einem Vakuum wäre die perfekte in sich gekehrte Person. Aber er existiert nun mal nicht ohne andere Menschen. Und andere Menschen bringen ihn ständig zum Explodieren. Ich meine, einer der Gründe, warum er nachher, äh, äh, oder in der siebten Staffel dann, ähm, nicht in Frage kommt als Manager ist, weil er aus Versehen der Waffe losgehen lässt. Weil er ein Colt mit einer Waffe drin, das Gehöchste der Männlichkeit, als das Höchste der Männlichkeit... Genau, und alle ihm sagen, nimm den Colt, wenn er sich aufregt und das Ding dann aus Versehen losgeht. Ja, 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 ja. Also, ohne andere Menschen auf seiner Schrute-Farm ist das wahrscheinlich, wäre Gandhi ein Scheiß gegen den Typen. Ja, Mann. Aber leider muss er halt mit anderen Menschen klarkommen. Und das kann er nicht... Wer, glaub ich, am in sich gekehrtesten von allen ist, Jim ist schon ein relativ entspannender Typ. Und er kommt gut mit dem Mensch mit. Nee, Stanley. Pff, nee, Mann. Alter, es gibt eine Pre-Credit... Moment, es gibt eine Pre-Credit-Szene, die beweist, wie viel Fuck ein Stanley auf alles gibt. Kennt ihr diese, oder erinnert ihr euch an diese Pre-Credit-Szene? Also diese Szene, bevor die Handlung losgeht, bevor die, äh... Ja, ja, ja. Cold Opener heißt das eigentlich. Cold Opener, genau. Wo sie in alle versuchen, aus der Fasson zu bringen. Und du einfach siehst, Stanley macht einfach sein Ding. Die ganze Zeit. Wo Andy dann nackt sitzt und bla und Kevin als Angela verkleidet, ihn einfach so anspricht. Äh. Stanley, you got the numbers? So, ja, ja, ich hab alles hier. Und einfach weitermacht, so. Der lässt sich von nix aus der Ruhe bringen. Dieser Mann ist Butter. Nee, nee. Nein, nein. Stanley, 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 jetzt, 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 jetzt unterbreche ich euch hier, Motherfucker. Aber Stanley ist im konstanten, ist in konstanter Agonie im Überlebenskampf mit seiner Umwelt. Ganz genau. Stanley weiß, er kommt zur Arbeit und stirbt. Stanley hasst sein Job, er hasst alles, er wartet auf die Rente. Dwight hingegen. Seit er 18 ist. Seit er 18 ist. Und jetzt sagt doch, mein neuer Chef sollte der letzte sein, der zu meiner Beerdigung kommt. Okay, ich zieh alles zurück. Dwight macht ne Menge weirder Scheiß und es ist mein erklärtes Ziel, auch irgendwann am Arbeitsplatz ne Waffe in die Luft zu feuern. In die Luft, nicht auf euch. In dieser Firma wirst du übrigens hier nicht gefeuert. Nicht auf Tobi und Richard. Aber hier bringst du keine Waffe ins Büro. Ich will ne Waffe in die Luft feuern. Schreckschusspistole. Okay, einigen wir uns auf keine Waffe. Ich werde diese Folge, ich bin kurz 20 Sekunden ausgestiegen in der Diskussion, weil ich so abgedriftet bin im Kopf. Und dann werde ich diese Folge hören, glaube ich. Und dann werde ich denken, wann ist denn das passiert, dass Fred darüber geredet hat, dass er Waffen in der Firma hat. Das ist mein Leben als Podcaster. Ich sammle mich gerade wieder kurz. Weiter. Dwight ist stolz auf seinen Job. Jede Folge ist hier im Parteitag der Republikaner. Dwight hat Ehrgeiz für seinen Job und er ist stolz auf seinen Job. Und das ist im Leben eines Homo Sapiens schon mal verdammt viel wert. Guck mal, guck mal mich an. Ich hasse Tobi und Richard von tiefstem Herzen. Zurecht. Und seit sechs Jahren kämpfe ich gegen euch. Zurecht. Ähm. Wie war die Bezeichnung vorhin noch für uns beide? Wir sind zwei Eimer Farbe mit Dynamitstangen drin. Ich jonglier seit sechs Jahren mit zwei Eimer Farbe mit Jünder Mitsprach. Und ich hasse euch, Motherfucker. Und, ähm, aber ich, ich liebe meinen Job und ich bin stolz auf meinen Job als Podcaster. Und ich lebe meinen scheiß Traum. Und ich, ich bin wie Dwight, verstehst du? Wenn ihr nicht guckt, dann mache ich, was soll denn dieses Nicken von Richard gerade? Weil, Moment, Dwight, warte mal, Dwight. Ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht den Kopf geschüttelt, was Dwight gesagt hat. Das war nur eine Zustimmung. Gebt ihm nie eine Führungsposition. Ich sage, ich bin Dwight und Richard guckt nur so und nickt nur so zuständig. Also ich würde dem auch nicht widersprechen. Du hast schon Dwight jetzt gewünscht. Also liebe von einem Zuhörer zu euch Zuhörerinnen da draußen. Es war kein, ja, ganz genau, nicken, sondern es war ein ganz ernstes, ganz in sich gekehrtes, mh. Pass mal auf, pass mal auf. Wirklich, wirklich ehrlicher, wirklich ehrlicher und emotionaler Moment vor der Kacke und Sach-Community. Ich bin sehr kritisch mit Richard und Tobi. Ich bin sehr kritisch mit Richard und Tobi. Und ich bin nur als Freund kritisch mit Richard und Tobi. Das ist doch die beste Variante, kritisiert zu werden. Ich gehe Richard und Tobi manchmal auf den Sack, weil ich diese ganze Podcast-Nummer ein bisschen zu ernst nehme und auch sehr kritisch bin. Und ich will wie Michael immer Meetings machen, wo wir uns gegenseitig kritisieren und Feedback geben. Und Richard und Tobi haben da, glaube ich, oft keinen Bock drauf. Ja, weil ehrlich gesagt, genau wie Michael immer nur du Feedback und Kritik gibst. Ja, aber pass auf, ich bin immer Raps am Start. Aber sehr emotionaler Moment. Ich bin auch sehr kritisch mit mir selbst, behaupte ich. Der Grund, warum ich so kritisch mit euch beiden bin, ist, dass ich euch nach sechs Jahren Podcasterei als einen Teil von mir selbst wahrnehme. Ich nehme euch als eine Art verlängerten Teil von mir selbst wahr. Und deswegen gehe ich auch sehr häufig sehr hart und kritisch mit euch und auch mit mir selbst um. Und jetzt einmal, um das aufzudröseln, für alle Star Trek-Fans, weißt du, das ist ja, weil für uns ist das immer, deswegen kommen immer so sieben Fragezeichen dann immer bei deinen Kritikrunden dann immer raus. Weil, Fred ist ja ein totaler Fan von Star Trek und liebt ja die Borg, ne? Wie kannst ausgerechnet jemand wie du die Borg lieben, die so ein beschissenes Cable-Management halt irgendwie haben? Das ist halt dann irgendwas, wenn man das halt einmal von dir weiß, dann ist das immer im Zwiespalt mit einem. Fred, äh, darauf, cheers. Ja, danke. Ich fand das sehr süß. Und ich bin ein Fan von der Borg. Ich hab mich mit Andi letztens bei Heaven im Stream darauf geeinigt, wenn wir Borg werden könnten, wären wir Borg. Ne, ich find die Borg spannend, ich will aber kein Borg sein. Leute, wie gesagt, ich find das nur witzig, die Borg, und dann können die ihre Kabel nicht sortieren, das geht für mich nicht einher. Zurück zu die Office. Du hast vorhin gesagt, weil du gerade sagtest, sie möchte kein Borg sein. Du hast vorhin gesagt, ich würde am liebsten tauschen mit Dwight K. Schrute. Und da geh ich auch nicht ganz mit. Ich glaube, dass der Charakter in diesem Kosmos, The Office, mit dem du am meisten tauschen wollen würdest, Creed Bretton ist. Das mein ich gar nicht witzig. Das ist der einzige Mensch, der da einfach nur sitzt, sein Ding macht, solitär spielt, über neun Staffeln hinweg. Gleichzeitig wahrscheinlich, ich glaube, Bassist oder Schlagzeug einer echten Band ist, Kevin. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Creed Bretton ist tatsächlich Band. Hauptsächlich ist Creed Bretton. Ihr habt ja vorhin gesagt, der Tobi ist eigentlich Writer oder auch Regisseur von Folgen. Mindy Kaling, das ist die Kelly, die ist eigentlich Producerin und die auch deutlich gescheiter, als sie in der Serie, ihre Rolle ist, die sie da spielt, in der echten Welt. Die hat zum Beispiel gerade eine Produktionsfirma für Produktionen, so wie du möchtest, dass sie 2022 sind. Das ist gar nicht so spannend, wie ich das so. Auf jeden Fall, oder BJ Nowak ist ja eigentlich auch, also der Ryan ist ja eigentlich auch Producer der Serie. Creed Bretton ist eigentlich ein fucking Bandmitglied einer Band, der ist eigentlich ein Musiker und der sitzt da einfach nur im Hintergrund rum, hat, okay, das ist ein bisschen fair, weil die Rolle nicht so groß ist, immer nur die geilsten Gags und Sätze. Aber vor allem, das ist der Einzige, der von Anfang bis Ende komplett mit sich im Reinen ist. So, okay, warte mal, da hab ich, aber, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, tatsächlich, wenn wir halt, also, unter welchem Gesichtspunkt schauen wir uns das jetzt an? Wer halt irgendwie einfach nur sein Ding macht in dieser Firma und am wenigsten auffällt, einfach nur seine Arbeit tut? Ich kann nicht fassen, dass hier alle bisher die falsche Antwort geben. Nee, wer willst du sein, einfach? Okay, wenn es einfach nur darum geht, seine Arbeit dann zu machen, was jeder weiß, ich halt natürlich nicht bin, aber Oskar? Oskar macht einfach nur seinen Job. Oskar ist gut darin. Oskar zu sein, wäre mir so anstrengend. Der Buchhalter. Oskar ist genau wie Tobi, einer der wenigen vernünftigen Charaktere. Oskar ist auch. Oder Daryl. Warte mal, ähm, also Oskar zu sein. Das sind für mich die, die einfach nur ihren Job halt wirklich machen, die da sind und ihre Arbeit machen. Ja, aber die Frage ist ja, wer wärst du gerne? Ach so, ja. Wärst du gerne Oskar? Nee. Oskar ist der Typ, der als Jim und Pam in den Flitterwochen sind. Da geh ich mit Sven mit, dann wäre ich am liebsten Creed. Dann rede einfach rein, während ich erzähle. Ja, natürlich, das machen wir seit sechs Jahren. So, so klieren wir. Ich erzähle das nochmal von vorne. Oskar ist halt, als Jim und Pam in den Flitterwochen sind, ist Oskar derjenige, der feststellt, wenn Jim und Pam weg sind, bin ich hier alleine die Stimme der Vernunft. Das Vernunftgleichgewicht ist auseinandergeraten. Was dazu führt, dass Michael, Andy und Dwight denken, dass der Typ, der dir eine Versicherung verkaufen will, Teil der Mafia ist. Also, du willst echt nicht Oskar sein. Du willst der nicht sein. Der ist wie Tobi, nur ohne Loser zu sein. Ja, okay, gut, wenn's danach geht, dann, naja, dann geh ich da, wie gesagt, mit. Was Sven gesagt hat, wäre ich am liebsten auch Creed, weil der macht nirgends noch nichts. Ey, Creed, äh, was ich noch sagen wollte zu Creed Bretton, wir nutzen die Chance, während Sven Pinkeln ist. Ähm, Creed Bretton, der Schauspieler von Creed Bretton, heißt übrigens Creed Bretton und ist tatsächlich der Musiker dieser Band, die in der Serie vorkommt. Voll geil. Ja, so Leute, jetzt kommt das letzte Viertel, das letzte Viertel der Show, der Heavy Shit, so der Kack- und Sachscheiß. Ähm, ich habe eine super interessante amerikanische YouTuberin gefunden, Katie Morton, die ist Psychologin und bei der im Channel macht sie häufig, so wie wir das hier auch im Kanal machen, äh, so Psycho-Analysen von fiktiven Figuren. Und die hat sich Michael Scott, den Chefe, mal genau angeguckt und meint, sie meint, er zeigt Merkmale einer narzisstischen Störung, also einer wirklich egozentrischen, psychologischen Störung. Aber was noch viel besser passt, ist, äh, eine sogenannte, völlig neues Wort jetzt, äh, nach fast 200, äh, Folgen Kack und Sach. Er zeigt eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Histrionisch bedeutet so viel wie schauspielerisch oder theatralisch, ja. Typisch für eine histrionische, äh, psychologische Störung sind übertriebenes, egozentrisches, dramatisch-theatralisches, manipulatives und extravertiertes Verhalten. That's what she said. Und, 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 ein, ein Begriff, den sie da benutzt hat, den finde ich super spannend und wir lernen jetzt auch heute mal wieder ein neues Wort. Michael Scott ist, neben all dem ganzen narzisstischen und egobezogenen Scheiß, er ist extrem suggestibel. Suggestibilität, Wort des Tages. Suggestibilität bedeutet, die Empfindlichkeit für Beeinflussung von außen. Michael ist super leicht zu beeinflussen durch äußere Einflüsse. Zum Beispiel taucht Ryan, die Aushilfe, ähm, mit einem neuen Bart auf. Mit einem neuen Bart und einer coolen neuen Geschichte. Mit dem Stromberg-Bart sozusagen. Mit dem David-Brand-Bart. Ryan wohnt jetzt in New York und er nimmt Koks und hängt in Nachtclubs rum und er ist super erfolgreich jetzt bei Dunder Mifflin und er hat das neue System Dunder Mifflin-Finity gestartet und so weiter. Und Michael erscheint dann sehr schnell auch mit demselben Bart. Ja, das ist in der Folge, wo er, also wo Ryan gefeuert wird und wieder zurückkommt. Und er kommt zurück mit diesem Bart und Michael hat dann diesen Bart. Oder Michael hat zum Beispiel diesen sehr merkwürdigen Freund, Todd Packer. Diesen extrem toxisch-maskulinen Quarterback-Typen. Oh, das ist so ein Wichser, ey. Dieser Typ mit dem extrem breiten Scheitel und diesem Haarkranz und dann fühlt er sich immer auch, als wäre er der Ficker vor dem Heran. Er ist wohl eher aber der vor 20 Jahren war ich mal Quarterback-Typ. Ja, genau, ja, genau, das, ja, ja. Und wenn Todd Becker da, Todd Packer da ist. The Pac-Man. The Pac-Man. Wenn der am Start ist, dann verhält sich Michael auch ganz anders. Ja. Dann passt er sich an das Verhalten an und macht mega einen auf angeberischer, maskuliner Achiever-Typ. Ganz anders als in den meisten anderen Situationen. Und er lässt sich super leicht beeinflussen, teilweise nur durch kleine Andeutungen. Wo er dann für eine Episode einen völligen Switch seiner Persönlichkeit zeigt, um sich anzubiedern und das Verhalten von anderen. Suggestibilität. Ja, spannend. Ich will nicht gerade, das ist ja, das ist ja im Prinzip der Grundpfeiler dessen, worauf Michael und Jens Beziehung beruht. Also Jen, seine ehemalige Vorgesetzte, die eine wirklich wahnsinnig toxische Beziehung miteinander führen. Also die machen sich ja gegenseitig komplett kaputt, die beiden, in der Zeit, in der sie zusammen sind. Wo auch diese gerne Nummer mit dem Fernseher auftaucht, dass sie die ganze, seine Wohnung, seine Eigentumswohnung komplett umdesignt. Und er hat dann so einen kleinen, wie groß ist der, 20 Zoll maximal. Nein, 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 wir reden hier von einstelligen Zollbereichen. Aber auf jeden Fall hat er 200 Dollar dafür ausgegeben. So einen winzigen Plasma-TV kaufen. Und dann meinst du, manchmal stehe ich stundenlang hier und gucke Fernsehen. Ich stehe stundenlang hier und gucke. Weil dieses Ding so winzig ist. Und ihm passt oder ihr passt er sein Verhalten ja an. So, weil er will so sein, dass er zu ihr passt. Und er sagt ja auch ständig, wenn sie nicht in der Gegend ist, sagt er auch ständig zu Jim, vor allem zu Jim, dass diese Beziehung scheiße ist, dass er unglücklich ist, dass er das nicht will. Pam gegenüber sagt es ja auch, Pam versucht dann ja auch dafür zu sorgen, dass sie sich trennen und so. Was dann ja im Endeffekt ja auch passiert. Also das ist so, ja, der passt sich den Gelegenheiten an. Weswegen dann ja im Endeffekt auch Holly, also diese HR-Frau, wo er erst so Angst hat, dass sie genauso ist wie Tobi, zu ihm passt, weil sie genauso funktioniert wie er. Und da ist es eben nicht mehr so, dass er sich verstellen muss, dass er sich irgendwem anpassen muss. Sondern die sind sich einfach super ähnlich. Ja, Mann. Und dann funktioniert es halt. Deckel-und-Topf-Prinzip bei den beiden. Genau, das ziehen sie auch über drei Staffeln dann ja in die Länge. Aber das ist so, ja genau, so sie ist es. Weil sie hat auch einen total netten, coolen Freund, der AJ. Den man ja kaum kennenlernt. Aber was man von ihm kennenlernt ist, der ist wirklich nicht der Böse. Das ist einfach ein feiner, netter Kerl. Aber er ist halt eben nicht genau so wie sie. Weswegen das dann ja im Prinzip ja auch in die Hose geht. So, ne, die haben halt den Streit oder so. Naja, und er macht ihr halt keinen Antrag. Genau, er macht ihr halt keinen Antrag. Na, dann gibt's halt die, ist ja auch egal. Jedenfalls, so, das ist eben nicht dieses Topf-Deckel-Prinzip bei den beiden, bei den ganzen merkwürdigen Beziehungen, die Michael dann noch hat, mit übrigens grundsätzlich viel zu heißen Frauen. Also, ich meine... Eine davon ist übrigens seine echte Frau, die Immobilienmaklerin. Genau, ja. Die ihm die Wohnung verkauft, die Karen heißt sie. Das ist eine echte Frau. Das ist eine echte Frau, ja, okay. Und, äh... Und das Faszinierende ist ja, dass der sich halt immer so lächerlich ins Zeug legt. Ich meine, wir erinnern uns an diese Barfrau da aus diesem Spielladen, aus diesem Arcade-Laden, die gleichzeitig auch in einer Bar ist. Ja, die... Diese Managerin da kennen, die ihm dann eventuell Herpes angehängt hat. Wie heißt die denn? Wo er der Toyboy ist, weil sie ja eigentlich verheiratet ist. Ja, wie heißt die denn? Catlin oder so? Ach, keine Ahnung. Aber ja, die so ein bisschen gefährlich in dunklen Ahnung noch wirkt. Ja, ja, genau. Und, äh, da ist es halt auch so, da versucht er jetzt, der Gesetzesbrecher zu sein, weil er dann auf alles scheißt und so, ne? Nee, das funktioniert nicht. So ist er nicht. So endet die Folge dann ja auch, dass er mit ihr Schluss macht. Genau deswegen, weil so ist er nicht. Aber er hat sich halt versucht, ihr anzupassen. Auf der anderen Seite halt aber auch noch so, er datet ja später dann noch Pams Mutter, Pams Mom. Hellin, ja. Wo er nicht schickt, wie alt die ist, der Idiot. Ja, warte mal, das ist halt so geil. Nachdem sie ihm dann locker klar machen konnten, wie alt diese Frau halt ist, dass er instant, innerhalb von einer Minute, das Interesse an ihr verliert. Wo du denkst, ey, Michael, alter, du blöder Wichser. Die Beziehung zerbricht, als er erfährt, dass sie 58 ist. Ja. Auch hier wieder Devil's Advocate. Also ja, stimmt, das ist auch irgendwie bestimmt scheiße von ihm. Aber ein Mensch, der sich nur nach Familie und Liebe sehnt, merkt, Moment mal, ich wollte, ich will Fallschirmspringen, ich will Bungee-Jumpen, ich möchte Kinder haben. Das will er ja eigentlich gar nicht. Das findet er ja gar nicht. Aber er hätte die Möglichkeit gerne dazu. Genau. Aber vor allem die Kinder. Die Kinder hätte er gerne. Es ist schön für mich zu wissen, dass ich das gerne machen würde. Noch schöner ist es, von ihr zu hören, dass sie das alles schon gemacht hat und mir anzuhören, wie es ist. Also, ja, ich erinnere mich jetzt auch, das ist schon maximal unsympathisch, was er da so sagt. Aber dieser Kinderwunsch ist halt eben extrem wichtig an der Stelle. Also Michael, extrem suggestibler Charakter, eine histrionische Persönlichkeit, finde ich spannend. Mit dieser Holly-Nummer müssen wir mal kurz drüber sprechen. Die kriegen ja nachher Kinder. Ich weiß gar nicht genau wie viele. Zwei? Sind es zwei? Zwei Kinder kriegt er. Weil, da sagt er nach Pam, so im Off dann ja noch bei der Hochzeit, er hat sich zwei Handys gekauft, weil ein Handy nicht gereicht hat für die ganzen Fotos und er froh ist über den Familienrabatt zu seiner SIM-Karte. Ein Idiot, ey. Was für ein Idiot, genau, ja. Und, also scheinbar scheint ihm das mega wichtig gewesen zu sein. Das mag jetzt vielleicht gemein klingen, aber Holly sieht nicht deutlich jünger aus als er. Und sie wirkt auch nicht deutlich jünger als er. Und wenn er Ende 40 ist, dass sie noch zwei Kinder gekriegt hat, finde ich krass. Ist möglich, aber extravagant. Genau, ja, das ist schon ... Sorry, aber die sieht nicht aus wie Mitte 30. Und die wirkt auch nicht wie Mitte 30. Ich weiß gar nicht, sie sieht schon aus wie Mitte 30. Also Steve Carell, glaube ich, war, als sie The Office angefangen haben, glaube ich, war 41 oder 42. Ja, der war Ende 40, als das passiert mit Holly. Also, ich glaube dieser Serie, dass Holly noch in einem Alter ist, wo sie Kinder bekommen kann. Das finde ich schon fair. Das glaube ich auch. Aber ich finde es trotzdem ein Stunt, sag ich mal zu sagen. Also entweder hat Michael eine deutlich jüngere Frau kennengelernt, die aber nicht deutlich jünger aussieht und noch nicht deutlich jünger wirkt. Da will ich nicht sagen, dass sie hässlich ist oder so. Im Gegenteil, aber ... Also ich finde es schon ein Stunt, zu sagen, dass die zwei Kinder gekriegt haben. Wo wir gerade bei Beziehungen sind, sowohl bei Stromberg als auch bei The Office sind Beziehungen am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Zitat Stromberg, tauche nie deinen Füller in Firmentinte, nie im eigenen Haus rumheften, tackern, lochern. Und bei The Office gibt es, ja in der HR-Abteilung bei Tobi, müssen Leute, die eine Beziehung eingehen, da einen Vertrag unterschreiben und schriftlich darlegen, dass sie jetzt eine Beziehung, eine private Beziehung haben am Arbeitsplatz. Und das wirkt relativ merkwürdig für uns als Zuschauer, als deutscher Zuschauer, aber in den USA ist es tatsächlich gang und gäbe, dass in Firmen sogenannte Ethikrichtlinien schriftlich von der Firmenleitung festgelegt werden. In den USA, die von der Arbeitsplatzkultur her schon tatsächlich große Unterschiede zum Beispiel zu uns, dem deutschen Arbeitsmarkt jetzt haben, ist es verpönt, Beziehungen am Arbeitsplatz zu pflegen. In den Verträgen von Google soll es eine Klausel geben, die dem Konzern das Recht vorbehält, mit, Mitarbeiter zu versetzen, wenn sie eine Beziehung eingehen oder im Extremfall diesen Mitarbeitern sogar zu kündigen. 2019 musste zum Beispiel der McDonalds-Chef gehen, weil er eine Beziehung zu einer Untergebenen pflegte. Soweit ich weiß, war da jetzt nichts mit irgendeiner sexuellen Belästigung oder einer Missbrauchsnummer im Raum, sondern er musste einfach nur gehen, weil er zu einer Untergebenen eine amoröse Beziehung hatte. So krass ungewöhnlich ist es aber nicht. Also der Code of Conduct, den auch deutsche Firmen oder europäische Firmen haben, das ist nicht nur da so, das ist ab einer gewissen Konzerngröße völlig normal. Da muss es Wettbewerbsgleichheit geben bei Beförderungen und wenn du zufällig mit deiner Untergebenen zusammen bist und die bekommt dann die Beförderung oder vice versa, dann ist das natürlich nicht fair und dann gibt es ein Code of Conduct bei Firmen oder Konzernen, der da vorher dafür sorgt, dass es eh nicht hätte stattfinden können. Also das ist nicht klassisch amerikanisch, das gibt es bei deutschen Konzernen ganz genau so. Bei den Amis ist es wohl explizit verpönt, sowas am Arbeitsplatz zu pflegen. In Asien und besonders bei den Japanern ist es wieder komplett anders. Hier wird das sogar gern gesehen. Mitsubishi hat eine firmeninterne Partnervermittlung. Und Toyota gibt neuen Mitarbeitern einen Rendezvous-Ratgeber nach Hause. Hier ist es sogar üblich, dass der vorgesetzte Pärchen verkuppelt. Warum machen das immer nur die Autohersteller? Wollen die ihre Rückbänke testen lassen? Also es waren jetzt halt zwei Beispiele von sehr großen japanischen Unternehmen. Mit sehr großen Rückbänken. Die haben einfach extrem viel investiert in Kindersitze. Dammys sind halt teuer bei Unfällen, wenn die Bremsen ausfallen. Die Stoßtämpfer per Maschine testen zu lassen, ist echt teuer. Aber interessant ist ja, dann gibt es ein Tinder-System bei gleichgestellten Mitarbeiterinnen, dass ich sage, Kollege A und Kollegin B werden irgendwie verkuppelt. Oder gibt es das auch bei Machtverhältnissen? Ja, klar, wenn du jemanden beförderst und der Verdacht im Raum steht, dass du den nur befördert hast, weil du ihn gefickt hast, egal ob männlich oder weiblich, ist das natürlich immer seltsam. Ja, es gibt einen Grund, warum Fred 10% mehr an dieser Firma hat. Es gibt einen Grund, warum ich immer mal wieder bei diesem Podcast auftauchen darf. In Deutschland hingegen wird Diskretion, also im Vergleich zu den USA, wird in Deutschland Diskretion ganz groß geschrieben. In Deutschland wird den Persönlichkeitsrechten eine viel größere Bedeutung zugeschrieben. Hier in Deutschland gilt so der Duktus, was die Mitarbeiter privat machen, hat dich nichts anzugehen. Erst wenn die Beziehung die Arbeit negativ beeinflusst, darf was unternommen werden und wenn man das auch nachweisen kann, es darf aber auf keinen Fall was gegen die Beziehung selbst unternommen werden. Also sowas wie bei Google zum Beispiel, dass du versetzt wirst, weil du mit Kollegin Nix Y eine amoröse Beziehung am Start hast, wäre in Deutschland wirklich undenkbar und würde mega viel Beef nach sich ziehen. Das Thema Kündigungen ist gerade bei The Office auch ein Riesenthema, dass Leute rausgehauen werden. Und das Kündigungsrecht, ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt, das Kündigungsrecht beziehungsweise der Kündigungsschutz in Deutschland ist im internationalen Vergleich mega human. In Deutschland müssen bestimmte Fristen eingehalten werden. Ähm, es gibt zwar eine fristlose Kündigung, dafür muss aber die Kacke echt am Dampfen sein. Also dass in Deutschland jemand fristlos rausgeworfen wird, so von wegen, ey, morgen kommst du nicht mehr. Da muss es so Sachen geben wie, äh, Zitat, erheblichen Pflichtverstoß. Da ist Müll passiert. Ja, oder. Oder. Die Nationalabteilung in der Uni meinte, man muss mit raushängen, dem Schwanz einen Hitlergruß machen mit zu deinem Boss zufällig. Oder Rechtswidrigkeit. Also in Deutschland muss fast schon was Strafrechtliches vorfallen, dass du fristlos gekündigt werden darfst. Ey, und wie absurd, dass es in Amerika diese Two Weeks Notice gibt. Das denke ich auch, also wo du sagst, ich kündige zwei Wochen vorher an, dass ich kündige, im besten Fall. Aber dass du gekündigt wirst, die Two Weeks Notice. Ja, das ist halt dieses, generell dieses ganze Hire-and-Fire-Prinzip. Dadurch haust du halt Leute raus, du kannst aber auch sehr schnell Sachen aus dem Boden stampfen. Tobi, du meintest gerade, dass du, du hast gerade so kurz genickt, hast du sowas wie eine fristlose Kündigung erlebt? Schon zweimal. Äh, bei so, bei so Minijobs halt so, ne, äh, da hab ich halt ein paar Mal vielleicht vercheckt, dass ich Schicht hatte. Jedenfalls hab ich dann einen Anruf gekriegt, einmal einen Anruf und einmal ein Auftauchen bei einer Schicht mit von wegen, äh, Tobi, du brauchst beim nächsten Mal einfach nicht mehr auftauchen. Ehrlich? Ja. Oh Gott, die haben dich dann noch eine Schicht arbeiten... Ich weiß nicht mal, ob das legal war, keine Ahnung. Warte mal, die haben dich noch eine Schicht arbeiten lassen, wo sie dir vorher gesagt haben, du brauchst beim nächsten Mal nicht kommen. Genau, also einmal ja und einmal, als ich angerufen wurde, hieß Tobi, du brauchst einfach nie wiederkommen. Ja, das find ich okay. Aber das waren so Aushilfsjobs, keine Ahnung, ob das unter dasselbe Recht läuft. Aber Moment, du musstest mal eine ganze Schicht arbeiten, bei der du vorher wusstest, beim nächsten Mal muss ich nicht kommen. Ja. War das bei McDonalds damit? Ja. Oh. Wie viele Leute haben, wie viele Leute haben Mackey's Burger umsonst bekommen von dir? Ich, viele. Digga, wenn ich doch vorher weiß, ich werd eh gefeuert. Du saß ja nicht an der Kasse, sonst hätt ich's gemacht, aber ich saß nicht an der Kasse. Ich hätt die Patties geschmissen wie Frisbees, Alter. Also du kannst dir nicht vorstellen, was für geile Burger ich gebaut habe. Das weiß ich auch aus Erzählungen, übrigens nicht als Mitbewohner, sondern nur aus Erzählungen. Ich durfte dir ja nix mitbringen. Ich hab dir immer gesagt, komm vorbei, dann baue ich dir einen Burger, aber du bist nicht einmal vorbeigekommen in der Zeit. Das ist aber vor allen Dingen, ich kann dich halt auch so nachführen, gerade bei diesen ganzen kleinen Jobs, bei diesen ganzen kleinen Jobs, diesen 450-Euro-Dingern, bist du halt so schnell raus. Noch dazu, wenn du halt gar nicht mehr Student bist und irgendwie keinen Arbeitsvertrag hast oder so, ich hab auch meinen Barjob, den ich sehr geliebt habe, als ich gerade aus dem Ausland wiedergekommen habe, als Barkeeper gearbeitet, den hab ich sehr gemocht, da bin ich auch fristlos entlassen worden. Das lag aber nicht an mir, da kam einfach der Besitzer der Bar irgendwann dazu, weil der Barchef, unter dem ich eigentlich gearbeitet habe, der hat sich selbstständig gemacht und weil der Eigentümer der Bar und der Barchef deswegen so tierisch im Clinch waren, hat der Eigentümer alle entlassen, die der Barchef mal eingestellt hat. Und da kam der halt auch zu mir, hat keinen Arbeitsvertrag und hat gesagt, ey Alter, du machst jetzt noch eine halbe Stunde und dann kommst du hier nie wieder her. So kannst du auch kommen und dann musste ich mir mein letztes Geld, musste ich mir sogar Bahnen, Briefumschlag noch abholen, das war richtig shady. Oft so, dass so neue Führungspositionen sagen, alles, was die Vorgängerin entschieden hat, finde ich scheiße und dann einfach so grundlos und fristlos Leute entlassen. Also ja, da muss ich jetzt ja wirklich sagen, so sorry, ja, da bin ich rausgeworfen worden, aber sorry, dafür könnte ich nicht mal was. Aber es ist schon interessant, Richard, das muss ich schon festhalten, du arbeitest immer nur in Arbeitsverhältnissen, die toxisch oder scheiße sind. Bei 500 Jobs hast du 500 Orte gefunden, wo der Job scheiße ist. Das ist schon ein krasser Zufall, Richard. Kleiner Teaser. Darüber reden wir noch. Kleiner Teaser, bei uns im Premium-Kanal kommt demnächst eine Folge zu Richards Jobs. Ich weiß einfach, wie man Richard triggert. Kannst du das jetzt mal rausschneiden, bitte? Ich weiß einfach, wie man den triggert und ich werde nicht müde, das zu tun. Das ist schon okay, aber dafür muss man auch sagen, ich hoffe, dass es jetzt auch hier on the records, Sven ist einfach ein viel besserer Mensch als ich. Ich hatte einfach einen Job in meinem Leben und den habe ich gut gemacht, was soll ich sagen? Ja, du hast halt immer noch einen Job in deinem Leben. Also ich möchte übrigens kurz dazu sagen, ich habe gerade gesagt, ich bin da frisch rausgeflogen, weil ich eventuell ein paar Schichten verschlafen habe. Das ist so passiert, also ich bin völlig zurecht gefickt worden. Und übrigens an alle meine Ebenen und Amtskollegen, falls jemand zuhört, sorry, ich weiß, ihr müsstet da mehr arbeiten, weil ich unangekündigt nicht aufgetaucht bin. Das ist ein Dick-Move. Also das will ich nochmal kurz festhalten. Also da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist passiert. Also in Deutschland sind die Gesetze da tatsächlich im internationalen Vergleich sehr, sehr human. Es gibt hier in Deutschland zum Beispiel die Probezeit, meistens so das erste halbe Jahr, wenn man noch Berufsanfänger ist oder so. Da hat man eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Es gibt zum Beispiel auch Projektverträge. Das ist hauptsächlich im Medienbereich ein Ding. Das hatte ich bei einem meiner letzten Jobs, ein Projektvertrag. Du auch, Tobi? Also bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also das, wenn Kunde XY anspringt, abspringt, man dann auch raus ist. Ansonsten gilt in Deutschland aber eine gesetzliche Kündigungsfrist von mindestens vier Wochen ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit zwei Monate. In den USA herrscht beim Thema Kündigungsfrist aber der wilde Westen. Mich hat das tatsächlich jetzt auch überrascht in der Nachforschung. Es gibt in den USA kein einheitliches Kündigungsrecht bzw. es gibt keine Gesetze, die dich als Arbeitnehmer schützen. Grundsätzlich hat in den USA der Arbeitgeber das Recht, dich jederzeit und mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Das sogenannte Hire-and-Fire-Prinzip. Auf dem US-Arbeitsmarkt ist es knallhart. Wenn du deinem Chef nicht gefällst, kannst du, kann der dir montags sagen, morgen kommst du nicht mehr. Kapitalismus. Das beste System für 9,49, 9,99. Abonnieren Sie. Kapitalismus. Das ist halt auch, wie gesagt, ich hatte es in Kanada halt auch kennengelernt. Dadurch kannst du halt extrem schnell halt auch zum Beispiel Firmen aus dem Boden stampfen, was für einen großen Produzenten und große Studie jetzt halt mega geil ist, wenn irgendwo, weiß ich nicht, in Kanada gedreht wird. Die drehen ja einen neuen Resident Evil oder so. Du hast ein Praktikum in Kanada beim Film gemacht, ne? Genau. Und da muss jetzt mal irgendwie, als ich da war, wurde ein Resident Evil-Film zum Beispiel dort in einem der größten Studios dort gedreht. Und wir haben ja auch, wir haben eine Serie produziert, die aus haufenweise Freelancern bestand. Freiberuflern. Freiberuflern. Und in der Zeit, wie diese Serie produziert wurde, wurde aus dem Boden sofort eine Produktionsfirma gestanzt. Da war jemand dann Chef, da war jemand zweiter Chef, da waren dann Untergebene da, da waren dann Runner da, da waren Set-Mitarbeiter da. Da war alles plötzlich da, aber das ist halt auch das Einfache, wenn der Auftrag dann weg ist und die keine Kohle mehr dafür kriegen, dann können die das auch von jetzt auf gleich auch alles wieder einstampfen halt. Das ist halt, in Deutschland, wenn du hier eine Firma gründest und dann produzieren willst, da musst du den Laden am Laufen halten. Aber Richard... Ich sag nicht, dass das gut ist. Überhaupt nicht. Das ist, das ist totaler Abfuck halt einfach, ne? Aber, aber sicherer. Also ich hab das tatsächlich in einem meiner Jobs mal mitgekriegt, dass jemand von heute auf morgen gegangen wurde, aber der hat dann auch eine fette Abfindung bekommen. Der war dann offiziell noch die zwei Monate angestellt und hat Kohle bekommen dafür, aber sollte dann nicht mehr kommen. Der war dann offiziell noch zwei Monate angestellt, aber nicht mehr im Betrieb, hat dann im Prinzip zwei Monate Kohle fürs Nichtstun bekommen. In den USA hätte er nach geltendem Recht am nächsten Tag bereits keinen Arbeitslohn mehr bekommen. Das stimmt, aber das ist auch von, also der Gag in den USA ist ja eben auch, dass das von Firma zu Firma eben gehandhabt werden kann, wie sie wollen. So, und in vielen Firmen, vor allem in den ganz großen Firmen, sind solche Dinge ja geregelt. Da gibt's übrigens eine schöne Doku, würde ich mal kurz empfehlen, von Michael Moore, Where in White Next, heißt die. Da geht er so durch, vor allem durch Europa, sogar nur Europa, wenn ich mich recht entsinne, und sammelt so die, die Punkte, wo es sich lohnen würde, für Amerika als nächstes einzufallen, um von dem was zu bekommen. Where to invade next. Ach du Scheiße. Nicht invite, genau, invade. Ich wollte gerade, welchen Film, welche Doku meinst du denn, ey? Where to invite next, ja. Invade. Äh, invade, invade. Where to invade next. Genau. Und da geht's halt darum, wo die USA als nächstes einfallen sollen. Das war natürlich während des, ähm, Afghanistans, äh, Afghanistan-Kriegs. Also, wo würde es sich wirklich lohnen, einzufallen, wenn's nicht um Öl geht, sondern um sinnvolle Dinge. Und da geht's halt unter anderem eben auch um Arbeitsrecht um Urlaubstage und so weiter. Ähm, in Italien, in Deutschland, äh, und sowas. Ähm, super spannend. Also, wirklich cool gemacht. Und, ähm, da erzählt er eben auch, äh, zum Beispiel solche Dinge, ähm, wie das mit diesem Kündigungsrecht. Ähm, dass die Firmen das halt halten können, wie sie wollen. So, es gibt eben Firmen, das sehen wir übrigens auch in The Office, äh, wo Dwight dann Pam und, äh, Jim am Ende feuert, bevor sie kündigen können, damit sie eine Abvernehmung kriegen. Weil in den, in den Firmenstatuten, halt eben drin ist, es gibt eine Abfindung. Wenn die Firma das mit dir vertraglich vereinbart, ist das eine gute Sache. Genau. Aber das können die halt halten, wie sie wollen. Es gibt gesetzlich dafür keine, also rein vom Gesetz her kannst du jemanden noch von heute auf morgen wegschicken und keinen Cent ihm mehr geben. Ja, so haben wir ja in Deutschland irgendwo auch, ne? Wirst du entlassen, also verlierst deinen Job, dann hast du Anrecht auf, auf ALG1, kündigst du aber, bist du drei Monate lang ins Knie gefickt. Genau. Äh, äh, Abfindungen gibt's übrigens in Deutschland auch. Ja, ja, klar. Unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist auch richtig krass. Bei meiner Frau, also bei Frieda zum Beispiel in ihrer alten Firma, gab's halt auch so einen Fall, ähm, da hat die Firma Umstrukturierung betrieben und das, das musst du dir mal geben. Die haben umstrukturiert und haben Personal abgebaut und haben unter anderem, äh, eine Kollegin aus einer anderen Abteilung, äh, von dem, was ich von ihr gehört hab, haben eine, äh, Kollege, eine Schwangere aus ihrem Vertrag rausgekauft, damit sie den Platz halt frei macht. Das muss das Problem, also als Firma hier eine Schwangere entlassen und sie dann halt mit, äh, mit, mit, ähm, Abfindung und Co. aus dem Vertrag halt einfach rausgekauft haben. Also das ist, ey. Also besser mit Abfindung als ohne, aber es trotzdem würde ich anhalten. Ja, klar, aber trotzdem, das ist, das fand ich aber, das ist so unter aller Kanone einfach. Das kann auch anders laufen. Genau, genau, ja. Das ist bitter, aber bei den Amis zum Beispiel, hätte sie wahrscheinlich gar nix gekriegt. Ja, die haben ja auch da keinen Mutterschutz und nix. Wenn du da halt irgendwie, da gibt's ja auch Frauen, die schmeißen ein Kind und, äh, zwei Tage später sitzen die wieder am Arbeitsplatz. Das wäre das Nächste, worauf ich hinaus wollte. Also Mutterschaftsurlaub zum Beispiel, äh, gibt's, per Gesetz gibt's das nicht. Das halten Firmen, wie sie wollen. Ähm, Urlaub übrigens genauso. Ja. Äh, das halten Firmen auch, wie sie wollen. Es gibt keine gesetzliche, also bundesweite, äh, da heißt es bundesweit, ne? Jaja. Ähm, bundesweit, also... Es gibt ne, es gibt ne, es gibt ne, es gibt ne, bundesweit einen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch und, ähm, in den USA zum Beispiel... Ich rede jetzt von den USA. Genau. Da gibt's den halt eben nicht. Da gibt's gar keinen Urlaubsanspruch. Und das gilt für Mutterschaftsurlaub? Ja. Oder beziehungsweise... Ey, dann lass es anders formulieren über Krankheits oder sowas. Gibt's ja dann in manchen anderen Ländern wird das dann über Krankschreibungen gelöst und so. In Deutschland heißt es ja Mutterschaftsurlaub. Ähm... Was? Mutterschutz heißt es übrigens. Oder Mutterschutz, ja, egal. Ähm, was alles irgendwie schräge Begriffe dafür sind. Ähm, das gibt's in den Staaten einfach gar nicht. Also in den... Bei Urlaubstagen genauso wenig. Du hast keinen Anspruch auf Urlaub. Null. Ähm, das sehen wir, äh, oder das erklärt sehr, sehr viele amerikanische Serien oder Filme, wenn man das sieht, wenn die mal in Urlaub gehen sollen, dass sie sich a, entweder dagegen wehren oder sagen, nee, ich nehme nie Urlaub, weil sehr, sehr viele Firmen, und zwar die allermeisten Firmen, das so halten, klar kannst du Urlaub nehmen, der ist aber unbezahlt. Ja. Also diese Anspruch auf bezahlt, der ist gesprochen. In den USA haben viele Leute Arbeitsverträge, äh, nach denen sie im Krankheitsfall und tatsächlich auch bei gesetzlichen Feiertagen nicht weiter bezahlt werden. Und Urlaubsanspruch gesetzlich vorgeschrieben in den USA ist gleich null. Viele Leute haben im Jahr fünf Tage Urlaub, die sie nehmen können. und, ähm, es gibt in den USA leider sehr, sehr viele schlecht bezahlte Jobs. Es ist üblich, heute so in der Unter- und Mittelschicht in den USA, Wer hätte das gedacht, der war ein Kapitalismus, Mensch. Dass Leute mehrere Jobs gleichzeitig haben. Also, da muss ich leider sagen, dass wir hier in einer relativ privilegierten Situation leben in Deutschland mit sehr vielen Arbeitnehmergesetzen. In den USA herrscht da wirklich der wilde Westen. Wenn du da keinen geilen Job hast irgendwo bei Tesla im Vorstand oder so, kannst du richtige Scheißverträge haben, wo du überhaupt gar keine Leistungen kriegst und keine Rechte hast. Fred, ihr braucht eine Krankenversicherung. Freitags gibt's dafür Pizza-Party. Was ist denn los? Ey, ich mein, ein Vorteil hat diese ganze Nummer, wenn du zwei Jobs hast, wirst du dafür wenigstens nicht bestraft. Also, ich bin da echt leidtragend an der Stelle. Ich zahle Steuern wie wahnsinnig zurück seit Jahren, weil ich zwei Jobs hatte, nämlich meinen alten Job und die Kack- und Sachgeschichten. Ja, Mann. Also, um kurz den Einblick zu gewähren, ich muss nächsten Monat 4.000 Euro Steuern zurückzahlen. Steuerklasse 1 und Steuerklasse 6. Ein wunderschönes Modell, wo der deutsche Staat hier so schön zu verstehen gibt, hey, es soll nur einer Geld verdienen, aber das funktioniert seit 60 Jahren nicht mehr. Und das läuft bei mir, seit wann zahlen? Wir uns irgendwas aus seit ... September 2021. Nee, nee, ich mein, so generell. Ach so, 20. Wann haben wir angefangen? 2019, 2020 oder so was? Ja, da haben wir uns ein Tausender-Monat. Genau. Also, ich zahle wirklich massiv Steuern zurück von der Kohle, die wir uns da so als Taschengeld ja dann reingegeben haben. Die zahle ich komplett, also ich glaube, zu fast 65 Prozent. Da muss man aber auch ehrlich sagen, Tobi, dass es selber verschuldet ist, weil du keine Vorauszahlungen ans Finanzamt geleistet hast. Darum geht's gar nicht. Ich mein, selbst mit Vorauszahlungen wäre der Betrag ja der gleiche. Ja. So, ne? Ich mein, das ist klar. Ich mein, die Kohle ist ja auch nicht weg. Die hab ich ja noch, so, ne? Also, ich hab ja keine Yacht oder so einen Blödsinn. Also, die Kohle ist ja da. Darum geht's gar nicht. Sondern die Tatsache, dass dein zweiter Job ... Du wirst einfach im deutschen Steuersystem dafür bestraft, einen zweiten Job zu haben. Und die Worte sind nicht von mir, sondern von unserer Steuerberaterin, die auch meine Steuerberaterin ist. Und mir gesagt hat, Tobi, du wirst halt einfach dafür bestraft, Sorry, Leute, aber, äh, sorry, da muss ich reingrätschen. Denn das System ist so, weil ein zweiter Job im Zweifel ... Deinen ersten Job? ... unnötig und gierig wäre oder irgendwie shady. Das deutsche Steuersystem geht nicht davon aus, dass du es nötig hast, einen zweiten Job zu haben. Genau, aber das ist ja das Geburte daran. Das ist das alte Verknöcherte daran, dass halt Leute, die zwei ... Stell dir mal vor, du kriegst nur eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden und hast noch eine zweite Teilzeitstelle, hast ergo 40 Stunden, das, was eine normale Arbeitswoche in Deutschland halt ist, und kriegst damit mit zwei Jobs normales Gehalt. Dann wird der erste Job aber in deiner ersten Lohnsteuerklasse besteuern, der zweite mit Lohnsteuerklasse 6. Um Gottes Willen. Ich möchte eine Sachen wirklich ganz klar, ich bin hier nicht Christian Lindner. Nein, bitte, lass mich. Ich will das hier nicht stehen lassen, als, das ist doch fair. Ich will nur sagen ... Ach so, nein. Ich will nur sagen, das ist so, weil diese Gesetze mal geschrieben wurden für, wieso, ein Job reicht doch. Ja, als der Mann noch arbeiten gegangen ist und die Leute zu Hause waren. Nein, nein, jetzt gar nicht, sondern einfach so, ey, ein Job ist doch fair bezahlt. Wenn du einen Job hast, dann geht's dir gut. Das ist doch die Grundidee dahinter. Und da kommt dieses Steuersystem her. Das Problem, das du hast, ist, dass du Steuern bezahlen musst in einer Welt, in der das eben nicht mehr stattfindet. Genau, genau. Dass das scheiße ist, spreche ich dir überhaupt nicht ab. Ich wollte nur gerade sagen, da kommt das halt noch her. Und die sind nicht hinterhergekommen mit der Gesetzgebung, weil niemand wirklich zugeben will, dass es ein bisschen scheiße ist, dass manche Leute eben einen zweiten Job brauchen. Und dass wir, wie Fred gerade meinte, im Zweifel irgendwann einen dritten Job brauchen. In den USA ist es leider so, dass viele Leute mittlerweile einen dritten Job haben. Meine Mutter hatte das vor ihm tot, teilweise hat sie einmal versucht, für ein halbes Jahr drei Jobs zu haben. Alter. Ja, die war halt pleite, die Frau. Unsere Unterstützungssituation oder Möglichkeiten waren irgendwann auch erschöpft. So eine Scheidung ist scheiße und teuer und so. Und die hat zwei Jobs gehabt, die sie immer gucken musste, dass die Stunden genau so sind, dass die Steuer nicht noch mehr abzieht. Wollte sich dann einen dritten Job suchen, wo dann, also wo sie auch genommen wäre, weil über Bekannte und so, wo es dann nicht so, ey, Ruth, ganz ehrlich, den dritten Job kannst du nicht machen, weil dann steigt die Steuer dir aufs Dach und du verdienst weniger, als wenn du zwei Jobs hast. Und zwar alles Mini-Jobs, weil sie ja generell mehrere machen musste, weil sie mit einem vollen Job weniger verdient hatte, als mit zwei Mini-Jobs. Weil unausgebildete, nicht studierte irgendwas Kraft. Also völlig kaputtes System. Es gibt den Spruch, the company is not your friend. Ja. Egal, ob du jetzt Kunde bei einem Unternehmen bist oder ob du jetzt Mitarbeiter bei einem Unternehmen bist, Firmen sind nicht deine Freunde. Firmen sind Gebilde, die Geld verdienen wollen und die Profit machen wollen. Und natürlich läuft auch in Deutschland sehr viel, was das angeht, schief und falsch. Und das ist scheiße, wenn irgendwelche alleinerziehenden Mütter drei scheiß Jobs brauchen, um über die Runden zu kommen. Wenn ihr in einer scheiß Firma seid, ich gebe euch nur einen Tipp. Das war einer der beschissensten Jobs, die ich jemals hatte. Und bevor ich gegangen bin, habe ich einen Betriebsrat gegründet und danach bin ich gegangen. Macht das, gründet Betriebsräte, Leute. Worauf ich hinaus wollte, seid froh, dass wir nicht bei den Amis sind. Ja, noch nicht. Entschuldigung. Seid froh, seid froh, dass wir sowas wie Arbeitnehmerschutzgesetze haben, weil bei den Amis, nach allem, was man mitkriegt, so nicht nur durch die Office, wo Leute heute kommen und gehen, sondern allgemein seid froh, dass wir nicht so Verhältnisse wie da haben, weil das ist wirklich Wilder Westen. Das ist so eine, also wir Deutsche bilden uns gerne was ein auf so Werte wie Fleiß und Arbeit und Effizienz und so weiter. Dwight Schrute. Dwight Schrute. Und bei uns läuft das alles sehr locker und human. Also es gibt sowas wie, das nennt man protestantische Arbeitsethik, sowas wie Dwight Schrute tatsächlich lebt aus seiner Amish-Gemeinde. So diese, das hatten wir in der Scrooge-Folge auch schon, so eine protestantische, im Extremfall fast schon kalvinistische Arbeitsethik. So, Arbeiten ist dein Sinn. Das ist deine Bestimmung. Du musst schaffen, du musst arbeiten, du musst effizient sein, damit Gott dich liebt. Jetzt kommt der Kapitalismus, Arbeiten ist dein Urlaub vom Arm sein. Oder eigentlich Freeds Grundschulzeit Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Und wir Deutsche bilden uns was darauf ein, aber bei den Amis ist es noch viel krasser. Bei den Amis gibt es noch eine viel krassere Konkurrenzdenke und Fleißarbeitsnummer. Da ist tatsächlich so die deutsche Arbeitskultur vergleichsweise entspannt und human. Ich meinte ja gerade, ob ihr schon über Sick Days gesprochen habt, weil das, finde ich, ist das perverseste am amerikanischen Arbeitssystem. Sick Days, Krankheitstage, sind nicht wie bei uns Tage, die du nimmst, wenn du krank bist und die theoretisch bis zu sechs Wochen dauern und blablabla, ist ja scheißegal. Wissen wir alle. Ja. Die haben dezidierte Sick Days. Die kriegen dann acht Tage Sick Days. Du darfst also acht Tage krank sein im Jahr. Und wenn du darüber hinaus krank bist, musst du halt unbezahlte Urlaubstage nehmen. Das geht so weit, wir wissen das ja von diesen Meme-Seiten oder Twitter oder sowas, dass es dann so romantische, wunderschöne, vielgut-Geschichten gibt, wie hier hat das ganze Kollegium aller Lehrerinnen unserer Schule ihre Sick Days gestiftet, damit Richard, der chronisch krebskrank ist, ins Krankenhaus gehen kann und alle sagen, ach, wie wunderschön. Aber niemand hinterfragt, Moment, Moment, warum braucht ein krebskranker Lehrer die Sick Days seiner Kollegen, um seine scheiß Therapie zu machen? Das ist wirklich flusskrank. Ey, also, ey, ich bin großer... Sag ja, Batman, ich töte dich nicht, aber deine Krankenhausrechnung... Digger, ich möchte... Ach, Mann, ich will jetzt auch nicht politisch werden, aber Freiheit ist eine tolle Idee und jeder soll machen, was er will, ist eine tolle Idee bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir gesellschaftlich an einen Punkt gelangt sind, wo deine Leute, die für dich arbeiten, Sick Days bekommen und noch einen Bonus, wenn sie die nicht nehmen, also, Leute, dann macht der ganze Bumf doch hier keinen Spaß mehr. Ich meine, der Erfinder oder der CEO von Kickstarter oder Startnext oder was auch immer das war, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls so eine Crowdfunding-Seite, da saß man im Interview, eine relativ große Seite halt, ne? Da saß man im Interview und da ist er tatsächlich gefragt worden, wie bewerten sie die Wichtigkeit ihrer Seite? Und der saß da, wirklich richtig mit so einem total entgeisterten, traurigen, menschenhassenden Gesicht halt schon und meinte, ja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ich betreibe eine Seite, die darüber entscheidet, ob Menschen sterben oder nicht, weil die Leute dafür spenden können, ob Menschen sterben oder nicht. Es sollte nicht eine fucking Kickstarter-Kampagne darüber entscheiden, ob du deine Behandlung bezahlt bekommst. Ey, vor allem, äh, ach so, ich möchte mich sagen, weil es so Crowdfunding-Kampagnen gibt für Leute, die krank sind und eine Behandlung brauchen, ne? Ey, und dann gibt's ja so Zahlen wie 50% von den Aktionen, die hier überhaupt stattfinden, sind irgendwie, äh, irgendwelche Operationen, aber Entschuldigung, ich hab selber angefacht, wir wollen hier wirklich nicht über Amerika und die Scheiße, die die da, äh, auszubaden haben, reden. Naja, aber, äh, also, dieses System, was du gerade kurz angesprochen hast, von wegen, wenn du deine Krankheitstage nicht nimmst, äh, dass es in Amerika natürlich pervers, weil die, ähm, festgesetzt sind. Ähm, ich möchte mal kurz darauf hinweisen, und das mag vielleicht politisch sein jetzt, aber, äh, in Deutschland gibt's diese Prämie ja auch. Mhm. Du kannst natürlich unbegrenzt viele Krankheitstage nehmen, weil in Deutschland ist es so, wenn du krank bist, bist du krank. Über sechs Monate, äh, sechs Wochen musst du damit krankengestklären und so, nervt wie Sau, aber theoretisch kannst du so lange krank sein, wie du willst. Aber, es gibt in Deutschland, in Institutionen, das weiß ich über eine Bekannte, ähm, von denen, also, im Sozialbereich, selbst da ist es so, wenn du nur so und so viele Tage krank warst, kriegst du mehr Geld am Ende des Jahres. Ehrlich? Das hab ich auch noch nie erlebt. Ja, ja, und das ist nicht nur, also, das war jetzt ein Krassbeispiel, dass es im Sozialbereich ist, dass es außerhalb des Sozialbereichs ist, was es gar nicht gäbe. Also, es gibt es ständig, dass es, dass du eine Provision dafür kriegst, dass du nicht krank warst. Und das führt dazu, und das ist das Kapurte daran, dass Leute, die krank sind, und ich rede jetzt nicht nur von einem Schnupfen, ich rede von generellen, großen Problemen, beginnend bei Grippe, lass mal Corona jetzt mal außen vor, äh, beginnend bei Grippe, was eine verfickt ernste Krankheit ist, bis hin zu psychischen Krankheiten, Burnout und so weiter. Du kriegst eine Provision, wenn du so und so viele Krankheitstage nicht überschritten hast. Und das, falls uns irgendwer zuhört, der über sowas bestimmen kann, lasst das. Das macht eure, äh, äh, ähm, Arbeitnehmer komplett kaputt. Weil die Angst haben, ich mein, selbst wenn's nur 150 Euro im Monat, äh, oder im Jahr sind, irgend so ein Winzbetrag, völlig egal, das setzt ein Funken in deinen Verstand, der dir sagt, sorry, ich muss jetzt zur Arbeit gehen, ich hab zwar Kopfschmerzen und ich hab Scheißerei und, äh, scheißegal, aber wenn ich nicht zur Arbeit gehe, dann krieg ich diesen Bonus am Ende des Jahres nicht. Weil, egal wie groß oder klein der Betrag ist, dieser Gedanke ist da und der nagt. Und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Das macht einen komplett fertig und das ist völlig daneben. Allein schon die Tatsache, dass eine Hochschwangere bis zum letzten Moment am Arbeitsplatz bleibt, ist komplett krank. So. Ja. Und das ist, also, wir haben ja jetzt gerade, ne, aber, aber da gibt es bei The Office eben so knallharte Beispiele, Mhm. Wo es ne, Ja. Breaking Bad hätte es nie gegeben, wenn die ganze Scheiß in Kanada gespielt hätte. Ja. Und so ist es da auch, da sieht man an, 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 an so, an so Fallbeispielen, ey, Alter, es drehen sich Witze, Folgenthemen, weiß ich nicht, Sachverhalte, wie heißen das, Story Arcs, nur darum, dass dieses System für den Arsch ist. Dwight will unbedingt ein Kind, äh, ein Kind machen, damit er einen Verkaufsvorteil, äh, Vorteil zu Jim halt hat, weil der Papier damit verkauft, dass er mit den Kunden redet. Wie es mir geht, ja, ich hab, meine Frau hat gerade ein Kind gekriegt, ja, ist schön, ja, sie haben auch eins, ist ja super. Ja, wie viele wollen sie denn dann? Drei? Ne, vier, ne? Ja, dann vier, alles klar, weil er von jedem Verkauf halt Provisionen kriegt, die Leute dann sagen, ja komm, kauf halt mehr, kriegt der Typ halt mehr Provisionen. Wie romantisch ist die Szene, wo sie ein Kind sagen, two forms of ID, äh, two forms of ID, Aha, aha. And now from, two forms of ID, please, wo sie noch so rumstempeln. Genau, wo sie sich doppelt ausweisen müssen. Also genau, doppelt ausweisen. Also wir, wir Deutsche tragen unsere Arbeitsethik gerne so ein bisschen vor uns her. Seid froh, dass es nicht ist wie in beiden Amis. Ohne Scheiß. Seid froh, dass es nicht ist wie in beiden Amis. Noch? Ja, noch nicht. Seid froh, dass es noch nicht so ist wie in beiden Amis. Seid froh, dass wir hier noch in unserem netten Nest mit Kündigungsschutz und so weiter leben. und damit das nicht passiert, gründet Betriebsräte, verdammt nochmal, auch in die Verdi einzutreten, ist übrigens in die Gewerkschaft einzutreten, ist nicht teuer. Das kostet ein Prozent von eurem Netto, glaube ich, oder so. Aber worum wir nicht politisch sein, wichtig ist nur, dass ihr nicht die FDP wählt. Ich hab's ja gemacht, warte, ich geb euch jetzt hier den Tipp. Ich hab das ja gemacht, ihr könnt euch bei Verdi, bei Gewerkschaften und Co. halt melden, wegen so einer Kacke. Die geben euch Anwälte, die geben euch Ratschläge, wie ihr das machen könnt, und das kostet nicht viel. Ihr könnt das geheim gründen, ihr könnt irgendwann eurem Arbeitgeber, wenn ihr genug Leute gefunden habt, einfach konfrontieren mit, hey, wir haben übrigens einen Betriebsrat gegründet. Fick dich. Und dann geht's nämlich rund. Ab welcher Mitarbeitergröße ist das der Fall? Ich glaub ab 15. Interessant. Ja, hier geht es nicht. Und was auch wichtig ist, Leute, und Fred und ich, wir kennen das sehr, sehr gut, projektbezogene Verträge sind beschiss. Für alle Künstler da draußen, Rückstellungsverträge sind beschiss. Das heißt, du wirst erst bezahlt, wenn es einen Gewinn gibt, also nie. Ja, genau. Beschiss. Also alle Künstler da draußen kennen das. Diese zwei Vertragsarten sind für den Arsch. Fred und ich sind durch die Scheiße mit diesem projektbezogenen Ding durch. Das haben wir gemacht. Zum Schluss in unserer letzten Firma war es bei mir zumindest nicht so, bei Fred aber immer noch. Und das war bei mir auch eben Teil der Verhandlung. Krieg eine Gehaltserhöhung oder ein Nicht-Projekt verbundenen Betrag. Und wir waren an der Front schon in der humanen Firma. Aber das ist echt, Leute, macht das nicht. Sorgt dafür, dass ihr einen anständigen Vertrag kriegt. Also das ist so viel wichtiger, weil wir haben da echt beschissene Dinge erlebt und nicht nur in einer Firma, sondern in vielen. Projektbezogene Verträge sind im Prinzip das, was in Amerika abgeht. Und das ist nicht geil. Wenn es heißt, Kunde XY, haut ab, bist du arbeitslos. Und zwar von jetzt auf gleich. Also wirklich, von heute auf morgen bist du raus. Und das ist nicht geil. Also schaut bei Vertragswarnungen darauf, dass ihr sowas wenigstens los wird. Das geht vor allem an Menschen, gerade im künstlerischen Bereich, da ist das echt gang und gäbe. Leider. Zum Abschluss dieser Sektion möchte ich euch eine Sache mitgeben. Wenn Freunde von euch einen Podcast gründen und erfolgreich damit werden und irgendwann sowas machen wie T-Shirts verkaufen und die kommen zu euch und sagen, möchtest du nicht unseren Merch machen, dann sagt bitte nein. Das passt sehr gut zum Thema toxisches Arbeitsumfeld. Und also bei The Office genau wie bei Stromberg, genau wie bei The Office UK wird uns ja mehr oder weniger ein toxisches Arbeitsumfeld präsentiert. Bei The Office wird es dann eher gegen später eine Familie und alles likable, wie wir schon gesagt haben und nett. Aber in der Ursprungsidee wird uns bei beiden Serien oder eigentlich bei allen drei Serien ein toxisches Arbeitsumfeld präsentiert, bei dem es den Leuten scheiße geht, bei dem Mobbing, Druck, Konkurrenzkampf und eine Scheißstimmung und mangelnde Motivation in der Tagesordnung sind. Und wenn ihr, liebe Hörer, wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, dich in so einem toxischen Arbeitsumfeld befindest, gibt es natürlich ein paar Schritte, die man unternehmen kann, um was dagegen zu tun. Zum Beispiel sich Mitleidende zu suchen, sich zu beschweren, das Ganze zu protokollieren, vielleicht sogar an die Gewerkschaft, wenn es eine gibt oder vor das Arbeitsgericht zu gehen. Aber ganz ehrlich, sucht euch einen anderen Job. Sucht euch einen anderen Job. Wir sind alle vier Leute, die aus dem Medienbusiness kommen, die aus dem Medienumfeld kommen und das finden Leute immer super cool und spannend und es ist auch cool und spannend, aber es geht leider auch einher mit vielen Firmen und mit vielen Projekten und Arbeiten und Chefs, die scheiße sind. Viel Handschlagsverträge und lasst euch nicht einlullen von solchen Sachen wie, wir sind hier eine Familie. Wenn eine Firma dir sagt oder jemand, der dich einstellt, wir sind hier wie eine Familie, bedeutet das nur emotionale Erpressung. Richtig und niemand ist so schlimm und so grausam wie eine Familie. Ihr denkt, ihr wollt hier bei den Kack- und Sachgeschichten arbeiten, das ist der schlimmste Job der Welt. Das ist der schlimmste Job Nein, Scherz, aber ähm... Das ist ein Scherz, wir können eh keinen bezahlen. Schickt uns bitte keine Bewerbung. Nee, warte mal, bevor du das jetzt losst, schickt uns bitte keine Bewerbung, wir können keinen Viert bezahlen. Ey, das ist jetzt nur extrem subjektiv, also das, was jetzt kommt, ist subjektiver Scheiß. Das ist wirklich nur Meinung, Fred, subjektiver Scheiß. Die Firmen, die sich nach außen am coolsten geben, egal, ob es jetzt eine coole Werbeagentur ist oder McDonalds oder... Das sind deine zwei Beispiele und dann ein aufregendes Arbeitsumfeld. Die ist der Grill. Die Firmen, die sich nach außen am coolsten geben, wir sind eine coole Filmproduktionsfirma, wir sind Brainpool und machen Stromberg. Leider, leider sind die Firmen, die sich nach außen am sexiesten geben, meistens von innen am ekelhaftesten und am verrottetsten und am stinkendsten und Menschen verachten. Wenn ihr einen coolen Job habt mit Kollegen, die ihr mögt, mit okayen Verhältnissen und einem gescheiten Arbeitsvertrag, dann haltet daran fest, wenn ihr euch scheiße fühlt bei der Arbeit und keinen Bock mehr habt und eure Kollegen Wichser sind und der Chef ein Arschloch ist, dann sucht euch was Neues. Es gibt nämlich eine Sache, worin sich relativ viele Arbeitsrechtler und auch Psychologen einig sind. Wenn am Arbeitsplatz alles scheiße ist, dann kommt die Scheiße meistens von oben. Chefs wie Stromberg oder Michael Scott sind meistens verantwortlich für ein toxisches Arbeitsumfeld und wenn nicht, könnten sie was dagegen machen. Es gab das mega aktuelles Beispiel. Es ist in den letzten ein, zwei Jahren rausgekommen, dass bei Firmen in der Gaming-Branche mega krasse, eklige Scheiße abgeht. Da steckt aber jetzt ein Blizzard in mich ein. Zum Beispiel Activision Blizzard. Activision Blizzard, die Macher von Diablo, World of Warcraft und so weiter. Ist das ein sexy Unternehmen, wo jeder arbeiten will? Natürlich. In den letzten zwei Jahren ist rausgekommen, dass da ein super toxisches Arbeitsumfeld herrscht mit sexistischer Scheiße, mit ekelhaftem Crunch, also Überstunden ohne Ende. From Software übrigens auch steht gerade auch harsch in der Kritik. Die Gaming-Branche wirkt nach außen. Nur weil Tobi 720 Stunden in drei Tagen auf Elder Scrollen verbrachte, heißt das nicht, dass die viel arbeiten bei From Software. Aber muss man sagen, dass dieses Crunch-Problem auch bei CD Projekt Red ein Riesenthema ist? Den Witcher-Machern und Cyberpunk-Machern. Genau, wo ich mich bei Cyberpunk-Machern frage, warum? Also, wo hat da wer Überstunden gemacht bei diesem Kackspiel? Aber weißt du, das war jetzt ein Gag, aber weißt du, also, das ist leider echt ein Ding. Scheiße. Wie geil die Firma klingt, sobald irgendwer sagt, es geht irgendwie, ja, wir sind eine Familie und wir kämpfen hier zusammen für den Erfolg, dann kann es davon ausgehen, ich kriege einen Scheiß bezahlt und ich habe nie Feierabend. Ja. Das muss nicht immer schlecht sein, aber meistens ist es das. Meistens ist das Arschloch oben und die Arbeiter sind unten im Klo. Gibt es auch diese schöne Grafik, auch mit den Vögeln, die auf der Stange sitzen, und die so nach unten kacken immer und das dann auch der Grundkonsens dessen ist, so, wenn du oben bist und nach unten schaust, siehst du nur Scheiße und die, die von unten nach oben gucken, sehen nur Arschlöcher. Ja. Es gibt in der Wirtschaft den sogenannten Trickle-Down-Effekt, das Reichtum, der oben ankommt, langsam nach unten durchsickert. Dieser Effekt ist super umstritten mittlerweile und von vielen Leuten mega kritisiert, aber wenn es eins gibt, das unumstritten ist, ist das Scheiße, wirklich Shit, die Arrö, Durchfall, meistens von oben nach unten durchsickert. Wenn in eurer Firma irgendein Scheiß ist, oh, das ist richtig kommunistischer Anstieg. Sagt doch nicht so, ohne Grund, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist richtig, jetzt lassen wir heute richtig Sozialismus raushängen. Jetzt sind wir in der SPD in den 40ern. Wenn in eurer Firma, wenn es in eurer Firma Scheiße ist, dann ist es nicht immer, aber sehr oft Scheiße, die von oben runtersickert. Und wenn die Scheiße nicht von oben, sondern von unten kommt, dann ist es die Aufgabe des Arschlochs von oben, die Scheiße aufzusaugen. Ich will damit nur eins sagen. Das war super, das war so viel Arsch und Scheiße hat noch niemand so oft in einem so komplexen Satz benutzt. Ich will damit nur eins sagen. Ich habe total Geschichten. Was? Das bestätigt mich aber nur an meinem Minecraft-Vergleich vorhin. Ey, dieser eine Activision-Blizzard-Wichser hat sich damit rausgeredet, so, oh, in meiner Firma geht sexistische und toxische Scheiße vor sich. Und dann hat er sich damit rausgeredet, von wegen, ich habe nix davon gewusst. Wenn der Chef nicht weiß, dass in der Abteilung toxischer Shit abgeht, ist er ein Scheißchef. Denn es ist die fucking Pflicht eines Chefs zu wissen, was in seiner Abteilung abgeht. Ich setze einen drauf, dass er dann ist. Basically sein einziger Scheißjob ist, zu wissen, was da abgeht und zu gucken, dass das funktioniert. Entschuldigung. Das ist ein Ding, dass Michael Scott kam. Ja, genau. Er weiß nicht, was abgeht, aber zumindest kriegt er Sinn, dass es funktioniert. Ich setze noch einen drauf, wenn er es nicht weißt, bist du es wahrscheinlich. Ja. Das auch noch. Wenn das Scheißhaus verschissen ist, war es meistens das Arschloch. Und selbst wenn es das Arschloch nicht war, das das Scheißhaus verschissen hat, ist es die Aufgabe des Arschlochs, den Pümpel zu schwingen und das Scheißklo sauber zu machen. Hier ist ein Hörerdienst von Hörern zu Hörer. Also ich bin Hörer und ihr seid Hörer da draußen im Plural. Ich habe heute Folgendes gesehen, weil er sitzt mir gegenüber. Hier ist Fred Hilke, der heute schon fucking Stromberg-Ernie nachgemacht hat, wie er seine tote Mutterschokolade aus dem Mülleimer rauskommt. Und gleichzeitig sitzt hier vor mir mehr oder weniger Karl Marx, der mir sagt, was mit dem Kapitalismus und das alles nicht stimmt. Ich habe übrigens angewöhnt, nachdem ich die Bamboo-Svent vorgehört habe, Sätze zu Ende zu sprengen. Und das alles innerhalb von nur wenigen vier Stunden, die wir hier sprechen in Personalunion. Fred Hilke, also wenn ihr wenn ihr jemanden zu eurem Chef machen wollt, zwei von den drei Leuten, die vor mir sitzen, haben das getan, dann macht es mit Schicksal. Nein, ich wollte gerade sagen, vielen Dank für den Einwurf, Genosse Sven, es ist zum Protokoll genommen, aber ob sie Partei umsetzt, entscheidet dann noch das Komitee. Gut, dann lass mich anders sagen. Wenn ihr einen mittelständigen Lack und Farbe Laden habt und ihr braucht noch einen Geschäftsführer, dann ladet doch Fred Hilke ein. Nein, ich will damit nur zwei Sachen sagen, ich will damit nur zwei Sachen sagen, scheiß Chefs gehören gefeuert und wenn ihr, wenn du dir jetzt zuhörst und scheiß Chef bist, dann fickt dich ins Knie und auf der anderen Seite an die anderen Kack- und Sachhörer, ich weiß, die Kack- und Sachhörer sind ehrliche Arbeiter, wenn ihr euch unwohl fühlt am Arbeitsplatz, dann sagt, fickt euch zu eurem Chef und sucht euch eine andere Stelle. So viele Leute hängen in scheiß Jobs, weil sie die Hürde nicht nehmen wollen, sich zu bewerben. Sich irgendwo anders zu bewerben, ist eine scheiß Situation, das ist voll die Hürde. Wir alle kennen das, das ist voll unangenehm, sich einen neuen Job zu suchen, Bewerbung schreiben, Lebenslauf schreiben und so weiter. Hochkündigend funktioniert aber. Wenn ihr in einem Scheiß-Job gefangen seid, dann legt euch eine Exit-Strategie zurecht. Und selbst wenn ihr ein, zwei, drei Monate arbeitslos seid, bis ihr was Neues findet, alles ist besser, als in einem toxischen Scheiß-Job gefangen zu sein. Also übrigens als Tipp, wenn ihr kündigt, wisst ihr, ihr kriegt keinen ALG 1, also sprich, keinen Arbeitslosengeld 1. Jeder, ihr kennt den Tipp, das ist jetzt kein, 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 ich hab kurz darüber nachgedacht, ob das illegal ist, was ich hier erzähle. Ist es nicht? Fragt euren Arzt, ihr kriegt jeder Arzt auf dieser Welt, gebt diese Krankschreibung raus, von wegen der Jung oder das Mädel konnte nicht mehr arbeiten, weil Gründe XY spricht, dann kriegt ihr trotz eurer Kündigung direkt ALG 1. Und das lohnt sich, weil dann habt ihr Zeit, euch einen neuen Job zu suchen. Das ist dann krankheitsbedingte Kündigung, aber dann kriegt ihr da, Tobi, vollkommen recht Arbeitslosengeld 1. Und ihr kriegt von mir noch einen Tipp, wenn ihr mal wirklich in der Situation seit Bewerbung und Co. Und jemand stellt diese gemeine Frage so, ja, was haben sie sich denn gehaltstechnisch vorgestellt? Gebe ich euch jetzt einen Tipp, ist ein Killer, fragt zurück, was ist denn veranschlagt? Kennt euren Wert, verkauft euch nicht unter Wert. Fragt, was ist das Budget für die Stelle oder was ist veranschlagt dafür? Und wenn die euch sagen, ja, das können wir jetzt noch nicht sagen, dann lasst die Scheiße, weil geht nicht als Erste in Gehaltsverhandlungen. Also besser als so hoch zu pokern ist zu fragen, worum geht's eigentlich. Aber egal, das sind im Zweifel auch schlechte Tipps, das kommt auf die Branche an, aber das ist so das, was wir so erlebt haben. Leute, deswegen sind jetzt alle selbstständige Podcaster, weil... Hey, ich bin ganz ehrlich zu dir. das war auch leider, ich meine, wir nehmen hier anschließend noch was auf. Ich hab original 25 Jobs durch, bis ich hier war. Es ist nicht die Exit-Strategie, es ist die Only-Exit-Strategie. Ey, ich hab das... Meine Frau Nina hat es gemacht, dass sie ihren Job gekündigt hat und sich vom Arzt ein Attest geholt hat, dass er ihr empfohlen hat, das zu kündigen, um ALG zu kriegen. Das hat Ramona auch schon mal gemacht. Ich hab das auch gemacht. Ich auch. Ich auch. Es ist keine Scheiß-Schande. Nina und Ramona haben das gemacht. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Wir haben das schon mal erzählt. Wenn ihr in einem abgefuckten Drecks-Jobs gefangen seid, lasst euch von eurem Hausarzt ein Attest ausstellen, dass ihr aus gesundheitlichen Gründen kündigen musstet. Wenn ihr soweit seid, dass ihr das machen müsst, ist ja nicht auch true. Genau. Habt keine Scham davor und sucht euch einen neuen Scheiß-Job. Bewerben ist eine Scheiße, aber besser als in einem abgefuckten, toxischen Drecks-Job unter Stromberg gefangen zu sein. Fickt die Strombergs da draußen. Ich hasse euch, ihr toxischen Drecks-Scheiß-Chefs, die keine Verantwortung übernehmen für das, was eure Abteilung macht und euch nicht davorstellt. Fickt euch. Spürt ihr diesen doppelten Mittelfinger, den ich gerade ins Mikrofon halte? Sowohl Herr Ang heißt er auch. Das sind aber auch die beiden, die immer ganz sauber gekündigt haben. Hätte das mal wirklich so gemacht. Folgende drei Dinge finden gerade von mir als Hörer-Vertreter statt. Tobias und Fred halten Mittelfinger in ihr Mikrofon, zu welchem Zweck auch immer, denn es ist ja kein visuelles Medium. Die Leute spüren das, sie spüren viel. Während der Herr Hansen hier sitzt und einen Zettel vor sich hat mit seinen 300 Jobs, die er schon gemacht hat, für die Premium-Folge, die wir im Anschluss aufnehmen. Ja, takes one to know one, ne? Ja, das ist so geil, dass wir alle über Jobs reden und die beiden so, fick dich! Und ich halt so, ja, einer dieser 300 Jobs war bestimmt cool, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welcher. Ja, nein, ich finde das immer nur so schön, wenn dann immer gesagt wird, ja, macht das und fickt euch! Ja, wart ihr mal in der Situation? Musstet ihr das mal wirklich genauso machen? Ja, aber das haben sie ja beide gesagt. Oder du ja auch. Es ist fucking schwer, Mann. Ey, Alter, es ist, ey, ich sag ja auch nicht, dass es das nicht ist, absolut nicht, weil ich find auch auf jeden Fall, weil ich hab, ich selber kann's wirklich sagen, ich habe genug Jobs durch, um wirklich auch zu sagen, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo unzufrieden seid, selbst wenn's nur ein 450-Euro-Job ist oder so, ey, Alter, ohne Witz, gebt euch die Pisse einfach nicht. Ich hab genug Jobs hingeschmissen unter der Prämisse, dass ich gesagt hab, ich brauch die Scheiße hier nicht. Und es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied, das muss man natürlich auch nochmal festhalten, nicht, damit wir falsch verstanden werden. Es gibt einen krassen Unterschied zwischen 450-Euro-Jobs und wirklich existenzbedingenden Jobs, gerade als Familienmensch und so weiter, wenn ich eine Festanstellung habe. Das zu kündigen, ist was anderes, als meinen Job damals bei Maccas hinzuwerfen, weil ich einfach nicht aufgetaucht bin. Das ist ein krasser Unterschied. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen einem Job, den du, wenn du resilient bist, durchstehen kannst, der an sich ein guter, ich sag mal, ein beschissener Job ist, der aber irgendwie fair ist, den du durchstehen kannst und einem Job, wo du irgendwann erkennst, ey, alter, die Scheiß, das Scheißumfeld hier ist toxisch. Da gibt's schon einen Unterschied, zu sagen, das ist ein anstrengender Job, das ist ein Job, der nicht immer Spaß macht, der aber tendenziell fair ist, den kann man durchstehen und den solltet ihr auch durchstehen. Aber es muss dann den Punkt kommen, da muss man den Mut haben, den Punkt zu erkennen, zu sagen, mein Job, der nur Disziplin, Resilienz, irgendwas erfordert, der wird unterschieden, gerade von, hier ist etwas im Argen. Das ist der Unterschied zwischen Job und Beruf. Ja, aber da muss ich dir auch sagen, mein letzter Beruf, wie du halt sagst, Beruf wirklich? Nein, Beruf ist das, was du jetzt tust. Also der Unterschied zwischen Job und Beruf ist das, was ich gerade tue, Beruf ist das, was ich gerne machen würde bzw. gelernt habe. Finde ich vollkommen richtig. Ist ein bisschen wie Beruf und Berufung und diese ganze Schnieße dahinter immer. Ne, aber wirklich, den letzten Job, den ich hatte, war die ultimative Sicherheit. Ich war im Tarifvertrag, ich war einem besichtigeren Arbeitgeber, der mich nicht rausschmeißen konnte wegen irgendwie betrieblichen Sachen oder so, sondern nur wegen personellen und da hätte ich wirklich extrem Scheiße bauen müssen. Ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe. Richard hat sich aktiv gegen, fest und flauschig entschieden und ist jetzt hier in diesem Podcast gelandet. Auf der anderen Seite. Der Bruno Mann ist aber halt doch ein Wichser. Sorry, aber an der Stelle Uli Schulz. Aber anderes Thema. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, um mit was Positivem rauszugehen, wenn ihr in einem Job seid, der sicher ist, wo ihr okay verdient, wo ihr vielleicht sogar sowas wie einen Sinn rausziehen könnt und wo vielleicht sogar die Kollegen nett und cool sind, dann habt ihr ein Glück gefunden, dass viele, viele Menschen auf dieser wunderbaren, aber auch brutalen Welt nicht gefunden haben. Das ist so wichtig, gerade dieses Kollegen-Glück, Alter. Du kannst auch einen beschissenen Job machen, aber wenn die Kollegen stimmen, kann es auch passieren, dass du da länger bleibst, was du vorhattest. Das ist es. Also Kollegen machen echt einen riesen Schritt. Wer von euch will, wer von uns will bei Dunder Mifflin in Scranton, Pennsylvania arbeiten? Niemand. Aber wer von uns... Doch, wenn Jim und Amos Kollegen sind... Ja, genau. Aber wer von uns möchte Teil dieser Gang sein? Ja, genau. Also ich kenne es heute damit klar. In der Filiale, wie wir sie kennenlernen... Denn warum? Sie sind da eine Familie. Ja, aber ganz ehrlich, also in dieser Filiale mit diesen Leuten würde ich arbeiten. Ja, genau, das ist die... Ansonsten null. Genau, das ist der Trick von jeder scheiß Werbeproduktion auf der Welt, Diggi. Ja, ja. Aber ich gebe dir trotzdem recht. Ich sage nur... Und ein letzter Tipp noch, Leute, haltet euch fern von der Medienbranche. Ganz ehrlich. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, auf jeden Fall. Das ist der schönste Job der Welt, aber keiner empfiehlt ihn. Nein, nein, der ist nicht schön. Der ist einfach nur beschissen. Ja, aber das, was... Ja, was Richard sagt, das ist genau die Beschreibung. Ja, Leute. Wir haben noch zwei Live-Auftritte zu absolvieren in diesem Halbjahr. Und zwar am 6.5. in Ludwigshafen am Rhein. Der ist leider ausverkauft. Aber am 7.5. in Oberhausen im Ebertbad. Da gibt es noch Tickets über kackundsach.de. Das sind die letzten beiden Nerdification 2.0, ne? Ja, geil. Und unsere ganz, ganz neue Tour, die wir offiziell vielleicht bald ankündigen. Also es gibt sie, aber ihr dürft davon noch nichts wissen. Das ist also der Teaser für den Teaser, für die Ankündigung. So macht das jeder heute. Boah, ihr seid so klein. Vielleicht gibt es ja eine ganz neue Tour mit ganz neuem Programm, aber dafür seid ihr auf kackundsach.de immer gut beraten. Und wir haben tatsächlich auch im Premium-Kanal... Ich bin so begeistert vor meinem Scheißjob, dass ich hier Schnappatmung kriege beim Podcasten. Wir haben ja auch noch unseren Kackundsach Premium-Kanal, den ihr hören könnt. Und wenn ihr den hört, habt ihr auch noch das gute Gewissen, uns die Kackis zu unterstützen. Ab drei Euro im Monat kann man den Kackundsach Premium-Kanal hören mit Zusatzinhalten. Und letzte Woche kam da endlich wieder eine neue Folge unseres beliebtesten Formats, die Stuhlprobe, unser Quitz-Format, wo wir Wer wird Millionär schamlos kopieren, nur ohne Telefonjoker. Und wir hatten dieses Mal, Staffel 2, Folge 6, ein tolles Themen-Duo-Rad. Also wir haben immer zwei Themen. Und zwar DDR und Genitalien. Wie wir ja alle wissen, gab es in der DDR, jeder hat an jeder Wohnungstür gelauscht mit einem Glas da dran. Und dann wurden die Entscheidungen getroffen. Das war ja die bekannte Stasi. Die Staatssicherheit im Innenland. Ich will von dir wissen, die wurden offiziell die Auslandsspione der Stasi eigentlich genannt. A, die sozialistischen Vorkämpfer. B, die Kundschafter des Friedens. Oder C, die Gegnerbeauftragten im kapitalistischen Ausland. Wow. Alle drei sehr blumig. Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt und was es mit dem Penisknochen und einer speziellen Ostwaschmaschine auf sich hat, dann hört mal unsere Folge zur Stuhlprobe im Premium-Kanal. Das war auch bei den Antwortmöglichkeiten, gerade bei der Frage, hatten mein Onkel, meine Mutter und ich sehr viel Spaß, uns das auszudenken. Und damit, wir kommen zu den Apple Podcast Rezensionen. Halt dein Maul. Hörer-Feedback. Wow. Schreibt uns eure Hörerfaxe über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Katrin schreibt, Hallo liebe Kackis und Kirschwässerlis. Seit einigen Jahren höre ich mich nun kreuz und quer durch eure Themen und ärgere mich, dass ich erst kürzlich durch die Interstellar-Folge auf die Sci-Fi-Folgen aufmerksam geworden bin. Mit akkurater Schnapsversorgung und hohem Diskussionsniveau trotz steigendem Pegel fühlt man sich schon fast unter Freunden. Schön formuliert. Wie herrlich emotional doch eiskalte Themen geleugnet werden können. Hat wirklich Spaß gemacht, sich anzuhören. Eiskalte Themen. Und zu guter Letzt hat mich die Folge noch zu einer ganz anderen Theorie geführt. Hat die Rotationsgeschwindigkeit der Waschmaschine eine Auswirkung auf die Dauer der letzten Minute. Die ist ja bekanntlich immer zehn Minuten lang. Macht weiter so, beste Grüße, Katrin. Ich fühle, was du meinst. Die letzten zehn Minuten an der Waschmaschine dauern deutlich länger als zehn Minuten. Ach so, das meint sie. Alles klar. Ich dachte gerade, irgendwie so die Rotationsgeschwindigkeit einer Waschmaschine, Auswirkungen auf die echten zehn Minuten. Ich dachte, Moment mal, du bewegst dich auf einem Planeten, der sich selber noch mit dreht. Das ist ja Quatsch. Also auf deine individuellen zehn Minuten. Du bist dann kurz aufgrund der Rotation der Waschmaschine in deinem eigenen Gravitationsfeld. Aufgrund der Blah ist ja auch völlig egal. Ich habe keine Ahnung von Physik, aber ich fühle das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn du beschließt, du stellst dir nachts eine Maschine, eine Maschine Wäsche an, bevor du schlafen gehst, mit Wäsche drin und so, stellst einen Timer. Das können ja seit den 90ern alle Waschmaschinen. und die müsste fertig sein, wenn du aufwachst und du wachst auf und die geht immer noch zehn Minuten. Wenn diese zehn Minuten um sind, die völlig eingepreist sind, kommst du zu spät zur Arbeit. Diese zehn Minuten dauern länger als normale zehn Minuten. Da sieht man, dass Tobi nie Wäsche wäscht. Es ist immer nur die letzte Minute. Das ist mir sogar heute Morgen noch passiert. Es sind nicht die letzten zehn Minuten. Es ist die letzte Minute. Also im Bezug die ungefähr eine Staffel Office. Ich habe heute original als meine Waschmaschine noch anzeigte. Noch 17 Minuten, da habe ich mir Elden Ring angemacht. Und komischerweise dauert das fast zwei Stunden. Genau, er hat nicht einfach so seine Play Session angemacht. Natürlich Elden Ring. Bing. Hattest du das heute schon erwähnt eigentlich? Im Bezugssystem der Waschmaschine vergeht die Zeit für die Trommel wirklich etwas langsamer. Auf der anderen Seite rotiert die Erde mit fast 1000 Kilometern die Stunde. Und die Erde dreht sich um die Sonne. Und die Sonne dreht sich um andere Bezugssysteme. Zum Beispiel das schwarze Loch im Inneren der Galaxis. Also Zeit hat keinerlei Bedeutung. Und das wiederum, das weiß man ja ist von Miele. Und Hörer, Kack- und Sachhörer, die über vier Stunden sich so eine Scheiße reinziehen, die kennen das auch, dass Zeit keine Bedeutung mehr hat. Mein letzter Wortbeitrag für heute. Es könnte unter Umständen spannender sein, eine Stunde lang Waschmaschinen zuzuhören, als Ich hab noch eine Zuschrift von Daniel. Er schreibt, Hi, gerade hab ich eure Folge 133 zu Science Fiction gehört, indem ihr sagt, dass es kein Science Fiction Musical gäbe. Keine Ahnung, ob ihr mittlerweile schon gefragt wurdet, aber sowohl Little Shop of Horrors als auch die Rocky Horror Picture Show müssten doch unter Science Fiction laufen, oder? Vergiss Starlight Express, viele Rüste, ja, lieber Daniel, beide Beispiele, also bei Little Shop of Horrors taucht eine abgefahrene Pflanze auf. Bin ich ein Riesenfan von, ich hab den Film, vor allem mit, wer heißt der nochmal, wo Alan Harpheim behauptet, er wäre das, Matthew Broderick, hab ich geliebt, diesen Film. Bei Rocky Horror Picture tauchen Transgender Aliens auf, und beim Starlight Express fahren menschliche Züge durch die Gegend, das Science Fiction Musical ist ein Ding. Auf jeden Fall. Also ich, Richard guckt gerade nochmal schnell nach, ob ich mich nicht vertue. Nein, 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 das ist, ach. Aber es ist auch so eine Fresse wie Matthew Broderick, sagen wir es so. Ich weiß nicht genau, wie er das war. Aber es war ein toller Film, basierend eben auf dem Musical. Ich hab mich vertippt, weil Ghostbusters nachgucken und krieg ein Ghost-Hustle. Aber kennt ihr noch? Rick Moranis. Rick Moranis, Dankeschön, Dankeschön. Stimmt, stimmt, ja, logisch. Herr Gott, Die trottelige Version von ihm. Rick Moranis in Unser kleiner Horrorshop, hieß es ganz auf Deutsch? Horrorladen. Unser kleiner Horrorladen. Da gab es auch eine Zeichentrickserie hierzu, kennt ihr die noch? Ja. Wo die Pflanze dann so eine richtige Persönlichkeit hatte und die zwei dann so ein Gespann waren und so. Ich hab das als Kind geliebt. Also, Unser kleiner Horrorshop fand ich saugeil. Vielen Dank, Daniel. Beides auf jeden Fall legitime Beispiele. Es gibt sie, die Science-Fiction-Musical. Und Jens hat noch einen sehr interessanten... ob es keine Musicals gäbe. Und Jens... Richard hasst Musicals. Richards Kritik zählt nicht. Jens hat noch einen sehr interessanten Klugschiss abgesondert. Und zwar, CCTV heißt nicht, wie von Fred vermutet, Crime Control Television. Wir hatten das bei der Hooligans-Folge, dass bei den Briten so viel Video überwacht wird. CCTV heißt Closed Circuit Television. Ah. Im Gegensatz zu Open Circuit Television. Da nur eine definierte Anzahl Empfänger empfangender Endgeräte vorhanden ist. Also normales Fernsehen ist Open Circuit Television. Das kann jeder empfangen. CCTV ist Closed Circuit, also geschlossener Kreis. Das kann nur eine kleine bestimmte Anzahl Leute sehen. Ah, und OCDVD ist dann was für den Heimgebrauch. Das sind ja Pornos. Ja. OCDVD habe ich ja gestern mal einen Dealer geholt. Ja, und auch dafür ist heute natürlich Platz am Ende. Wir kommen jetzt zu den Podcast-Rezensionen. Oh, der war gut. Der war sehr lustvoll. Ja. Ich meine, Hans Zimmer hat einen Oscar bekommen. Wir müssen das hören. Der war scheiße geil. Das wollte ich sagen. Wir haben seit zwei Wochen Corona und so scheiße. Aber stimmt, das mit Hans Zimmer ist besser. Das war voll die geile, mehrstimmige Scheiße. Gebt uns eure Podcast-Rezensionen über die einschlägigen Podcast-Apps. Das könnte eins oder neun Lieblingszitate werden. Das war voll die geile, mehrstimmige Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wollen wir das nicht als neuen Untertitel, Kack-und-Sack-Geschichten, voll die geile, mehrstimmige Scheiße werden? Das hat leider schon Pink Floyds. Also, bei Apple Podcast, dem gehassten, aber doch genutzten Kind, hat uns der User Dadovich, das Schicksal der Zweitgeborenen, wenn ich das so sagen darf. Also, der User Dadovich schreibt, eine riesengroße Enttäuschung. Geil. Okay. Das war es für mich, als ich nach 191 fabelhaften Folgen endlich mal nachgeschaut habe, wie Tomaso, Riccardo und Federico denn überhaupt aussehen. Och, ernsthaft? Och, komisch. Nachdem ich nur so, was hast du dir denn vorgestellt? Nachdem ich nun innerhalb von einem Jahr alle Folgen durchgehört habe, habe ich natürlich sofort Kack-und-Sack-Premium abonniert. Schließlich ist eine Autofahrt, ohne von euch bescheuert zu werden, inzwischen undenkbar für mich. An dieser Stelle einen großen Dank an Max, die Empfehlung eures Podcasts. Ich freue mich schon auf weitere fantastische Folgen und macht bitte weiter so. Verschissene Grüße aus The Land. Euer Danilo. Ey, Danilo, ganz ehrlich, wie hast du, also schreib uns mal bitte eine Mail, wie du, äh, 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 dir uns, bei dem Satz dich uns vorgestellt hast. Dich uns vorgestellt hast. Dich uns vorgestellt hast. Danke, D'Angelo. Also für mich bist du jetzt auf jeden Fall Will Ferrell. Also viele Grüße zurück in The Land. Das ist ja der neue Werbeslogan von Baden-Württemberg. Du hast mir gesagt, ich soll aufhören, mich darüber lustig zu machen, also werde ich das nicht tun. Zurück an The Land. Ich könnte mich nicht entsinnen, irgendwen aufgerufen zu haben, sich nicht über die Marketingbestrebungen von Schwaben und Baden lustig zu machen. Doch, es lag aber daran, dass ich auf Tour, als wir dann in Stuttgart waren, nicht aufhörte, mich darüber lustig zu machen. Du gesagt hast, Tobi, du nervst. Und ich interpretiere das als, Tobi, hör auf, sich darüber lustig zu machen. Das war viel zu witzig, als wir reingefahren sind und wirklich Tobi und ich halt da saßen. Guck mal, guck mal, die machen das wirklich. Fred hat dich gelogen, die werben wirklich mit The Land. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich hatte das ja vorher bei Twitter gelesen und Fred wollte mir das nicht glauben und dann habe ich mich aufgehört, Ich war derjenige, der das nicht glauben wollte. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, aber als wir reingefahren, ich weiß noch, als wir nach Stuttgart... Und ich habe dich so genervt, dass du irgendwann gesagt hast, ich soll damit aufhören und ich nehme dich beim Wort. Als wir nach Stuttgart reingefahren sind und wirklich diese Plakate gesehen haben, bin ich echt fast vom Glauben abgefallen, Alter. Ich wäre fast katholisch geworden. Das war groß. Das ist echt so ein Scheißhaufen, ey. Gut, eine Bewertung haben wir noch von Podcast Addict, der großen Android-App. Und zwar Christina Ivie schreibt... Ja, so schreibt ihr das. Ivie, Ivie. Christina schreibt... Ist das wieder so ein Ding wie hier Alarmstufe Rogue? Was eigentlich Rouge war? Du sprichst halt auch kein Elbisch. Christina geht hier voll Alarmstufe Rouge und sie schreibt... Was für ein Podcast. Die Jungs geben all ihr Herzblut und Darminhalt in diese Folgen. Kann man nur jedem empfehlen. Dann nimmt man auch mal hin, dass man sich beim Kochen in den Finger schneidet oder bei der Holzbrennerei sich mit dem Kolben verbrennt. Weil man so ablachen muss. Bin natürlich Steady-Supporterin und wünsche mir in der Zukunft eine Tour nach Österreich. Viele Grüße aus Oberösterreich. Christina, ach ja. Hashtag Team der ganze Kack und Sachhaufen. Tröste dich. Ich habe mir mal einen Finger beim Training eingeklemmt, als ich eine Folge von uns Probe gehört habe und selber lachen muss. Ja. Ich bin seit kurzem da rumgegangen zu sagen, so, ey, mir geht's beschissen, mir auch und ich festgestellt habe, das hilft mir nicht. Aber, ähm, kannst du noch mal kurz den Teil mit dieser Kohle vorlesen? Das interessiert mich. Ja, sie hat bei der Holzbrennerei mit dem Kolben verbrannt. Das klingt übel, oder? Nee, vor allem klingt das interessant. Was zum Geier machst du da? Ich weiß es nicht. Wie kann man sich bei einer Holzbrennerei den Kolben... Holzbrennerei mit dem Kolben verbrannt. Oh. 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 Also, liebe Also, Christina Christina und liebe Schluchten-Scheißer da draußen, ich bin ja zu einem Viertel Österreicher, meine Oma kommt aus Wien, das habe ich ja schon mal gedroppt. Irgendwann kommen wir bestimmt auch zu euch. In The Land, hätte ich fast gesagt. Nein. Ich halte ihren Job immer noch nicht. Und, also, nein, die Österreicher haben bessere Marketing-Kampagnen als The Land. Oh Mann, ey. In der Holzbrennerei mit dem Kolben verbrannt. Oh. Oh. Habe ich dich gesehen, sag mal, sind wir verwandt. Oh. Oh. Beim Kochen in den Finger geschnitten. Oh. Geh ich aufs Klo, will ich immer shit. Ich verstehe nach wie vor nicht, was die berufliche und oder als Hobby macht. Also, liebe Hörer, was hat sie da getan? Egal, ob ihr aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich kommt, besucht unsere Live-Shows, Infos und Tickets auf kackundsach.de. Die kostenlosen Folgen wie diese hier im Free-Feed erscheinen jeden Montag. Ihr hört uns bei Spotify und all den anderen wunderbaren Kanälen da draußen. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach wollt, wenn ihr noch Zusatz-Shit konsumieren wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Auch auf kackundsach.de verlinkt. Da gibt's für alle ab 5 Euro auch den Free-Feed komplett werbefrei. Folgt uns auf den sozialen Medien und hört mal in unser Nebenprojekt rein, den Podcast Handvergnügen, den ich auch dir, Sven, ans Herz lege. Schickt uns an bei Bumble. Herrgott, wie oft muss ich das... Schickt uns ne Wuff. Genau. Wenn ihr den Sven auch kontaktieren wollt, schreibt übers Kontaktformular auf kackundsach.de. Schickt ihm ne Wuff. Merch at kackundsach.de. Genau. Merch und kackundsach.de. Genau. Und übrigens, Sven ist noch Single und wir hören uns nächste Woche wieder. Tobi, Richard, Sven und Fred sagen Tschüss. 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 Tschüss.